Einleitung von Rulaman, Erzählung aus der Zeit des Höhlenmenschen und des Höhlenbären. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Rulaman von David Friedrich Weinland Zur Einleitung aus grauer Vorzeit Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Psalm 90, Vers 4 Es war eine Zeit, fragt nicht vor wieviel tausend Jahren, niemand weiß es, da war ein Meer, wo heute die Schwäbische Alb sich erhebt. Und es war ein warmes Meer, reich an Tieren, Steinkorallen wuchsen am Ufer hin, wie unterseeische Gebüsche, und zwischen ihren Zweigen regten und bewegten sich, wie heute noch an den warmen Gestaden der südlichen Meere, tausende von Seesternen und Seeigeln, Muscheln, Schnecken und Würmern, von Krebsen und Korallenfischchen in üppiger Farbenbracht. Aber auf der hohen See schwammen Herden von Fischen und Amundshornschnecken, verfolgt von mächtigen Fischeidechsen, den Raubherrschern dieses Ozeans. Und die Kalkschalen und die Knochen der Millionen, die da starben im Laufe der Jahrhunderte, sanken nieder auf den Boden des Meeres. Aber die meisten wurden zermalmt am Ufer durch die Brandung, oder sie wurden zerdrückt durch die Massen, die auf sie fielen. Und sie bildeten einen Kalkschlamm, und dieser wurde zu Stein. Das sind die Felsen, die tausend Fuß hohen Felsen unserer Alb. Aber die Schalen und Knochen, die nicht zerrieben wurden, betteten sich ein in den Schlamm des Meeres, versteinerten dort und sind uns erhalten bis auf den heutigen Tag, und geben uns Kunde von jenem Ozean und seinem Leben. Und es gab auch Inseln in diesem Meere, aus der Tiefe heraufgebaut von den Korallen, und üppige Pflanzen wuchsen auf diesen Inseln am Ufer hin, fieberblätterige Sago-Palmen und Araukaria-Tannen und Farnkräuter. Aber noch gab es keine Laubbäume auf der Erde. Unter den Palmen und Tannen krochen Schildkröten und ungeheure Krokodile mit fingerlangen, schneidenden Zähnen, die Herrscher der Inseln. Doch schon erhob sich das Leben der Tiere auch in die Luft. Riesige Wasserjungfern, Bockkäfer und Prachtkäfer und Nachtschmetterlinge schwirren zwischen den Bäumen und werden gejagt von seltsamen Flugeidechsen und von dem ersten Vogel, der auf der Erde erscheint. Das waren die Inseln jenes alten Jura-Meeres. Aber es waren nur Inseln, denn noch beherrschten die Wasser die Oberfläche der Erde hierzulande. Danach kam eine andere Zeit. Fragt nicht, vor wieviel tausend Jahren. Niemand weiß es. Da war der Felsengrund jenes Meeres hochgehoben über den Wassern, und unsere Alb trockenes Land, und ein wunderbar schönes Land war es. Die Sonne herrschte dort und ein ewiger Sommer. Schnee und Eis waren unbekannt. Denn noch gab es keine hohen Berge auf der Erde, wo der Schnee ewig dauert und Land und Luft weit und breit erkältet. Und die Bäume des Waldes waren Myrten, Pinien, Zypressen und immergrüne Nussbäume, Eichen und Ulmen. Und sie wuchsen hoch hinauf, solange sie wollten, denn niemand fällte sie, und sie trugen Blätter und Früchte durchs ganze Jahr. Und Palmen und Farnbäume beschatteten die Täler und die Waldränder und die Waldlichtungen mit ihren gefiederten Zweigen. Auch gab es damals viele heiße Wasserquellen auf unserer Alb, die sprudelten aus dem warmen Erdinnern, und am Tage schien die Sonne hell und klar, aber am Abend kam der Regen und erfrischte Pflanzen und Tiere. So war das Land reich an Wasser, an warmen Seen und Bächen, und im hohen Rohr an den Ufern tummelten sich die ersten großen Vierfüßer der Erde, doch keines von ihnen glich den Tieren unserer Tage. Da kamen zuerst die Beorys, dickhäutige Rüsseltiere, die Stammväter unserer Tapire, eine Art so groß wie ein Pferd, eine andere wie ein Schaf, eine dritte nur wie ein Hase. Und mit ihnen lebten zusammen seltsame Tiere, die Toas, halb Tapir, halb Reh, schlank und fein, ohne Rüssel, wahrscheinlich die Stammväter der Wiederkäuer. Und reichlich Nahrung lieferten ihnen die saftigen Uferpflanzen, die Wassernuss, die Lotusblume, die hohen Gräser und die süßen Knospen der Bäume. Aber woher kamen diese Tiere? Kamen sie von einem großen Erdteil Atlantis, der einst zwischen Europa und Amerika gelegen, heute im Atlantischen Ozean begraben liegt? Oder von einem nordischen Kontinent, Arktis, oder von Osten, von Asien her? Und die Geschlechter der Beorys und Toas lebten viele Jahrhunderte, da verschwanden sie, und andere traten an ihre Stelle. Jetzt kam die Zeit, da feuerflüssige Massen aus dem Erdinnern die Kalkfelsen unserer Alb durchbrachen, und ihre Lava über sie ergossen, und weithin leuchteten oft in der Nacht diese Feuerherde. Und nun erschien eine Tierwelt auf unserer Alb, so mannigfaltig, so großartig, wie man sie sich nur im Paradiese zusammendenkt, und wie sie heutzutage kaum noch in den Urwäldern und an den Seen von Borneo und Sumatra zusammenlebt. Und wir finden ihre Gebeine in der Erde, von manchem derselben in großer Menge, und sie geben uns sicheres Zeugnis, dass sie hier auf der Alb viele, viele Jahrhunderte ihren Wohnsitz gehabt. Da lebte ein Affe im Walde, fast so groß wie ein Mensch, dem menschenähnlichen Orang-Utan in Borneo am nächsten verwandt. Der baute sich Nester aus Zweigen und Laub auf den Freigenbäumen und Mandelbäumen und Brotfruchtbäumen, und lebte von ihren Früchten. Und mit ihm kletterten in dem dichten Gezweige des Waldes andere Affen, ein schlanker Gibbon und ein lustiger Querezza und wohl viel andere Vierhänder mehr, von denen keine Reste auf unsere Tage gekommen. Aber das großartigste Tierleben finden wir an den warmen Seen der Alb. Dort lebten die Ungeheuer des Landes, denn es war die Zeit, wo die großen Dickhäuter, der Manzao und der Gomari, auf der Erde erschienen. Und der Manzao war der Stammvater der Elefanten, und die Erde zitterte unter dem Koloss, denn seine Höhe war zwei und seine Länge drei Mannslängen. Und er hatte lange Stoßzähne wie unsere Elefanten von heute, aber seine Kauzähne waren hügelig wie die des Schweines. Und mit ihm lebte der Gomari, ein anderes dickhäutiges Rüsseltier, fast von gleicher Größe. Aber seine mächtigen Stoßzähne stecken im Unterkiefer und waren nach unten gebogen, wie bei keinem Säugetier der Jetztwelt. Und seine Nahrung und sein Treiben war nach Art des Nilpferdes. Den ganzen Tag lag das Ungetüm nahe dem Ufer ruhig im Wasser, nur seine mächtige Schnauze mit den Naslöchern ragte heraus, denn es hatte seine krummen Hakenzähne an den Baumwurzeln eingehakt, die in das tiefe Wasser hineinwuchsen. Und weiter lebten an den Seen der Alp mächtige dickhäutige Nashörner, viererlei Arten und Tapire und Sikas, die Stammväter der Schweine. Während des Tages nun, wenn die Sonne heiß brannte, lagen diese Tiere träge im Wasser und Schlamm des Alpsees. Ruhig und friedlich glänzt der Wasserspiegel. Auf den breiten Blättern der Seerosen sonnen sich langschwänzige Alligatorschildkröten. Zwischen Schwertlilien und Sparganien schleicht langsam eine Natter nach einem Frosche hin, der dort mit klugen Augen aus grünen Wasseralgen hervorlugt. Langbeinige Flamingos und Ibisse warten am Ufer zwischen hohem Kolbenrohr und auf den Sumpfzypressen hoch über dem Wasser, sitzen in Reihen schwere Pelikane und putzen bedächtig ihr fettglänzendes Gefieder. Und von Zeit zu Zeit erhebt sich einer der plumpen Vögel und stürzt sich kopfüber hinunter in die klare Flut, um im nächsten Augenblick mit einem zappelnden Barben im Schnabel wieder aufzutauchen. Aber wenn der Abend kommt, so wird es unruhig am See. Da erheben sich langsam die schweren Dickhäuter, die Mansaus und die Gumaris, die Nashörner, die Tapire und Sikas, eines nach dem anderen, und steigen schnaubend und prustend an den morastigen Ufern herauf, schütteln sich und spritzen Wasser und Schlamm weithin, und dann geht es fort mit breitem, schweren Tritt in den Wald hinein, auf Nahrung, in den Wald von immergrünen Eichen, Ahorn und Feigenbäumen. Und jedes Tier hat seinen gewohnten Pfad. Wehe aber, wenn eines den Pfad des anderen betritt. Dann stürzt sich dieses auf den Eindringling, und sie schlagen sich mit ihren furchtbaren Rüsseln und Stoßzähnen und Hörnern, daß die Erde erbebt. Und der Wald erdröhnt von ihrem Gebrüll. Aber es gab auch schöne Auen auf der Alb zur selben Zeit und üppigen Graswuchs an Hügeln und Talseiten durchs ganze Jahr. Hier weideten in der Abendkühle die flinken Runas, die Stammväter unserer Pferde, und die Mundjacks, die Stammväter unserer Hirsche, zusammen in Herden, bunt gemischt, wie heute noch die Zebras mit den Antilopen in Afrika. Es ist nahe Sonnenuntergang. Lustig trabt ein solches Rudel dort den Hügel hinunter zum Bach, zur Tränke. Sie nahen einem dichten Lorbeergebüsch. Schon sind die vordersten, einige Runastuten und Mundjagdtiere, daran vorüber. Da ertönt ein Gebrüll, und auseinanderstiebt das ganze Rudel nach allen Seiten. Vor uns aber steht ein kolossaler Wolf oder Bär, oder was ist es sonst, und hält ein Runafohlen unter seinen Pratzen. Das ist der furchtbare Thorquah, der grausame Beherrscher jener herrlichen Tropenwälder, in der Tat nach Bau und Zähnen ein Mittelding zwischen Bär und Wolf, aber größer, weit größer als ein Tiger. Aber es lebten noch viele andere, kleinere Tiere zu jener Zeit auf unserer Alb. Eine Gattung, die man mit unserem Dachs, eine andere, die man mit dem Hamster, wieder eine, die man mit dem Siebenschläfer vergleichen kann. Und auch diese kleinen haben böse Feinde. Eine Riesenschlange, die steif von einem Baumaste herabhängend, selbst einem Baumast gleichend, auf die vorübergehenden Tiere lauert, und eine große Brillenotter, die, zwischen Farnkräuter versteckt, blitzschnell hervorschießt auf die unvorsichtig nahenden. Ein Biss, ein lähmender Schrecken, matt und zitternd, hüpft der Hase weiter, noch zehn, zwanzig Schritte. Ruhig, sicher ihres tödlichen Giftes, schleicht die böse Schlange ihm nach. Der Hase stürzt, zuckt krampfhaft, streckt sich und verendet. Und hinunter schlingt ihn die hässliche Otter. Also Schmerz und Tod auch schon in jener Zeit, in jenem herrlichen Lande. Doch genug. Lange, lange Jahrtausende wohl dauerte jene mannigfaltige, großartige Tierwelt, jene prächtige Pflanzenwelt auf unserer Alb. Aber noch war der Mensch nicht da, der sich der schönen, großen Natur hätte freuen können. Und ihre Tage gingen vorüber. Aber jetzt kam eine andere Zeit. Fragt nicht, vor wieviel tausend Jahren. Niemand weiß es. Und das war eine harte Zeit. Da wütete das Feuer überall im Innern unseres Planeten, und es warf empor die Hochgebirge, und es türmten sich auf, hoch zum Himmel, höher, weit höher, als sie heute sind, die Schweizer Alpen und die Gebirge von Grönland und Norwegen, die Pyrenäen, der Kaukasus, der Himalaya und die Kautilieren. Und diese Hochgebirge bedeckten sich mit Schnee, mit ewigem Schnee, denn sie reichten hinauf in die kalten Höhen des Luftmeeres. Und der Schnee wuchs zu Riesenbergen auf den Bergen, bis er herunterstürzte in Lawinen durch sein eigenes Gewicht nach der Ebene zu. Und er erstarrte an den Hängen zu Eisgletschern, und diese schoben sich vor, meilenweit hin über die Länder am Fuße der Gebirge und in die Meere und erkälteten Luft und Wasser auf der Oberfläche der Erde. Da ward es kalt, eisig kalt in Deutschland. Und die Gletscher reichen von den Schweizer Bergen weit herein nach Bayern und Oberschwaben, und ein kaltes Meer voll schwimmender Eisberge bedeckte ganz Norddeutschland. Da wurde auch unsere Schwäbische Alb ein Schneegebirge, und Palmen, Zypressen und Feigen und Mandelbäume erfroren, und mit ihnen ging die ganze schöne Tierwelt jener alten Zeit zugrunde, bis auf wenige Reste, die sich den neuen Verhältnissen anbequemen konnten. Flechten und Zwergbirken und kleine Weiden und Mose bedeckten jetzt die Hochfläche der Alb wie heute in Grönland, und statt der munteren Runas und Mundjacks erschienen schwerrufige Renntiere und Moschus-Ochsen und weideten das spärliche Gras auf der trostlosen Ebene, und der Luchs und der Fjellfras, der sie heute noch am grönländischen Gletscher jagt, verfolgte sie auch hier. Ihnen und dem Murmeltier und dem weißen Alpenhasen genügte der kurze nordische Sommer, dem der lange, traurige Winter folgte. Eintönige Waldungen von Kiefern und Eiben bedeckten jetzt unsere Gebirgsabhänge, Erlen, Eichen und Weiden, die Täler. Aber in diesen Wäldern und Tälern hauste trotz der Kälte eine großartige Tierwelt, der kolossale Höhlenbär, der mächtige Höhlenlöwe, die Höhlenhyäne, der rothaarige Mammutelefant, ein Nashorn, freilich alle mit einem dicken Wollpelz bekleidet, so dann große Wiederkäuer, der Wiesent, der Urstier, der Riesenhirsch und das Elen. Breite Pfade von diesen Ungeheuern getreten, zogen sich durch die sumpfigen Täler hin in die Waldgebirge hinein, aber die Pfade kreuzten sich schon mit anderen Pfaden, den Pfaden von Menschen. Denn jetzt, in dieser kalten Zeit, tritt zum ersten Mal der Mensch in Europa auf. Er lebte in Höhlen, die er sich grub, und in solchen, die er im Gebirge vorfand. Und die Felsenhöhlen unserer Alb waren wohl seine ersten Wohnstätten hierzulande. Aber es war ein anderes Menschengeschlecht, in Aussehen, Bau und Sprache, uns ganz unähnlich, dem heutigen Lapländer zu vergleichen, wohl von derselben Rasse, nur wilder als dieser. Es war ein raues Jägervolk, ohne Haustiere und ohne Metall, das mit Feuersteinwaffen den Höhlenbären bekämpfte und von seinem Fleische, von dem der Renntiere, von Fischen und von Wurzeln und Bären sich nährte. Woher kamen diese Ureuropäer? Standen sie nicht mit jenen Tieren, von denen sie sich nährten, von Norden und Nordrosten her? War nicht der Norden jetzt zu kalt geworden für diese Tiere und für diese Menschen und fanden sie nicht jetzt in Deutschland ihr nordisches Klima wieder? Das war die Eiszeit. Und wieder kam eine andere Zeit, lange, lange nachher, da waren die schnell gehobenen Hochgebirge allmählich wieder gesunken, wohl auf die halbe Höhe, und der Schnee wurde weniger und weniger auf ihnen. Denn warme Lüfte wehten über unsere Schweizer Alpen hin vom Süden her. Und von Mittelamerika herüber kam ein warmer Meeresstrom und schmolz die Schneemassen von Nordeuropa. Und die Eisgletscher zogen sich zurück, und die Täler wurden frei von der kalten Luft, und der Erdboden konnte wieder atmen und Pflanzen sprossen, und ein freundlicheres, wärmeres Klima kehrte zurück nach Europa und führte hinüber in ununterbrochener Dauer zu dem heutigen. Und es begann eine lange Einwanderung, eine jahrhundertelang dauernde Einwanderung von Pflanzen und Tieren von Süden und von Osten, von Asien her und Laubbäume, Buchen, Eschen und Ahorne und Linden erschienen wieder erst einzeln, dann immer häufiger in den düsteren Eiben und Föhrenwäldern unserer Bergabhänge. Dazu eine mannigfaltige Flora von Gebüschen und niederen Pflanzen, und mit ihnen neue Insekten, die den neuen Pflanzen angehörten, und mit den Insekten die Vögel, die von ihnen lebten, die Rotkehlchen, die Schwarzköpfe und die Nachtigallen und der Kuckuck, aber auch ihre Feinde, die Sperber und die Falken und die Habichte. Und bald sah man auch da und dort in den Wäldern und in den Tälern einzelne Edelhirsche und Rehe, die von Osten von Asien her vorrigten, und mit ihnen kam ein neuer Bär, kleiner als der Höhlenbär, derselbe, der noch heute in Russland, in der Schweiz und in Siebenbürgen lebt. Jetzt, mit den neuen Tieren und Pflanzen, erschien auch ein neues Menschengeschlecht in Europa. Es war eine weiße, höhere Menschenrasse mit Metallwaffen. Aber die alten Pflanzen und Tiere und die alten Höhlenmenschen konnten nicht bestehen neben den neuen. Wie die Eibe durch die Buche, das Renntier durch den Edelhirsch, so wurde jener Mensch mit dem Steinbeil verdrängt von den neuen Menschen mit dem Metallschwert. Wie heutzutage drüben in Nordamerika der weiße Einwanderer aus Europa einen Vertilgungskampf kämpft gegen die eingeborenen rothäutigen Indianer, so mag wohl in jener grauen Vorzeit in Europa, in Deutschland, überall auf unseren Gefilden und Bergen der Kampf zwischen dem gelben Ureuropäer und den wohl von Osten eingewanderten weißen Menschen gewütet haben. Aber was wissen wir denn überhaupt von jenem europäischen Urvolke, das in unseren Höhlen lebte? Sehr wenig und doch auch sehr viel. Zwar in den Geschichtsbüchern, welche doch manches Jahrtausend zurückreichen, steht kein Wort von ihnen. Auch keine Sage im Volke reicht zu ihnen hinauf. Und dennoch haben wir Urkunden von ihnen so deutlich geschrieben wie die Bücher und vielleicht untrüglicher als sie. Das sind die merkwürdig bearbeiteten Knochen und die Rentiergeweihe und Feuersteine und Tonscherben, die Waffen und Gerätschaften jener Höhlenmenschen, die wir im Lehm unserer Höhlen finden und nicht etwa nur in unseren Deutschen, sondern auch in denen von Frankreich, Belgien, England und anderen Ländern. Jahrtausendelang mussten diese Reste da begraben liegen, um endlich der Jetztzeit, die sie zu entziffern versteht, lautes Zeugnis abzulegen über das Leben und Treiben jener ersten Bewohner unseres Erdteiles. Von diesem uralten Volke und seinem Untergange im Kampf mit den neuen Einwanderern habe ich euch eine merkwürdige Geschichte zu erzählen. Ende von Einleitung Abschnitt 1 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Vor der Höhle Es war vor tausend und Abertausend Jahren. Die Eiszeit, die wir oben erwähnt, war an ihrem Ende, die Erde wieder wärmer, die Sonne mächtiger geworden. Aber noch war unser Deutschland ein unwirtliches Land, denn noch herrschte die wilde Natur aller Orten, und der damalige Mensch, der Höhlenmensch, griff in sie kaum anders ein, als das Raubtier, mit dem er kämpfte. In dieser alten Zeit war es, da sehen wir im Geiste an einem warmen Frühsommernachmittage auf dem freien sonnigen Platze vor dem Eingang einer unserer Alphöhlen, die jetzt einsam und verlassen im Waldesdüster verborgen liegt, ein galustiges munteres Treiben. Nackte, gelbbraune Kinder mit schwarzen, struppigen Haaren kollern auf dem weichen Grasboden herum. Auf einem jungen Bären reitet ein mutwilliger Knabe und schlägt mit einem Tannenzweig auf ihn los, während ein anderer ihn an einer Wald rebe, die er um seinen Hals geschlungen vorwärts zerrt. Dort liegt ein zahmer Wolf, neben ihm ein etwa vierzehnjähriger Junge, der im Kopf und Nacken streichelt, während das Tier ihm gutmütig das Gesicht leckt. Andere Knaben jagen sich in den Ästen eines uralten Eibenbaumes herum, der etwas im Hintergrunde nahe dem Eingang der Höhle steht und dessen schwarz-grün glänzender Nadelwald sich scharf von dem grauen sonnebeschienenen Felsen abhebt. Aufrecht springt dort einer auf einem waagerechten Aste hinaus, die Arme als Gleichgewicht halter weit ausgestreckt. Jetzt wird der Ast zu dünn, um ihn zu tragen, und wie der Blitz lässt er sich herunter, ergreift ihn mit beiden Händen, hängt freischwebend in der Luft und schwingt sich im nächsten Augenblick hinab auf einen anderen tief unten, den er ebenso geschickt erfasst und von dem er in einem mehrere klaffter tiefen Sprunge hinunter hüpft auf den Boden und hinein in die Höhle. Mit lustigem Lachen ein zweiter, dritter, vierter Knabe ebenso schnell hinter ihm drein. Aber nicht lange, so kommen alle wieder aus der Höhle hervor, jeder eine Art Beutel aus Tierfell mit hölzernem Griff in der Hand. Es waren Schleudern, wie wir sogleich sehen werden. Links vom Eingang der Höhle gegenüber der Eibe stand eine knorrige dicke Eiche hart am Abgrund und nur eben noch in den Spalten des Felsens wurzelnd. Die meisten Äste waren dürr und starrten kahl in die blaue Luft hinaus. An diesen Ästen hochdroben hingen höchst merkwürdige Zieraten, zuoberst ein mächtiger Höhlenbären Schädel mit grinsenden Zähnen, an einem anderen Aste ein toter Uhu und weiter draußen ein Habicht. Höher oben baumelte eine Wildkatze, an ihren dicken buschigen Schweife aufgeknüpft, einige Schritte davon ein Fuchs, lauter Jagdzeichen, und zwar solche, die zur Nahrung nicht taugten. Nach ihnen hinauf blickten jetzt die Knaben. Jeder legte vor sich einen Vorrat von runden Kieselsteinen von der Größe einer starken Kinderfaust, die sie stundenweit unten im Tale zu diesem Zwecke sich geholt, denn sie fanden sich nirgends dort herum auf der Alb. Das Werfen mit der Schleuder begann, zuerst nach dem Bärenschädel, den keiner fehlte, dann nach den höher aufgehangenen Tieren, wobei hin und wieder ein schöner Kieselstein, zum schweren Ärger des Schützen und zum Spaß der Übrigen, an dem Ziele vorbeisausend, weit über den Abgrund hinaus ins Tal flog. Nicht weit davon spielen kleine Mädchen mit einem zahmen jungen Rentier. Lustiges, übermütiges Geschrei ertönt von allen Seiten. Ein großer Kolkrabe und eine Dole spazieren gravitätisch einher. Der Rabe trägt kleine Steinchen und Topfscherben zusammen. Jetzt sieht er einen Knochen, an welchem noch Fleischreste hängen, Überbleibsel einer Mahlzeit. Rasch hüpft er damit in eine Ecke, fasst ihn dort mit den Krallen und nagt ihn vollends ab. Die Dole ihm nach, immer in achtungsvoller Entfernung. Im Hintergrunde näher der Höhle zu, kauert mit untergeschlagenen Beinen eine Anzahl Frauen um einen großen Aschenhaufen, aus welchem hin und wieder ein Flämmchen emporzüngelt und über dem sich in ziemlicher Höhe auf vier hohen Freipfosten ein einfaches, aber dichtes Dach aus Flechtwerk erhebt, zum Schutz gegen den Regen. Die Gesichtsfarbe der Frauen ist gelblich, die Augen etwas schief liegend, schwarz, halb geschlossen. Ihre straffen schwarzen Haare hängen in einem Knoten zusammengeknüpft über den Nacken herunter. Sie sind bekleidet mit Rentierfällen, welche vorn zusammengenäht Arme und Füße sind nackt. Einige haben kleine Kinder an ihrem Busen, die, so klein sie sind, mitunter ihre Köpfchen drehen und wie junge Äffchen mit großen, klugen, unruhigen Augen das Treiben der älteren Kinder verfolgen. Laut unterhalten sich die Weiber in einer schnarrenden Sprache, sie gestikulieren mit den Händen und verzerren oft seltsam ihr Gesicht. Bald lachen sie, bald klingt der Ton wieder weinerlich. Jetzt schweigen sie plötzlich und alle blicken nach dem Fuß der alten Eibe hin. Auch die fröhlichen Knaben und Mädchen halten ein in ihrem Spielen und es herrscht auf einmal lautlose Stille. Dort unter der Eibe erhebt sich keuchend und ächzend ein altes Weib. Eine sonderbare Erscheinung. Der weit vorwärts geneigte Kopf ist mit langen schneeweißen Haaren bedeckt, die beinahe bis zum Boden herabfallen. Die mageren, braunen, runzligen Arme sind auf Stöcke gestützt. Das Gesicht ist wunderbar fahl und verzogen, das Kinn steht weit vor und die langen weißen Augenbrauen reichen fast bis zu ihm herab. Die Augen sind tief eingefallen und scheinen fast ganz geschlossen, so dass man sie für blind halten könnte. Über die Schultern hängt ein weißes Wolfsfell, eine seltene Farbe, die bei diesem Parre, die Urahne der hier versammelten Familie. Langsam tappt sie über den freien Platz vor der Höhle bis an den Rand, wo der steile Fels jäh ins Tal abfällt. Dort erhebt sie die Krücke in der rechten Hand gegen den Himmel nach der eben untergehenden Sonne zu. Sie murmelt eintönige Reime in melancholischen, halb singenden, halb sprechenden Tönen, und wenn sie eine Reimkehr vollendet hat, fallen die Weiber und Kinder ein in demselben Ton und klatschen in die Hände. Es ist das Abendgebet an die scheidende Sonne. Tief gebückt humpelt die Alte mit schwerem Tritte zu ihrem Sitze unter der Eibe zurück und neigt wieder ihren Kopf wie zu träumenden Sinnen tief herab. Jetzt kommt aufs Neue lebhafte Bewegung in das muntere kleine Völkchen. Der Platz wird notdürftig gesäubert und von allen zusammen ein Kreis gebildet. Ein junger Bursche von etwa 18 Jahren bringt ein eigentümliches Instrument, ein Stück von einem ausgehöhlten Baumstamm, über dessen obere runde Öffnung ein enthartes Tierfell gezogen. Er stellt es neben die Alte an der Eibe, kauert dahinter nieder, nimmt es zwischen die Knie und beginnt mit den Ballen der Hände in kurzem hackendem Takt auf die Trommel loszuhämmern. Hinter ihn stellt sich ein anderer Röhrenknochen, offenbar von einem Vogelflügel, auf welchem er aus Leibeskräften bläst, zwar immer denselben Ton, aber in erträglich festem Takt mit dem Trommler. Mit einem melancholischen, näselnden, nur in wenigen Tönen ohne Worte sich bewegenden und sich immer wiederholenden Gesang fallen die Weiber ein, die Alte klatscht in die Hände und der allabendliche Tanz beginnt. Zuerst hüpft ein lustiger Junge mit wallendem Haar aus der Höhle heraus mitten in den Kreis hinein in einem höchst eigentümlichen Aufzug. Er trägt einen Gürtel von Tannenzweigen über seinem kurzen Pelzrock. Um seinen Kopf windet sich ein Kranz von Efeu und an den Ohren hinauf stehen die zwei schönen blauen Flügel des Eichelhers. Über seine linke Schulter hängt und in der rechten Hand hält er eine Anzahl Haselnuss Pfeile. Kaum ist er im Kreise erschienen, so springt auch sein Wolf zu ihm herein. Der Knabe beginnt den Tanz, langsam, kurz, mit hochgehobenen Knien stampfend, immer zugleich auch Arme und Hände hoch in der Luft, in entsprechender Bewegung. Er beugt sich nieder, er hebt sich wieder, er nähert sich bald diesen, bald jenem im Kreise und fuchtelt mit seinen Pfeilen vor ihren Gesichtern herum. Immer schneller wird das stampfen, immer heftiger ertönt die Trommel, plötzlich, mit einem ungeheuren Satze, springt er über einige Mädchen, welche sich scheu ducken hinweg, aus dem Kreise hinaus. Der Wolf, der indes immer knurrend im Kreise herumgegangen, ihm nach. »Wasser, Rulermann, Wasser, Rulermann«, das heißt Bravo, Rulermann, riefen alle Kinder. Doch schon erschienen neue Tänzer, drei Mädchen mit kurzem Federröckchen bekleidet, Brust und Schultern mit frischen Eichenzweigen geschmückt, ihr langes schwarzes Haar, auf dem Kopf mit einem Kränzchen gelb leuchtender Schlüsselblumen zusammengehalten, fiel weit herab und flatterte lustig im Winde. Sie begannen einen Reigentanz, sich an den Händen fassend vorwärts und zurückhüpfend. Die beiden Äußeren schwangen rote Sträuße von Seidelbast und schlugen damit neckend nach den Kindern im Kreise. Zuletzt warfen sie ihre Blumen der Alten in den Schoß und verschwanden unter den Zuschauern. Noch einige Tänzer traten auf, da wurde plötzlich das heitere Treiben durch einen schrillen Pfiff vom Tale herauf unterbrochen. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heimkehr der Männer Es war bei aller zeitweilig ausgelassenen Freude ein schweres, hartes, unruhiges Leben, das Leben dieser Ureuropäer, die sich selber Eimats, das heißt Menschen, nannten. Wie bei den Raubtieren, so wechselten bei ihnen Hunger und Überfluss miteinander ab. Jagd und Kampf mit der Tierwelt war die bald heitere und lohnende, bald gefährliche und unersprießliche Beschäftigung der Männer. Da das Wild in der Nähe ihrer Wohnstätte natürlich selten war, oft wohl auch ganz verschwand, mussten sie weite Jagdzüge unternehmen und die Beute oft tagereisenlang mühsam nach Hause schleppen. So kamen auch an jenem Abend die Männer der Tulka-Höhle, so hieß sie unter den Volksgenossen, von einem fernen Jagdzuge nach Hause. Von ihnen, vom Tale herauf, erscholl der schrille Pfiff, der das Tanzen der Kinder unterbrach. Viele Pfade führten hinab durch den Wald in das Tal, am Nord- und Westabhange steil und gerade wie unsere Holzrutschen, ein anderer aber am Südabhange des Berges war ziemlich breit und hatte viele Windungen. Oben an seiner letzten Biegung lag eine gute Quelle, auf der Alb eine Seltenheit und daher hoch geschätzt. Diese lieferte durchs ganze Jahr den Wasserbedarf, obgleich für den Notfall und für den Winter das Tropfwasser der Höhle, wie wir später sehen werden, genügen konnte. Nach dieser Quelle, die etwa fünf Minuten von der Höhle entfernt nach Süden lag, drängte sich jetzt die ganze Schar von Frauen und Kindern, die Knaben in wildem Rennen voraus. Nur die alte Parre, die Urahne, blieb ruhig vor der Höhle bei der Eibe sitzen. Dort, den breiten Fußweg herauf, waren die Väter zu erwarten, wenn sie Beute brachten. Es war indes dunkel geworden, und man konnte von oben herunter die Männer nicht sehen, auch hörte man nicht ihre immer leisen Tritte. Die Frauen und Kinder oben am Brunnen verhielten sich still, denn es konnten auch Feinde sein, die sie überfielen, und so sehr war dieses Naturvolk von Jugend auf beständiger Gefahren gewärtig, dass man schon die Kinder, sobald sie von der Höhle entfernt waren, und vollends bei Nacht an vorsichtiges Stillesein gewöhnte, wie der Wolf, wenn er auf Raub auszieht, seine gierig gilfenden Jungen durch Bisse zum Schweigen bringt. So lugten die vielen dunklen Augen erwartungsvoll durch den finsteren Wald hinunter. Einer aber der Knaben, der mit dem Wolf Rulaman, das Rul, der Sohn, konnte nicht länger an sich halten. Rulaba, das heißt Rul, mein Vater, schrie er laut in die Nacht hinein, und Rulaman antwortete sofort eine Männerstimme von unten. Jetzt wussten alle, dass es die Väter waren, und nun stürmten die Knaben jubelnd die breiten Zickzack Wege hinunter ihnen entgegen. Bald waren alle oben an der Quelle, die Männer kräftige, gedrungene Gestalten von untersetztem Körperbau trugen kurze Röcke aus Rentierfellen mit einem Gurt zusammengehalten. Dicke schwarze Haare quollen unter der runden Fellmütze hervor, die den Kopf bedeckte. Das gelbbraune Gesicht war bartlos. Einer derselben, ein besonders starker Mann, der bei seinem Volke für schön und stattlich gelten musste, trug über die Schultern einen Kragen von weißem Wolfspelz. Er führte Rulaman an der Hand. Es war Rul, der Häuptling der Tulka-Höhle. Nun begann ein Schreien, ein Fragen und ein Hin- und Herrennen, wie wenn zuvor abgesperrte Lämmer zu ihren Mutterschafen gelassen werden. Fünf Tage waren die Männer draußen gewesen, auf einem Jagdzug nach Nordost, das warme Tal des Norgeflusses hinunter, bis an den Twobah, das heißt Mammutsee, und sie kamen fast leer heim. Kein fettes junges Twobah, kein Kalb vom Urstier, nur ein Korb voll großer Hechte, ein Schwan, eine Wildgans und eine Fischotter, dies war die ganze Ausbeute. Traurig blickten sie drein, denn sie wussten, dass die frischen Fleischvorräte zu Hause aufgezehrt waren. Aber die Freude der Kinder über die Rückkehr der Männer wurde dadurch nicht getrübt. In langem Zuge wanderte man vollends hinüber zur Höhle, wo die Alte kurz über den schlechten Erfolg verständigt wurde. Brummend erwiderte sie einige Worte und brach dann in ein grelles, höhnisches Gelächter aus. Sie hatte den schlechten Ausgang vorausgesagt und freute sich nun, dass sie Recht behielt. Schnell wurde von den Weibern das glimmende Feuer am Eingang der Höhle zu Flammen angefacht, die Fische gebraten und ohne Sorge um die kommenden Tage verzehrt. Der Schwan und die Fischotter wurden sorgfältig abgezogen, die Eingeweide herausgenommen und dann die ganzen Tiere, wie sie waren, auf einem hohen Roste über dem Feuer dürr gemacht, ebenso die Bälge von beiden, welche später mit Fett eingerieben als Kleider dienten. Frauen und Kinder zogen sich zurück in die Höhle, aber die Männer blieben noch lange außen bei der alten Parre sitzen, denn wichtige Dinge hatten sie ihr mitzuteilen. Sie hatten am Twobasee sehr merkwürdige Hütten entdeckt, neu gebaut, aber ohne Bewohner. Es waren große Blockhäuser aus behauenen Baumstämmen, wie man sie mit Feuerstein-Äxten nicht herstellen konnte. Auch Boote fanden sie, nicht sogenannte Einbäume, das heißt aus einem großen Baumstamme ausgehöhlt, sondern aus behauenen Dielen kunstreich zusammengefügt. Ein den Tulka verwandter Eimatstamm, der in der Nähe des Twobasees wohnte, erzählte ihnen, dass ein Volk mit weißen Gesichtern und weichen Kleidern aus Fellen genäht, wie kein Tier sie hat, diese Hütten und Kähne gebaut, dass sie einige Monate lang wegen der Jagd auf die Twobah am See gelebt und viele erlegt hätten, von welchen sie aber nur die langen krummen Stoßzähne mitgenommen. Sie seien freundliche Menschen und hätten ihnen kleine glänzende Ringe geschenkt. Sie führen schreckliche Waffen, Speere mit glänzenden harten Spitzen und so scharf, dass sie leicht das dicke Fell des Twobah durchbohren. Ebenso glänzend und scharf seien ihre Pfeilspitzen und ihre Bogen schießen doppelt so weit als die der Eimats. Besonders aber tragen sie armlange, spitze, breite und prächtig glänzende Messer an der Seite, so klar, dass man sich selbst darin sehen könne, wie in einem Wasserspiegel. Mit diesen Messern hauen sie mit einem Hieb einem Rentierkalbe den Kopf ab. Um Bäume zu fällen, haben sie Äxte, nicht von Stein, sondern so schön und glänzend wie ihre Messer, und mit diesen können sie die größten Baumstämme glatt machen oder in dünne Stücke spalten. Auch haben sie große zahme Tiere wie Wölfe, Junge und Alte, so klug, dass sie des Nachts ihre Hütten bewachen und heulen, wenn ein Fremder nur in die Nähe komme. Sie haben versprochen, im Herbst wiederzukommen und ihre Frauen und Kinder mitzubringen. Dies und noch vieles andere erzählten Ruhl und die Männer der alten Paare. Aufmerksam und schweigend hatte sie zugehört. Dann rief sie, »Wehe! Wehe über uns! Das sind die weißen Kalats, die vom Aufgang der Sonne kommen. Ich kenne sie. Mein Vater ist ihnen auf einem langen Jagdzug weit nach Morgen hin begegnet. Er hat mit ihnen gejagt, und sie haben ihm zum Abschied ein glänzendes Messer aus Sonnenstein geschenkt. Aber er hasste und fürchtete sie, denn sie schlachten und essen ihre Feinde. Und sie sagen, die braunen Eimats seien Kinder der Erde, die weißen Kalats aber Kinder der Sonne. Und wahrlich, die Sonne ist nahe bei ihnen und kommt aus ihrer Heimat. Ihre Haut ist weiß und leuchtet wie Schnee, ihre Haare sind braun und wellig wie ein hüpfendes Bergwasser, und ihre großen Augen blicken ohne Schmerz ihre Mutter die Sonne an, die unseren Augen wehe tut. Und ihre Arme und ihre Beine sind stark und nie müde, nie leiden die Kalats Hunger, denn sie leben von Körnern, von Pflanzen, die alle Jahre in Menge wachsen, und in der Zeit der kurzen Tage, wenn unsere Glieder erstarren wie Eis, müssen unsere Männer die Renntiere jagen und den Urstier, aber die Männer der Kalats sitzen zu Hause am Feuer und essen und schlafen, und ihre Weiber haben zwölf Kinder und unsere nur fünf, und ihre Messer und ihre Beile sind aus Steinen, die die Sonne geschmolzen, und darum glänzen sie gelb wie die Sonne. Wehe über uns, wenn sie in unser Land kommen, sie werden unsere Kinder essen und unsere Renntiere und unsere Pferde und unsere Bären erlegen, und wir werden Hunger leiden und ihnen als Knechte dienen müssen oder sterben. Es war Mitternacht geworden, eine sternlose Nacht. Düsterer, Ernst brütete über den Männern vor der Tulka, deren gelbbraune Gestalten hin und wieder vom Aufflackern eines Sparnes im gegenüberliegenden Herdfeuer grell erleuchtet wurden. Schweigend erhoben sie sich jetzt und einer nach dem anderen Schritt leise hinein in den finsteren Raum zur Nachtruhe. Nur die Alte blieb außen und hielt träumend und sorgend und murmelnd im Halbschlaf für Wache. Über ihr auf einem Aste der Eibe sitzt der Rabe. Das Geräusch der aufbrechenden Männer weckt ihn. Er krächzt schläfrig und schüttelt raschelnd sein dunkles Gefieder. Dann wird es still. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Rulamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. In der Tulka Höhle Wie alle Naturvölker heute noch und wie alle unsere Jäger, so waren auch jene alten Alpbewohner an frühes Aufstehen gewöhnt. Mit der aufgehenden Sonne wurde es lebendig in der Tulka. Nur sechs Männer bewohnten dieselbe mit ihren Familien, alle Söhne eines Vaters. Aber da sie meist mehrere Frauen hatten, so belief sich die ganze Bevölkerung dennoch auf etwa 50 Köpfe. Der Raum in der Höhle reichte dazu vollkommen aus. Sehen wir uns jetzt die einfache Behausung dieser ersten Bewohner unserer deutschen Lande etwas näher an. Der Eingang zur Tulka Höhle lag am Nordwest Abhange eines steilen Berges, nahe dessen Gipfel unter einem überhängenden Fels. Da war zunächst eine kleine Vorhalle, dann versperrte ein mächtiges Felsstück den Weg nach innen, so zwar, dass rechts und links ein schmaler Pfad offen blieb, weit und hoch genug, dass ein Mann eben durchschlüpfen konnte. Hinter dem Felsblock trat man einige Stufen hinunter. Der Gang wurde enger und enger und dabei höher. Er wandte sich nach rechts und dann wieder links, und großen Halle. Hier war es schon ganz finster und hier war die eigentliche Niederlassung der Bewohner, wo sie besonders vor allen Unbilden der Witterung wohl geschützt waren. Der Boden ist ziemlich eben, trocken und von der Natur selbst mit Tropfstein gepflastert. An den Wänden hin sieht man breitere und schmälere Vorsprünge, oft in langer Ausdehnung wie Galerien, dann wieder abgestürzte Felsblöcke können als Tische, andere kleinere als Bänke dienen. Diese waren vielleicht absichtlich hierher gewälzt, langsam und mit Mühe, aber man hatte Zeit damals. Die Temperatur blieb sich winters und sommers ziemlich gleich, etwa wie in unseren Kellern. Der Heizung bedurfte ihr das abgehärtete Volk nicht, so war dieser von der Natur selbst ausgestattete Raum für die Begriffe unserer Eimats eine nicht nur sondern höchst wünschenswerte Behausung. Dabei war die Decke der wenigstens dreißig Fuß hohen Halle mit großen phantastischen Tropfsteingebilden verziert, aus welchen die kindliche Einbildungskraft eines Naturvolkes sich leicht die wunderbarsten Gestalten zusammensetzen konnte. Überdies war der geräumige Felsensaal durch einzelne kurze vorspringende Felswände gleichsam in verschiedene Gemache geteilt, so recht geeignet für die verschiedenen Familien des Stammes. Von diesem großen, weiten Raume aus setzte sich die Höhle wieder zu einem Gang verengt immer nach Südost weiter fort. Nach etwa hundert Schritten bog man links um eine Ecke in eine zweite, aber kleinere Grotte, die den Eindruck eines Beinhauses machen musste. Hier lagen auf der einen Seite eine Menge Rentiergeweihe bunt durcheinander, viele noch mit dem Schädel daran, sodann lange Röhrenknochen von Rentieren und Pferden, Köpfe von Höhlenbären, einzelne Kinnbacken derselben, auch ein schöner, mehr als mannslanger Mammutzahn, kurz ein wahres Knochenmagazin. Auf der anderen Seite dieser Grotte sehen wir zunächst einen ganzen Haufen von Feuersteinknollen von der Größe einer Faust bis zu der eines Kopfes, sodann Holzvorräte, aber offenbar nicht zum Feuer anmachen, sondern zu Werkzeugen bestimmt. Dickere und wieder dünnere Stämme von Tannen, Eiben, Eichen, Heinbuchen, vom Schwarzdorn, Weißdorn, vom wilden Apfelbaum stehen hier an der Wand herum. Es sind mit Ausnahme der Tannen lauter harte und zähe Hölzer, die sich für Bogen, Wurfspieße, Axtstiele und dergleichen gut eignen. Einige besonders schöne gerade Stämmchen hängen an Waldreben von der Decke herunter, offenbar damit sie gerade bleiben. Alle sind streifenweise geschält, damit sie nicht verbaumen, wie unsere Älbler sagen, d.h. nicht durch Pilze Morsch werden. Weiterhin liegen in einer Ecke Büschel von Weiden und endlich ein ganzer Haufen von Waldreben, dicke und dünne. Diese Waldreben, unsere deutschen Lianen, waren als natürliche Seile von größter Wichtigkeit in dem Haushalt jenes Volkes. Das war die ganze Vorratskammer für ihr Gewerbe, einfach genug und doch vollkommen ausreichend und ohne Zweifel hielten sich die Tulka-Männer für sehr vorsorgliche Hausväter. Hinter diesem Magazinsraum verengte sich die Höhle, aber nach einer kurzen Strecke trat man rechts zu einer kleine Halle, die wieder andere Vorräte barg. Das war die Speisekammer für den Winter und überhaupt für Zeiten der Not. Hier waren in ziemlicher Höhe mehrere Stangen quer übergespannt, an welchen Reihen von hölzernen Haken befestigt waren, um an diesem kühlen Orte, wohin nie Fliegen oder andere fleischverderbende Insekten gelangen konnten, frisches Wild und Fleischvorräte aufzuhängen. Auch die Wände des kühlen Raumes waren überall benutzt, da stehen und hängen ringsum in den vielen weiten und engen natürlichen Nischen der Steinwände und auf den Vorsprüngen große und kleine, meist schüsselförmige Töpfe, roh und plump aus Lehm und etwas beigemengtem Sand gebildet und am Feuer gehärtet. Solche standen auch auf Stangen, die mit vieler Mühe zwei, drei nebeneinander den Wänden entlang befestigt waren und so gleichsam Bretter bildeten. In diesen Töpfen wurden die Vorräte von ausgelassenem Fett von Bären und anderen Tieren, getrocknete Beeren, Haselnüsse, Baumfrüchte, zumal Holzäpfel und Holzbirnen, gewisse Baumrinden, Kräuter und Wurzeln, Rapunzeln, Wilde Möhren, auch getrocknete essbare Pilze und Flechten, zum Beispiel isländisches Moos, das damals in Menge auf der Alb wuchs, aufbewahrt. Die Pilze und Flechten waren besonders wertvoll. Man zerrieb sie zu einer Art von Mehl, machte mit Wasser einen Teig und bug es mit Fett in Töpfen am Feuer. Aber noch sind wir mit der Beschreibung der unterirdischen Wohnung jenes Völkleins nicht zu Ende. Noch einmal verengte sich nämlich die Höhle, und immer gegen Süden weiter wandernd, gelangen wir wieder in eine Grotte, die wegen des beständig herabteufelnden Wassers zwar zum Bewohnen und Aufbewahren von Vorräten unbrauchbar war, aber umso wertvoller als nie versiegende Wasserstube, für die Fälle feindlicher Belagerung, oder auch für den Winter, wo man oft wegen des mehr als mannshohen Schnees nicht zu jener etwas entfernten Quelle am Zickzackpfade gelangen konnte. Für diesen Zweck sehen wir in den Fußboden dieses Raumes offenbar künstlich flache Wasserbecken eingehauen, und das immerwährende Tropfen in diese Becken war es, wodurch das eintönige Geräusch hervorgebracht wurde, das man schon weit vorn, bald nach dem Eingang in die Tulka vernahm. Endlich links von dieser Brunnenkammer folgte ein jäher Absturz in der Richtung nach Osten, dessen Boden bedeckt war mit knietiefem, rotem, weichem Lehm. Auch hier tropfte da und dort Kalkwasser von der Decke herunter, welches oben noch beständig neue schöne Tropfsteine absetzte, und den Lehm, den es bei seinen Durchsickern durch die Erde von oben mitgenommen, auf den Boden fallen ließ. An diesem Orte war ein wunderbares Durcheinander aller möglichen Dinge, zerbrochene oder ausgebrauchte Gerätschaften, Tierknochen, Reste von Mahlzeiten, Fetzen von Fellen und dergleichen, kurz, alles Abgenutzte und Unbrauchbare wurde dort hinuntergeworfen, wenn unsere guten Leute den Weg bis zum Ausgang der Höhle zu unbequem fanden. Und ist es nicht eine merkwürdige Fügung des Schicksals, dass gerade diese im Leben der Höhlen eingebetteten Reste uns heutzutage fast allein Aufschlüsse über jenes uralte Volk geben müssen, wie dort in Dänemark die Kirkenmöddings in der Nähe des Meeres, das heißt mächtige Kehrichthaufen, bestehend aus Massen zerbrochener Muschelschalen, dazwischen zerbrochene Feuersteinmesser und Beile, Hornspitzen und Hornnadeln, uns die einzige Nachricht geben, über ein dortiges Urvolk, das unseren Höhlenbewohnern wohl am nächsten verwandt war und auch wohl ungefähr zu derselben Zeit lebte. Doch zurück in die Wohnungshalle. Auch sie und besonders ihre Wände müssen wir uns noch näher besichtigen. Da finden wir überall in die Feldspalten, etwa manzhoch vom Boden, kürzere und längere hölzerne Zapfen und Haken eingesteckt. An den einen hängen Bogen und wohlgefüllte Pfeilköcher, letztere aus Tierfällen zusammengenäht oder aus Bast von Linden geflochten, an den anderen Steinbeile und Speere, wieder an anderen die langen Unterkiefer von Höhlenbären, diese an einem kleinen Riemen, der durch ein Loch am hinteren Ende gezogen war, ein trefflicher Spitzhammer zum Aufhacken der Markknochen, in dem der starke Eckzahn die Spitze bildete. Auch schwere Holzkeulen hingen dort. Andere Pflöcke sind schwer belastet mit Kleidungsstücken, nämlich zusammengenähten Tierfällen, und diese Fälle waren nicht starr und steif, wie man denken könnte, zwar hatten die einmalst natürlich noch keine Ahnung von Gerben, des Leders und der Pelze, aber mittels Einreibens von Fett und Tiergehirn machten sie doch alle diese Häute weich, geschmeidig und zugleich undurchdringlich für Regen. Andere Fälle, es waren dicke Bärenpelze, bedeckten zum Nachtlager überall an den Wänden herum den Fußboden. Würden wir aber endlich noch einen Blick in manche der tiefen Wandnischen werfen, so fänden wir da erst die wahren Kostbarkeiten des Haushalts. Das sind vor allem in Menge höchst merkwürdige Werkzeuge aus Feuerstein, der überall auf der Alp herum in großen Knollen sich findet. Aus diesem spröden, glasartig mit scharfen Kanten springendem Stein wusste jenes Volk durch geschickte Schlagen, gewiss oft nach vielen Fehlschlägen, verschiedene Werkzeuge herzustellen, vor allem längere und kürzere, in der Mitte ziemlich dicke Splitter mit scharfen Rändern. Dies waren ihre Messer. Viele hatten einen Griff aus Holz, einige bessere sogar aus Rentiergeweih. Einzelne sind längst der ganzen Schneide hübsch regelmäßig gezähnelt, es waren Sägen. Andere gröbere Flintstücke, endlich in Form eines Beiles, waren mit Riemen oder Bassstreifen an einem Holzstiel gebunden, auch wohl in eine durchbohrte Hornscheide gefasst. Sie dienten als Haubeile zum Holzhacken und zugleich als Waffen. In diesen Nischen finden wir weiter die verschiedensten Geräte aus Rentiergeweih und gespaltenen Knochen gefertigt. Große und kleine, dicke und dünne. Da sind starke, zugespitzte, die wohl als Dolche zum Kampf in nächster Nähe, andere, sehr feine, pfriemenförmige, einzelne sogar mit einem Öhr, die beim Nähen dienen mussten. Daneben liegen Halsbänder von glänzenden Tierzähnen. Sie sind mit vieler Mühe durchbohrt und wie Perlen an feine Lederriemen gereiht. Die meisten sind Rentierzähne, besonders geschätzt, aber waren die Schneidezähne des Pferdes, denn sie sollten dem Manne, der sie trug, die Schnelligkeit dieses Tieres verleihen. Dagegen treffen wir in der ganzen Höhle keine Spur von Metallgerätschaften, kein Kupfer, keine Bronze, kein Eisen, nur Stein, Bein und Holz geben den Eimats, den Stoff, zu ihren Werkzeugen. Endlich musste auch für die Beleuchtung der Wohnung gesorgt sein, ein Bündel Kienspäne war in der Mitte der Halle zwischen einigen schweren Steinen aufgerichtet, diese Fackel glimmte und flackerte Tag und Nacht als ein ewiges Feuer. Die Beleuchtung war freilich spärlich, doch ließ sie, wenn man einmal daran gewöhnt war, alles ziemlich deutlich erkennen, und die Lichtwirkungen an den zerrissenen und vielgestaltigen Wänden und an dem mit Tropfstein bedeckten Dache der Höhle waren höchst malerisch und erzeugten einen ewigen Wechsel von Licht- und Schattengebilden, deren Formen freilich durch beständig aufsteigende Rauchwölkchen etwas verdunkelt wurden. An diesen Gebilden mag sich jenes alte Volk schon erfreut haben. Dagegen war der beständige Rauch, der nach dem Ausgang der Höhle zuabziehen musste, schlimm genug für ihre Augen, und Augenleiden waren bei ihnen eine häufige und schmerzhafte Krankheit, und daher rührte wohl auch die Gewohnheit der Eimats, die Lieder halb zu schließen. Dies machte ihren Gesichtsausdruck, der sonst lebhaft und nicht unangenehm war, etwas blöde. Andere Zierraten, weniger poetisch, an der Sonne getrocknetes oder am Feuer geräuchertes Bärenfleisch, hingen an der Decke, auch getrocknete Fische. Während des Sommers nun diente diese innere Höhle nur für die Nachtruhe. Den ganzen Tag über, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, war man draußen. Anders im Winter, wo diese eben nicht kleine Gesellschaft oft mehrere Wochen lang Tag und Nacht hier lebte und webte, zusammen mit den zahmen Tieren, welche Überfluss und Mangel, Glück und Unglück mit ihnen teilten. Nun ist es nicht schwer, sich eine Vorstellung von dem bunten Gewimmel der Menschen und Tiere, der Großen und Kleinen in der Höhle zu machen. Da sitzt eine Gruppe von Weibern beim Feuer, die mit den Beinpriemen mittels Tiersehnen als Faden an Fällen nähen und mit Glättbeinen auf einem flachen Stein wie heute noch die Lappen die harten Nähte glatt bügeln und dabei sich aufs Lebhafteste über ihre Angelegenheiten, ihre Kinder, ihre Pelzkleider, ihren Schmuck unterhalten. Daneben sind einige junge Mädchen eifrig beschäftigt, das lange schwarze Haar mit großen Kämmen zu strählen. Diese sind gar kunstvoll aus hartem Eichenholz geschnitzt, haben aber nur wenige Zähne. Mark aus Rentierknochen verleiht dem etwas groben Haar Geschmeidigkeit und Glanz, und nicht wenig Mühe wird schließlich auf den großen korbförmigen Knoten verwendet, der von den einen oben auf dem Kopfe, von den anderen mehr nach dem Nacken zugetragen wird. Ein munterer junger Eimat plaudert mit ihnen und beleuchtet die Arbeit freundlich mit einem Kienspan, lobt bald den Haarknoten des einen, bald den des anderen Mädchens, um zuletzt über alle sich lustig zu machen. Hier wälzen sich lachende kleine Kinder mit jungen Wölfen und Bären auf dicken Fällen behaglich am Boden herum. Dort stehen einige Männer und erzählen sich ihre Jagdabenteuer, während andere an Feuersteinen klopfen, Wurfspieße und Pfeilschäfte glätten oder Rentier Geweiheschaben. In einer Ecke aber sitzt die alte Parre und erzählt älteren Knaben und Mädchen grausige Geschichten aus alter Zeit, von bösen Männern, die in Eulen, von bösen Weibern, die in Fledermäuse verwandelt worden, und was die Baum- und Felsengeister bei Nacht treiben, und wo die Stürme herkommen, und der Blitz und der Donner, und wie man die Giftschlangen fange, ohne gebissen zu werden, und was man tun müsse, wenn man gebissen sei, und wie man das Blut und den Schmerz bei Verwundungen stille. Aber sie weiß auch, wie man aus den weißen Bären der Mistel, die auf den Eichen und Holzäpfelbäumen wächst, den Vogelleim kocht, um Vögel zu fangen. Sie zeigt ihnen, wie man aus Waldreben, Riemen und Rosshaaren, die Schlingen für große und kleine Haartiere und für Vögel macht. Sie weiß alles. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Rulaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Rulamans erster Jagdzug Nur einen Rasttag durften sich die Männer gönnen, denn schon war die magere, gestern heimgebrachte Beute größtenteils wieder aufgezehrt, und es folgte am Abend eine Beratung, wohin ein neuer Jagdzug unternommen werden sollte. Jagdbares Wild war stundenweit ringsherum kaum mehr zu finden, wohl aber lebten auf der weniger bewohnten Hochfläche der Alp noch einige Herden von Renntieren und von kleinen wilden Pferden, während in den dichten Waldungen an den Abhängen schon einzelne Rehe, Hirsche und Wildschweine sich zeigten. Lange Ratschlagten die im Kreise um die alte Parre herlagernden Männer. Sie waren sämtlich Enkel derselben und verehrten sie hoch. Wie alt sie eigentlich war, niemand wusste es, jedenfalls über hundert Jahre. Ihr Reichtum an Lebenserfahrungen, ihre vielen Erzählungen über die Geschichte des Stammes und besonders auch die genaue Kenntnis der schädlichen und nützlichen Pflanzen und Tiere und wie sie bei Krankheiten zu verwerten seien, verschafften ihr ein Ansehen, das alle wie zu einem höheren Wesen zu ihr aufblickten. Noch hatte sie kein Wort gesprochen. Man sah nie, ob sie schlief oder zuhörte. In der Tat aber sah sie wie ein Falke und hörte wie ein Luchs. Plötzlich erhob sie etwas ihren gesenkten Kopf und murmelte »Kadde«, so nannten sie die Renntiere. Damit war die Sache entschieden. Ihr, der Alten, ging Renntierfleisch über alles und sie hasste die neuen Tiere, wie sie die seit einiger Zeit einwandernden Hirsche und Rehe nannte. Noch in der Nacht sollte aufgebrochen werden. Hinter Ruhl, dem Häuptling und Ältesten der Brüder, stand sein Sohn mit dem Wolf. Dieser trat vor und blickte fragend und bittend den Vater an. »Ja, Ruhlamann, du kannst mitgehen, aber ohne den Wolf«, sagte der Vater. Nur halb befriedigt schlich sich der Knabe fort. Bald nach Sonnenuntergang machten sich die Männer fertig. Der junge Ruhlamann war der Erste, der in Jagdrüstung auf dem Platze vor der Höhle erschien. Voll stolz trat er vor seine Urahne, die alte Parre, hin und drückte ihr die magere, knöcherne Hand. Daran erkannte sie sogleich ihren Liebling, blickte auf und lachte ihn freundlich an. »Du kommst nicht leer heim wie die Alten gestern. Du hast deiner Ahne immer fette Gimpel und gute Haselmäuse heimgebracht. Jetzt bringst du mir einmal etwas Großes mit.« Ein Pfiff des Häuptlings gab das Zeichen zum Aufbruch. Gnädig winkte die Alte mit dem Krückstock zum Abschied, und dann schrie sie noch mit gellender Stimme, »Aber wer von euch wird mir endlich meinen Sohn rächen und mir den Kopf des Buria bringen?« Dies war ein den Männern wohlbekanntes Wort. So oft sie zu einem Jagdzuge aufbrachen, rief sie es ihnen nach. Ein Höhlenlöwe, von den Eimats Buria genannt, hatte nämlich ihren Sohn, den Vater der sechs Tulka-Männer, im kräftigsten Mannesalter in einem Walde von der Spitze seiner Männer weggeholt und in seine Höhle fortgeschleppt. Das war der Kummer der Alten schon seit dreißig Jahren. Aber ohne ein Wort zu erwidern, brach die kleine Schar auf. Voran Ruhl, dann Ruhlamann, dann die fünf anderen Männer und endlich noch die zwei jungen Burschen, die bei dem Tanze vor der Höhle mit Trommel und Pfeife den Takt angegeben hatten. Jeder der Männer war mit Bogen und Pfeilen, Speer und Steinball bewaffnet. Die Speere waren mannslange, zolldicke, hübsch gerundete, rotbemalte Stangen aus Hainbuchen, mit beinerner Spitze aus Rentiergeweih. Die Pfeile waren starke Haselnussgärten, die meisten mit Feuerstein, einige auch mit Beinspitzen. Die Speere dienten zunächst als Lanzen, konnten aber auch als Wurfspieße und überdies wie Alpenstöcke zum Setzen über Gebirgsbäche und kleine Schluchten in den weglosen Bergen der damaligen Zeit gebraucht werden. Der Speer Ruhls war mit besonderer Sorgfalt gearbeitet, die Beinspitze sehr lang und überdies der rotbemalte Schaft mit schwarzen Einschnitten verziert. Dieselbe Ausschmückung zeigte der Stil seines Steinbeils. Als Häuptling trug er den seltenen weißen Wolfspelz. Einen solchen hatte auch Hohlamann als Häuptlingssohn, und auch sein Steinbeil war dem des Vaters ähnlich gearbeitet. Alle trugen Sandalen aus Tierfell, die sie mit Riemen festbanden, teils zum Schutz für den Fuß wegen der Steine, Listeln und Dornen, noch mehr vielleicht um keine deutlichen Fußspuren für Feinde und Raubtiere zu hinterlassen. Überdies hingen über ihre Schultern Seile und Schnüre aus Waldreben und Weiden und eine Anzahl breiter und schmaler Riemen aus Tierfellen. Auch die beiden Burschen führten Steinaxt und Bogen und Pfeile, doch fehlte ihnen der Speer das Zeichen der Manneswürde, den der Jüngling nach strenger Sitte erst nach Erlegung eines Höhlenbären erhielt. Beide hatten überdies schwere lederne Säcke mit Feuersteinmessern und anderen Gerätschaften gefüllt über den Rücken hängen. Still ging es durch die dunkle Nacht hin immer nach Süden, zunächst den schmalen Pfad aufwärts ins Gebirge. Als sie aus dem Walde herausgetreten, wurde zuerst die Windrichtung untersucht, indem Rohl, wie unsere Jäger heute noch tun, den Finger in den Mund steckte und in die Luft hielt. Der Wind war gut, er kam gerade von Süden, wo sie die Renntiere vermuteten. Stundenlang wanderten sie, immer einer in die Fußstapfen des anderen tretend, wie manche Raubtiere tun, wenn sie zusammen auf Beute ausgehen, über den kurzen, festen Alprasen und über Heidegründe auf der öden Fläche dahin. Hier gab es keine Pfade mehr wie im Walde. Man suchte und fand die Richtung nach wohlbekannten Zeichen, nach hervorragenden alten Bäumen, nach Felsen, Gebüschen, Waldecken und so weiter. Jede natürliche, auf dem Wege sich darbietende Deckung ward benützt. Besonders wichtig schienen für sie die großen Haselnuss- und Wacholdergebüsche, die da und dort die eintönige Ebene unterbrachen. Wo ein solches sich in der mondlosen, aber sternhellen Nacht in der Nähe blicken ließ, schritt Ruhl darauf zu und lugte und horchte, ehe er weiterging. Aber nur mit Vorsicht nahte er diesen Gebüschen, denn in ihnen lauerten auch oft der Höhlenbär und der damalige König der deutschen Tierwelt, der mächtige Höhlenlöwe, und sie überfielen von diesem Versteck aus die in der Abend- und Morgendämmerung ruhig einherweidenden Renntiere und Pferde. So spielten beständig Hoffnung auf ein Jagdtier, Furcht vor Überfall von Raubtieren, auch wohl von feindlichen Stämmen in den Herzen dieser Naturmenschen. Aber immer war es totenstill geblieben, kein lebendes Wesen rührte sich, bis plötzlich aus einem großen Wacholderbusch ein mächtiger schwarzer Vogel hervorauschte. »Kopilo, Kopilo!« schrie Ruhlamann mit heller Stimme, und schon hatte er den Bogen von der Schulter und den befiederten Pfeil darauf. Einige Schritte rannte er dem Vogel nach, man hörte noch das Schwirren der Bogensehne, dann einen dumpfen, schweren Fall. Mit lautem Jubelgeschrei schleppte der Junge den schweren, sich sträubenden und flatternden Vogel an einem Flügel daher. Es war ein prächtiger Auerhahn, dem die knöcherne Pfeilspitze mitten durch den Körper gedrungen war. Aber ernst kehrte sich der Vater zum Knaben. »Nie schießen ohne mein Gebot, und nie rufen auf der Jagd!« Dann nahm er ein Feuersteinmesser und schnitt dem Vogel den Hals ab. »Trink«, sagte er, und gierig schlürfte Ruhlamann, durstig und hungrig wie er war, das strömende, warme Blut. Dann band einer der jungen Burschen dem Auerhahn die Füße zusammen und warf ihn über seine Schulter. Der Tadel Ruhls war nur zu begründet gewesen, das zeigte sich in diesem Augenblick. Denn kaum waren sie etwas weitergegangen, so hörte man rechts in nicht so großer Entfernung ein dumpfes Stampfen und dazwischen ein höchst eigentümliches Knattern. In einem Nu lagen alle Männer auf dem Boden und spähten nach der Richtung, aus der sie das Getöse vernommen. »Gadde!«, flüsterten sie, und sie sahen jetzt deutlich einen großen dunklen Fleck auf der Ebene, der sich in rasender Geschwindigkeit von ihnen fortbewegte. Es war eine kleine Herde Renntiere, welche die Jäger sofort an dem merkwürdigen Knattern erkannten, dass die Fußgelenke dieser Tiere bei jeder Bewegung hören lassen, und dass sich bei keinem anderen Hirsche, überhaupt bei keinem anderen Tier erfindet. »Auf!«, rief Ruhl. »Es ist zu spät. Ruhlamann, du hast uns die Jagd verdorben!«, sagte er strafend zu seinem Sohne. Bereits dämmerte der Tag, kein Renntier, kein Pferd wollte sich mehr zeigen. Schon sah man in der Ferne einen hohen Tannenforst. Dort war, wie sie wohl wussten, die Grenze des Renntierfeldes. Am Rande des Forstes machte Ruhl Halt und stieß seinen Wurfspieß in die Erde. Dies war das Zeichen zum Lagern. Sofort warfen die beiden Burschen alles, was sie trugen, auf den Boden und verschwanden im Walde. Bald kam jeder mit einem Arm voll dürren Holzes zurück, aus dem sie einen kleinen Haufen bildeten. Dann bohrte einer der Männer mit einem Feuersteinmesser ein enges Loch in einen alten Baumstrunk, drehte darin einen Holzpfahl mit sausender Schnelligkeit, wie sie nur häufige Übung geben kann, bis durch die Reibung zuerst etwas Rauch, dann eine kleine Flamme entstand. Er zündete vermittelst eines trockenen Pilzzunders an und lustig flackerte bald der Holzstoß. Indessen hatte ein anderer Mann den Auerhahn gerupft und einen Holzspieß durchgesteckt. An jedem Ende ergriff nun dieser einer der Burschen, und so hielten und drehten sie den Vogel über dem Feuer. Schon nach einer Viertelstunde war er geröstet und zum Essen fertig. Dann wurde er mit einem Feuersteinmesser zerlegt und Ruhl das erste, Ruhlamann das zweite Stück zugeteilt. Doch nicht lange dauerte die Rast. Schon umsäumte das Rot des Morgens den Rand der Ebene. Für Renntiere und Pferde war jetzt die günstigste Zeit, die Zeit der Dunkelheit, vorüber. Denn ohne Hund und zahmes Pferd und ohne weitragende Geschosse konnte der Mensch bei Tag das Tier der Ebene nicht jagen. Nicht anders als wie der Löwe und der Bär seine Mitbewerber im Jagdhandwerk, musste auch er sich in der Dämmerung oder bei Nacht an die ruhig weidenden Tiere heranschleichen oder sie von einem Hinterhalt, einem Busch oder Felsen aus überfallen oder abends an den Tränkplätzen, die er ausgekundschaftet, ihnen auflauern. So konnte es sich also bis zur nächsten Nacht nur noch um eine Jagd aufs gerate Wohl im Walde handeln. Wieder ertönte, als Zeichen zum Aufbruch, der wohlbekannte Pfiff des Häuptlings mit der Knochenpfeife und hinein ging es in den noch immer dunklen Wald. Aber sicher und ohne Zaudern schritt Ruhl voran, denn er kannte auch diese Pfade meilenweit von seiner Heimat so gut wie die bei der Tulka. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kampf mit dem Höhlenlöwen Ruhl war etwa hundert Schritte im Walde gegangen, als er vom Pfade ab nach links in das Dickicht einbog. Er hieß die anderen Männer warten und nahm nur Ruhlamann an der Hand mit sich. »Hier steht ein Buria-Baum«, sagte er, und zeigte ihm eine mächtige, dicke, einzeln im Tannenhorst stehende Lerche. »Siehst du die langen, tiefen Gruben? Hier wetzt ein Buria seine Krallen schon seit vielen Jahren, und hier ist die Rinde frisch gekratzt, er war vor kurzem hier, wir müssen auf unserer Hut sein.« Dann fuhr er ernster fort. »Ich werde alt, und noch lebt der Mörder meines Vaters. Werde ich ihn noch finden, oder muss ich die Rache dir überliefern?« »Hat der Buria keine Höhle?« fragte Ruhlamann. »Der Buria hat hundert Pfade zum Jagen, hundert Quellen zum Trinken, hundert Höhlen zum Schlafen«, versetzte Ruhl ernst, »und die Kraft von hundert Männern zum Kämpfen.« Und damit ging er mit seinem Sohne zu seinen Brüdern zurück. Nach einer Stunde wegs durch den dunklen, einsamen Föhrenwald traten sie auf einen kleinen, freien Rasenplatz heraus, der rings von Wald umgeben war und durch welchen ein klarer Bach nach einer Schlucht hinabrieselte. Es war jetzt fast Tag. Knie tief warteten die Männer durch hohes, taunasses Gras zum Bache hin. Plötzlich stand Ruhl, wie vom Blitz getroffen, still. Da lag nur wenige Schritte von ihnen ein zerrissenes, noch blutendes Pferd. »Der Buria, der Buria«, flüsterten die Männer leise und ängstlich. Sofort hatten sie alle erkannt, dass nur ein Höhlenlöwe, ihr furchtbarster Feind, diese Beute gemacht und hier hatte liegen lassen. Ein Höhlenbär hätte sie mit fortgeschleppt in seine Grotte. Ruhl wandte sich nach den Männern um. Kampfeslust strahlte in seinen Augen. Für Fleisch zur Nahrung hatte der Löwe gesorgt, jedoch ihm galt es mehr. Ruhlamann aber zitterte vor Freude, und »Buria, Buria«, flüsterte er vor sich hin. Wie oft und wie viel hatte ihm die alte Parre von diesem seltenen Ungetüm erzählt, das seinen Großvater einst gemordet hatte. Nie hatte er einen gesehen. »Wo ist er? Wo ist er?«, so drängte er sich fragend an einen der Männer. Eine breite Spur führte durch das hohe Gras nach der dunklen Waldschlucht hinab, eine andere, noch viel breitere, hinein in den Wald. Auf letzterer hatte offenbar der Löwe seine Beute hierher geschleppt, hier am Bache, wie die Löwen es lieben, verzehrt und dann nach der Schlucht sich zurückgezogen. Ja, sogar seine frische Fährte fanden sie. Nicht weit vom Pferde war an einer Stelle das Gras abgekratzt oder abgetreten und die Erde bloßgelegt ohne Zweifel von den Hufen dieses Tieres, das erst hier vollends getötet worden war. In diese weiche Erde nun war eine Fährte des Löwentief eingedrückt. Sie war fast kreisrund und maß beinahe einen Fuß im Durchmesser. Eine Bärenfährte wäre länglich, eirund gewesen, mehr der des Menschen ähnlich. So war jetzt den Männern kein Zweifel mehr. Aber sollte man den Löwen verfolgen? Nicht alle waren dieser Meinung, das sah man an ihren ängstlichen Minen. Er hat sich sattgefressen und sattgetrunken, er schläft, flüsterte Ruhl. Auf, ihm nach, endlich haben wir ihn, den Mörder unseres Vaters. Denkt an die alte Parre. Keiner wird zurückbleiben. Tief sich bückend, fast kriechend wie eine Katze, schlich er auf der Spur des Löwen dahin. Aber nur Ruhlermann und drei Männer folgten ihm. Ruhl wandte sich um, sah die mutlos zurückgebliebenen und bemerkte jetzt erst seinen mutigen Knaben. Zornig und voll Verachtung blickte er jene an, ergriff dann seinen Knaben bei der Hand, drückte sie zärtlich, gab ihm aber zugleich ein Zeichen, zurückzugehen zu den anderen. Hoch klopfte das Herz des armen Jungen, aber ohne Murren gehorchte er, und mit angehaltenem Atem stand er dort und blickte seinem Vater und den Männern nach. Noch einmal wandte sich Ruhl um und machte Zeichen mit beiden Händen nach oben. Sofort stiegen alle Zurückgebliebenen, auch Ruhlermann und die Burschen, auf eine hohe alte Föhre, die in der Nähe stand, mit dicken Ästen, fast bis auf den Boden herunter. Indes waren die vier Männer in der Felsschlucht verschwunden. Eben stieg die Sonne wie ein feuriger Ball am Himmel herauf, unwillkürlich dabei aber immer seine großen, schwarzen, leuchtenden Augen nach der Schlucht gerichtet, flüsterte Ruhlermann die paar Reime des Morgengrußes an die Sonne, die er so oft von seiner Urahne vernommen. Da, plötzlich, hörte man ein donnerähnliches Gebrüll, das schauerlich aus der Waldschlucht herauftönte und gleich darauf den herzerschütternden Angstschrei eines Menschen. »Mein Vater, mein Vater!« schrie Ruhlermann erschreckt, glitt blitzschnell von den Baume herab, ergriff Steinaxt und Bogen und rannte hinunter in die Schlucht. Keiner der anderen wagte sich zu rühren. »Ruhlermann! Ruhlermann!« riefen sie ihm nach. Aber schon war er ihren Blicken entschwunden. Kaum war der Knabe einige hundert Schritte das felsige Ries hinab, da erblickte er zwei Männer, die seinem Vater gefolgt waren, atemlos den Berg herauf ihm entgegenrennend. Schon von Ferne riefen sie ihm zu, »Zurück! Zurück! Der Buria! Der Buria!« Aber er hörte nicht. Kampfwütig und voll Angst um seinen Vater stürzte der Knabe weiter, und schon nach wenigen Schritten sah er links vom Bache am Fuße einer hohen, senkrechten Felswand das Ungetüm, mit Pfeilen bespickt, aber noch fest aufrecht stehend, und unter seinen Vordertatzen einen Mann, regungslos, wie tot, in der rechten, hochgehobenen Hand eine Steinachst. Er erblickte den weißen Wolfspelz. Es war sein Vater. Wie ein Falke auf seine Beute schoss er in langen Sätzen den Reihen hinauf und war zur Stelle neben dem Löwen. Ruhig, ohne seiner nur zu achten, peitschte das Raubtier mit dem Schweife seine Flanken, die glühenden Augen starr und wütend auf einen gegenüberstehenden Baum gerichtet. Dort saß der dritte Mann, ohne sich zu rühren. »Rulaba, Rulaba!« schrie und schluchzte der Knabe, und dabei schlug er auch schon wütend in wahnsinniger Verzweiflung mit seiner kleinen Feuersteinaxt von der rechten Seite her nach den Schläfen des Tieres, die er eben erreichen konnte. Denn so hoch war das Ungeheuer. Brummend schüttelte dieses seinen buschigen Kopf, und als der brave Junge nicht nachließ, drehte es sich plötzlich nach ihm um und hieb nach ihm mit der breiten Tatze, wie um eine Fliege abzuwehren. Doch vergeblich, denn schon war Rulaman unter ihm durch, nach der anderen Seite geschlüpft. Bei der Beugung des Tieres aber war der alte Rul, auf dessen Brust die rechte Pratze des Löwen gestanden, frei geworden. Im Nu raffte er sich auf. Mit zerrissener Schulter und über und über mit Blut bedeckt sprang er nach links, packte seinen Knaben mit dem linken Arm und rannte vorwärts an der Felswand hin, einem Gebüsche zu. Im gleichen Augenblick sauste schwirrend ein Pfeil vom Baume herab, dem Löwen in den Hals. Denn nur darauf, wann er endlich ohne Gefahr für den Bruder schießen konnte, hatte der Mann auf den Baume gewartet. Diesmal schien der Löwe gut getroffen. Er brüllte fürchterlich, zitterte am ganzen Leibe, ein Blutstrom stürzte aus seinem Rachen, und er sank röchelnd in die Knie. Dann überschlug er sich dreimal und kollerte endlich, eine Menge Steingeröll mit sich wälzend, den kleinen Rhein hinab in den Bach. Noch klammerte sich Ruhlermann, zitternd vor Aufregung, an seinen blutenden, schwer verwundeten Vater, der ihn herzte und küßte. Ruhl hatte sich hinter einem Busche niedergelassen, und weder er noch sein Sohn hatten das Tier fallen sehen. Erst das Geräusch der rollenden Steine machte sie darauf aufmerksam. Indes war auch der Mann, der den letzten Pfeil gesandt, vom Baume herunter und rannte nach dem Tiere zu. Ruhlermann ihm nach. Regungslos lag das Ungeheuer auf der Seite im Bache, und dieser färbte sich rot von seinem Blute. Aber noch waren die beiden nicht bei ihm, da erhob es, wohl von dem kalten Wasser aus seiner Betäubung aufgeweckt, langsam seinen Kopf, richtete sich auf die Vorderfüße und schüttelte sich. Und jetzt, mit einer mächtigen Kraftanstrengung, stand der Löwe wieder aufrecht, blickte hinauf nach dem Felsen, wo der Eingang in seine Grotte war, und ohne sich weiter um die zurückfliehenden Menschen zu kümmern, wankte er mit zitternden Schritten die kleine Halde hinauf und verschwand im Dunkel seiner Höhle. Ruhl war schwer verwundet. Alle Pfeile und Wurfspieße waren verschossen, und so mussten die Männer sich zum Rückzug entschließen, mit der Hoffnung allerdings, den Löwen später tot zu finden oder leicht vollends erlegen zu können. Der kleine Held auf der einen, der unverwundete Mann auf der anderen Seite, so führten sie den todesmatten Häuptling durch die Schlucht hinauf zu der Stelle, wo das tote Pferd lag. All dies war in kürzester Zeit vor sich gegangen, und noch saßen die anderen in banger Erwartung auf ihrem Baum. Kaum oben angekommen, sank Ruhl, vom Blutverlust erschöpft, in das tiefe Gras nieder und schloß seine Augen. Ruhlermann, der neben dem Vater in die Knie gesunken war und in sein bleiches Angesicht starrte, stieß einen herzergreifenden Schrei aus. Er glaubte, der Vater sterbe. Aber man bedeutete ihm, dass er nur schlafe. Nun wuschen die Männer sorgfältig seine Wunden aus. Es waren furchtbare Risse, oben an der rechten Brust, nahe der Schulter, fünf nebeneinander, von den scharfen Krallen des Raubtieres herrührend. Immer noch rieselte das Blut, und um es zu stillen, pressten sie einen getrockneten Pilzschwamm darauf, den sie zu diesem Zwecke auf ihren Jagdzügen immer mit sich führten. Dann banden sie noch große, breite Blätter von Mondraute und endlich einen Bausch von Farnkräutern auf die Wunden. Sie machten ein Mooslager im Schatten der großen Fichte, zogen den bewusstlosen Mann darauf und bedeckten ihn mit Tannenzweigen. Ruhlamann legte sich an seiner Seite nieder, und bald schlief auch er, von Kummer und Aufregung erschöpft, ein. Jetzt berieten sich die Männer, was weiter zu tun, den Häuptling zurückzulassen und ohne ihn die Jagd fortzusetzen, davon konnte keine Rede sein. Also zurückkehren? Dann war die herrliche, sichere Beute so gut wie aufgegeben, und zudem schien es schwer, den ohnmächtigen Mann meilenweit nach Hause zu tragen. Man beschloss also, nach Hilfe auszusenden, Hilfe für den Verwundeten, Hilfe auch für die vollständige Erlegung des Burja. Aber zu Hause in der Tulka waren nur noch Weiber und Kinder. Alle blickten nach Repo hin. Repo hieß der Jüngste der Brüder Ruhls, sein Liebling. Er war es auch der allein bei ihm ausgehalten, als der Burja ihn niedergeworfen und der den letzten Pfeil auf den Löwen versandt. Wir müssen nach dem Angecko in der Huka-Höhle schicken, sagte Repo. Wenn irgendeiner, kann er unseren Bruder heilen und Leute zur Hilfe bringen. Alles schwieg still. Ich werde selbst hingehen und ihn holen. Haltet treue Wache um Ruhl und Ruhlamann. Gegen Mitternacht, spätestens gegen Morgen, kann ich mit Hilfe zurück sein. Aber davon wollten die anderen Männer nichts hören. Wenn Ruhl fehlte, war Repo stets ihr Führer gewesen. Er musste für alle Fälle bleiben. Wer sonst aber sollte den gefährlichen weiten Weg allein durch den finsteren Wald unternehmen? Keiner der anderen erbot sich freiwillig. »So muss das Los entscheiden«, sagte Repo. Er holte vier kleine Kiesel vom Bach, schwärzte einen derselben mit einer Kohle, warf sie in einen leeren Köcher und ließ die Brüder ziehen. Ohne ein Wort weiter zu verlieren, erhob sich der, den der schwarze Stein getroffen, und verschwand in der Richtung nach Norden im Waldesdunkel. Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Angecko und die Huka-Höhle Nordöstlich von der Tulka, eine Meile etwa von ihr entfernt, im dunklen Grunde einer tiefen Waldschlucht, lag eine andere Höhle. Nicht warm und sonnig wie die Tulka, sondern feucht und kalt, aber weit größer als die Tulka, mit mehreren Seen im Hintergrund, aus denen ein kleiner Bach entsprang. In dieser Höhle, Huka, das heißt Uhu-Höhle genannt, lebte ein den Tulkas nahe verwandter und befreundeter Eimatstamm, weit zahlreicher als jene. Der Häuptling dieses Stammes war ein merkwürdiger Mann, der weniger durch Mut und Kraft, wie Ruhl, als durch Verstand und Schlauheit herrschte. Als Angecko, das heißt Zauberarzt, war er weit und breit unter dem Urvolke der Eimats berühmt und fast noch mehr gefürchtet. Auch die Höhle, die er mit seinem Stamme bewohnte, zeichnete sich durch allerlei Merkwürdigkeiten vor allen anderen in der Nachbarschaft aus. Schon der Eingang war großartig, hoch, gewölbeähnlich, wie das Portal eines Domes und bot zunächst eine weite, gegen Regen und Sturm geschützte Vorhalle, in der eine große Anzahl Menschen Unterkunft finden konnten. Dann, weiterhin in den Berg hinein, führt kein enger Felsenschlitz wie bei der Tulka, vielmehr ein breiter, aber niederer Gang. Hier wird es bald finstere Nacht, und ohne Fackel ist es unmöglich, weiter vorzudringen. Dann plötzlich verschmälert und erhöht sich der Gang, erweitert sich aber nie zu einer größeren, trockenen Halle wie in der Tulka. Ein geheimnisvolles, wildes Wasserrauschen tönt aus dem Inneren des Felsgebirges. Das Tosen dieses Wasserfalles nimmt zu, je weiter man eindringt. Endlich gelangt man zu einem kleinen Bächlein, das durch ein enges Felsloch in unbekannte Tiefen stürzt. Ein schmaler, schlüpfriger Felsenpfad führt am Bächlein aufwärts, weiter ins Innere zu den stillen Seen in ewigem Dunkel. Über den ersten See hat der Angecko einige Baumstämme legen lassen als Brücke, aber nur er selbst überschreitet sie zuweilen, und sein Stamm behauptet, dass die Höhle noch eine Stunde weiter in den Berg hinein sich fortsetze. Und dass der Angecko drinnen mit den Erdgeistern verkehre. Die Höhle lag beinahe unten im Tale, und über ihr erhob sich ein mächtiger, breiter, senkrecht aufsteigender Fels, in dessen Klüften und Spalten Uhus nisteten, die man öfters sogar am hellen Tage, vorn am Rande ihrer Löcher sitzen sah. Sie wurden bei den Eimats heilig gehalten, denn man glaubte, dass die Seelen der abgeschiedenen bösen Häuptlinge in ihnen ihren Wohnsitz aufgeschlagen hätten, was bei der natürlichen Würde und Majestät dieses Vogels ihnen Naturvolke sehr nahe lag. Sie waren die Lieblingstiere des Angecko, und er hielt streng darauf, dass ihnen kein Leid geschah. Er sorgte sogar dafür, dass ihnen in Zeiten, wo sie Mangel litten, verschiedenes Wild, besonders Füchse und Kuder, die Eimats nicht aßen, an hohen Bäumen in der Nachbarschaft aufgehangen wurden. So hatte sich in diesem und den benachbarten Felsen allmählich eine kleine Kolonie derselben angesiedelt, und das tiefe, weithin tönende Geheul dieser Vögel, zumal in den Frühlingsmonaten, machte die ganze Talschlucht für jeden Fremden unheimlich. Besonders aber war es ein wunderbares Schauspiel, wenn am Abend die großen Kolk- oder Aasraben, von dem an den Bäumen hängenden Wild angezogen, sich mit jenen mächtigen Nachtraubvögeln um die Beute rissen. Das freute dann den alten Angecko. Stundenlang saß er oft, den prächtigen weißen Wolfspelz über die Schultern gehängt, auf einem kleinen Felsthron, den er sich am Eingang der Höhle errichtet, und sah mit Wohlgefallen diesen Kämpfen zu. Und während er sonst immer ernst und finster dreinblickte, konnte er dann oft in die Hände klatschen vor Lust, wenn einer seiner Uhus, für welche er alle Namen hatte, einen allzu frechen Raben mit den Krallen fasste, rupfte und auffraß. Einer dieser Uhus aber stand ihm besonders nahe. Diesen hatte er sich vor Jahrzehnten schon, jung aufgezogen und durch reichliches Futter und gute Pflege war er zu einem außerordentlich großen und prächtigen Vogel geworden. Er hatte ihm eine kleine Grotte, links oben am Eingang in die Höhle, etwa sechzehn Fuß über dem Boden, zur Wohnung angewiesen. Dort saß die majestätische Eule Tag und Nacht, gleichsam als Wächter der Behausung, und blickte mit ihren großen, gelbroten, feurigen Augen ernst und überlegen hinunter auf das Treiben des Menschenvolkes in der großen Vorhalle. Dabei war das Tier so zahm und anhänglich an seinen Herrn, dass es auf einen Pfiff desselben seine mächtigen, eine Manneslänge bespannenden Schwingen ausbreitete und sanft und geräuschlos, wie alle Eulenton, auf dessen Schulter herunterflog. Und wenn ihn der Angecko um seinen Namen fragte, so antwortete der Vogel mit tiefer Stimme, »Schuh! Schuh!« wobei er feierlich den Kopf neigte und die Augen schloß. Nie ging der Häuptling ohne diesen Vogel aus. Gewöhnlich saß er auf seiner rechten Schulter auf dem weißen Wolfspelz. Wenn er aber, wie es oft geschah, als Zauberarzt weite Reisen nach anderen Höhlen machte, so mußte einer seiner Leute ihm den Vogel nachtragen. Auch seine Zauberhütte, wenn wir sie so nennen sollen, hatte er sich in der Nähe dieses Vogels aufgeschlagen. Vorne in der Halle nämlich lief längs der Felswand eine Art natürlicher Felsen-Empore etwa vier Fuß über dem Boden hin. Dort oben stand die Hütte, aus Baumstämmen und dichtem Flechtwerk erbaut. Die vier Eckpfosten waren mit Menschenschädeln, die Vorderseite mit einem Rentiergeweih, die Seiten mit Ufernköpfen verziert. Sie hatte kein Dach und empfing ihr Licht von oben, so daß der Angecko den Uhu und dieser ihn in nächster Nähe beobachten konnte. Immer war diese Hütte fest verschlossen. Niemand konnte den Häuptling sehen, wenn er darin war. Wohl aber hörte und sah er alles, was außen vorging. Stets herrschte tiefe Stille drinnen. Nur zu bestimmten Zeiten, um Mitternacht, bei Sonnenaufgang, um Mittag und bei Sonnenuntergang, ertönten aus dem Zaubergemach dumpfe Trommelschläge, bald weicher, bald härter, bald langsam, bald rasch hintereinander, oft plötzlich stark, donnerähnlich. Dann sang der Angecko in tiefen Tönen einige Worte, die niemand verstand. Wieder erklang die Trommel, und wieder sang der Angecko. Es war, als ob er eine feierliche Unterredung mit der Trommel hätte. In der Tat deutete er es auch so, indem er behauptete, aus der Trommel spreche sein Gott zu ihm. Niemand hätte es gewagt, diese Hütte zu betreten, die ihre Türe hinten nach der Felswand zu hatte. Oft blieb er mehrere Tage und Nächte hintereinander darin. Dann musste man ihm auf ein bestimmtes Zeichen geröstetes Fleisch und Wasser durch ein kleines Türchen reichen, das er von innen öffnen und schließen konnte. Seine Trinkschale aber war ein Totenschädel. Man sagte, es sei der Schädel seines Ohrheims gewesen, der vor ihm Häuptling und eines Tages auf unerklärliche Weise verschwunden war. Dieser Mann führte eine strenge Herrschaft über seine Leute. Er sprach selten oder nie mit ihnen, außer wenn er Befehle erteilte. Zwölf Männer mit ihren Familien, wohl über 80 Menschen, lebten in dieser Höhle zusammen. Weil sie aber im Innern feucht und eng war, so hatte der Angecko eine Reihe von Hütten in der Vorhalle und seitwärts im Schutz des überhängenden Felsens auch auf den Bäumen in der Nähe der Höhle errichten lassen, in denen die Leute den größten Teil des Jahres, zumal im Sommer, lebten. So nahe nun diese Hukas den Tulkas verwandt waren, so war doch ihr Charakter und sogar ihre Lebensweise vielfach verschieden. Dies rührte hauptsächlich von dem Häuptling, dem Angecko her, der sie nun schon seit 30 Jahren beherrschte. Da er selbst an der gefahrvollen und mühsamen Jagd auf größere Tiere keine Freude hatte, zog er es vor, kleinere Tiere wie Eichhörnchen, Flugeichhörnchen, Murmeltiere, Hasen, auch Wollemminge und Mäuse, so dann die verschiedensten Vögel und besonders auch Fische fangen zu lassen, und unerschöpflich war er in der Erfindung von Fallen für diese Tiere. Hierin unterrichtete er auch sein Volk, daher die Hukas von den anderen Eimats spöttisch Snieramate, das heißt Mausbesieger, oder auch Rommelmate, das heißt Hasenbesieger, genannt wurden, mit Anspielung auf den größten Ehrennamen der damaligen Zeit, Buriamate, das heißt Löwenbesieger. Auch für Bären hatte er stets eine Anzahl Fallen gerichtet, und sobald er oder einer seiner Leute einen Bärenwechsel ausgekundschaftet, legte er eine Menge Schlingen. Jedoch die Bären der ganzen Nachbarschaft schienen diese zu kennen, und es fingen sich darin mehr Menschen als Bären. Nur an einer Art wirklicher Bärenjagd hatte er gefallen. Wenn man ein solches Tier in der Winterruhe, denn es ist bei den Bären kein dauerhafter, fester Schlaf, in seiner Höhle aufgespürt, so ließ er seine Leute möglichst geräuschlos eine Menge Holzstangen vor der Grotte zusammentragen, sodann eine Stange nach der anderen dem schläfrigen Bären vorhalten. Dieser greift sofort danach, zieht sie in die Höhle hinein und verbarrikadiert sich allmählich so vollständig, dass er sich nicht mehr rühren kann. Dann erstachen sie das Tier in seiner hilflosen Lage mit Lanzen. An dieser Jagd nahm hier und da der Angecko selbst teil, und der alte Mann hüpfte vor Freude, wenn er den Bären so überlistet hatte. Übrigens sorgte er für sein Volk vortrefflich. In keiner Höhle fand man solche Vorräte von Baumfrüchten, Bären, essbaren Pilzen und Wurzeln wie in der Huka. Und von getrockneten Fischen brachte er, wie wir später sehen werden, für den Winter ungeheure Massen zusammen. Ja, er trieb sogar mit diesen im Winter einen bedeutenden Handel mit anderen Bergeimats, indem er sie ihnen, wenn sie in Not kamen, gegen Bären und Raubtierfälle und Geweihe, von denen die Hukas selbst nur wenige erbeuteten, eintauschte. Ende von Abschnitt 6 Eine Nacht im Urwald Nachdem Repo den Bote nach der Huka-Höhle abgesandt hatte, um den Angecko für den verwundeten Bruder und Hilfe zur Fortsetzung der Jagd zu holen, machten die ermüdeten und hungrigen Männer auf der uns wohlbekannten Waldwiese ein Feuer an, und bereiteten sich aus dem vom Löwen erlegten Pferde, von dem freilich der Löwe schon fast die Hälfte aufgezehrt, ein köstliches Mahl. Man darf aber dabei nicht an unsere großen, schönen, edlen Pferde denken, vielmehr war jenes wilde deutsche Urpferd ein kleineres Tier mit dickem Kopfe und dünnen Beinen, jedoch ein echtes Pferd mit Mähne und Schweif. Aber seine Mähne war kurz und graus und aufrecht stehend, seine ganze Behaarung rauwollig, dicht, lang, die Farbe bei allen gleich, fahlgrau mit einem schwarzgrauen Aalstreifen über den Rücken. Von der gleichen Farbe waren Mähne und Schwanz. Es war im Ganzen dem flüchtigen Tarpang, jenem wilden Pferde, nicht unähnlich, dass noch heute in Herden auf den Steppen Mittelasiens, besonders in der großen mongolischen Wüste um den Aralsee, lebt und von den Einwohnern gejagt und gegessen wird. Lange dauerte das Mahl und diese Naturmenschen ließen sich durch die Sorge um ihren daneben liegenden verwundeten Häuptling nicht viel beunruhigen. Sie konnten unglaublich viel auf einmal essen, ebenso gut aber auch tagelang hungern, wie dies auch von allen Raubtieren, mit denen der damalige Mensch in Leben und Nahrung so viele Ähnlichkeit hatte, bekannt ist. Wie Kinder begannen sie mit dem Besten zuerst, mit dem Gehirn. Sie schlugen mit Feldsteinen die Schädelkapsel auf und rösteten den Inhalt in dieser knöchernen Schüssel selbst. Dann machten sie sich an einen anderen Leckerbissen, an das Mark der langen Röhrenknochen, welches sie sehr geschickt der Länge nach zu spalten verstanden. Jetzt wurde das Fell, das sie mit Feuersteinmessern und mit Hilfe eines dicken, oben und unten abgerundeten Geweihzapfens abgezogen hatten, sorgfältig zusammengepackt und mit Riemen zum Heimtragen geschnürt. Dann legten sich alle sorglos um den Häuptling herum unter dem Schutzdach der Fichte zum Schlafen nieder. Freilich kein Schlaf, wie wir ihn uns denken, wo alle Sinne ruhen, vielmehr ein solcher, wie wir ihn bei unserem Wild, bei unserem Hund, bei den Naturvölkern und auch vielfach noch beim Landvolk beobachten, mit offenem Ohr, fast mit offenem Auge. Einer aber bestieg den Baum als Wache, von dem er nur zuweilen herunterkam, um das Feuer zu unterhalten. In diesem Geschäfte lösten sie sich nacheinander ab. Darüber wurde es Abend. Noch schliefen Ruhl und Ruhlamann. Die Männer begannen unruhig zu werden wegen der Nacht. Man beschloss für den Notfall eine Hütte über dem Häuptling zu bauen, wie sie es öfters taten, wenn sie auf ihren Jagdzügen von der Nacht überrascht wurden. Sie kamen in kürzester Zeit zustande und die Gewandtheit, mit der sie trotz ihrer mangelhaften Werkzeuge die Sache ausführten, war erstaunlich. Ebenso die fast unheimliche Stille, womit es geschah. Kein Wort wurde gesprochen, auch alles Klopfen absichtlich vermieden, denn nirgends ihre Gegenwart zu verraten, musste eine der ersten Klugheitsregeln dieses Jägervolkes sein. Vier armsdicke Tannenstämmchen wurden in ziemlich regelmäßiger Entfernung zu einem Viereck in den Boden gesteckt, und mit schweren Steinen, die man um sie herumlegte, aufrecht festgehalten. Sodann wurden dünnere dazwischengesteckt und endlich dieses Gerippe mit Tannenzweigen ausgeflochten, auch ein ganz erträgliches Dach durch übergelegte Stämmchen und Zweige hergestellt. Eine Seite, und zwar die nach Osten, blieb offen, denn die ersten Strahlen der Sonne, die sie als eine Gottheit verehrten, sollten in die Hütte hineinfallen. So schienen Ruhl und sein Sohn für alle Fälle wohl geborgen. Die Nacht brach herein, eine herrliche Sommernacht mit klarem Sternenhimmel wie die vorangehende. Nur nach Westen hin begrenzte eine schwere schwarze Wolke den Horizont. Ein frischer Gebirgswind rauschte durch die Wipfel der Föhren, und da und dort knarrte und ächzte leise ein Ast. Der Tannenwald und die würzigen Wiesenkräuter verbreiteten einen köstlichen Duft. Ringsum herrschte Totenstille, nur hin und wieder von dem fernen Geheul eines Wolfes oder einer Hyäne oder dem Johlen einer Nachteule unterbrochen. Laute, welche unsere Eimats so gewohnt waren, dass keiner sich darum kümmerte. »Wir werden Sturm haben,« sagte Repo. »Ist wohl der Buria tot?« fragte ein anderer zurück. Dies war ein Gedanke, der längst alle im Geheimen beschäftigte, aber keiner hatte gewagt, ihn auszusprechen, um nicht seine Furcht zu verraten. »Er wird nicht zu dir hinaufsteigen auf den Baum, auf den Duflin wirst,« erwiderte Repo verächtlich und ging in die Hütte hinein, um, wie er schon oft während des Tages getan, sein Ohr auf die Brust des schlafenden Bruders zu legen. Freudig kam er zurück. »Sein Hauch ist wieder kräftig geworden.« »Ruhl wird uns nicht sterben,« flüsterte er den Brüdern zu. Wieder wurde es stille. Da ertönte ein feiner Pfiff der Wache vom Baum herunter, und dann rasch hintereinander drei Laute, wie von einem heulenden Wolf. Dies war das Zeichen für einen Wolf in der Nähe, eine übrigens so unbedeutende Erscheinung, daß die Männer kaum etwas ihre Köpfe erhoben und um sich blickten. Aber, sonderbar, ehe sie sich's versahen, rannte der Wolf über die Wiese her, in einem Satze über einen der daliegenden Männer hinweg und hinein in die Hütte. Jetzt sprangen alle auf, dem Wolf nach, aber schon hörten sie von innen die Stimme Ruhlamans. »Mein Stalpe, mein guter Stalpe!« Dazwischen heulte das Tier vor Freude, und Ruhlamans drückte und herzte es und sprang jubelnd mit ihm hinaus aus der Hütte, ohne im Augenblick an seinen armen verwundeten Vater zu denken. Als der Knabe am Abend nicht zurückgekommen, hatte sich das treue Tier aus der Tulka-Höhle fortgeschlichen, der Fährte seines jungen Herrn nach, und endlich hatte er ihn gefunden. Über dem Lärm war auch Ruhl erwacht und aufgesprungen und hinausgerannt aus der Hütte. Befremdet sah er um sich. Jetzt erst erinnerte er sich an alles, und jetzt erst fühlte er den furchtbaren Schmerz seiner Wunde. Unwillkürlich erhoben die Männer ein Freudengeschrei, und Repo umarmte seinen Bruder und rückte ihn heftig an sich. »Wo ist der Buria?« war Ruhls erste Frage. »Keine Antwort.« Da fiel sein Blick auf den Wolf. »Wir werden es bald wissen. Der Wolf wird es uns sagen.« Und da sein rechter Arm gelähmt war, ergriff er mit der linken, gleichgeübten Hand seinen Speer und winkte Repo und Rulaman ihm zu folgen. Der Wolf ging mit ihm wie ein treuer Hund. Möglichst leise stiegen sie die Schlucht hinab. Diesmal folgten alle Männer in einiger Entfernung. Plötzlich erhob der Wolf unruhig seinen Kopf und knurrte. Er witterte den Löwen, denn dieser war auch ihm der gefürchteste Feind. Ruhl sah ihn aufmerksam an, ging dann einige Schritte weiter, der Wolf folgte. »Der Buria ist tot,« sagte jetzt Ruhl. »Anders hätte der Wolf geheult und wäre schon davon.« »Glaubst du, Vater?« fragte Ruhlamann. »Kein Wolf kämpft für seinen Herrn,« erwiderte Ruhl. Das tat Ruhlamann wehe, doch schwieg er still. Jetzt trottete plötzlich der Wolf voraus, immer windend, die Schnauze hoch in der Luft, und so sicher war Ruhl seiner Sache, dass er sofort dem Wolfe so schnell er konnte, folgte. Ihm nach die anderen. Aber der Wolf wandte sich nicht hinauf nach der Felsgrotte zu, in der sich der verwundete Löwe verkrochen und wo sie ihn noch vermuteten, sondern lief immer weiter hinunter an dem Gießbach. Ein jäher Felsabsturz, über den der Bach rauschend hinabfiel, hielt sie hier auf. Dort stand der Wolf still und stierte knurrend in die schwarze Tiefe hinunter. Der Burja ist hinuntergestürzt. Der Abgrund ist tief, aber wir müssen hinunter. Wir brauchen einen Baum von acht Manneslängen, sagte Ruhl zu Repo, der ihm auf den Fersen gefolgt war. Indes waren auch die anderen Brüder sowie die beiden Burschen zur Stelle gekommen. Die Männer gingen nach dem Walde zu, um mit den Steinbeilen den Baum zu hauen, notdürftig zu entästen und ihn dann an die Kante des jähen Felsens heranzuschaffen. Mit den Steinbeilen den Baum zu hauen, das war kein kleines und ist schwer zu begreifen für uns, die wir an Metall und an die besten Werkzeuge gewöhnt sind, und doch denken wir einmal nur einige Jahrhunderte von uns aus zurück. Mit wie geringen mechanischen und chemischen Hilfsmitteln, zum Beispiel die prächtigsten Kunstprodukte des Mittelalters, Gemälde mit fast unvergänglichen Farben, Geschmeide von Gold und Silber und dergleichen hergestellt wurden. Mit wie einfachen Werkzeugen arbeiteten noch vor einigen Jahrhunderten der Chinese, der Japaner, und wie ausgezeichnet waren oft ihre Leistungen. Durch Übung, tägliche Übung, Fleiß und Beharrlichkeit lernt man, wie der Amerikaner Franklin sagte, mit Sägen schneiden und mit Messern sägen. Einige Stunden waren über der Arbeit vergangen und der Wolf indes verschwunden. Auf einmal ertönte aus der Tiefe ein Gebrüll, Gestöhne und Gekläff wie von kämpfenden Tieren. Rulaman erkannte die Stimme seines Lieblings. »Stalpe, Stalpe« rief er und jammerte laut, denn er glaubte seinen Wolf im Kampfe mit dem Löwen, aber der Vater, der neben ihm stand, tröstete ihn. »Der Buria ist tot. Dein Wolf rauft sich nur mit einer feigen Dabba und einem Rudel Reals um die Beute. Ich kenne sie an der Stimme. Er wird alle zusammen leicht meistern.« Bald hörte man in der Tat nur noch das Knurren des Wolfes, dann aber ein plötzliches Heulen desselben, das sich immer weiter entfernte und allmählich weit unten im Tale verlor. »Das ist sonderbar«, flüsterte Rul vor sich hin und schüttelte den Kopf. Die Nacht war jetzt stockfinster geworden. Der Himmel hatte sich umwölkt, ein sausender Sturm erhob sich auf einmal im Walde und riß die morschen Äste krachend von den Bäumen herunter. Von ferne her ertönte schweres Donner Donnerrollen. Aber ohne darauf zu achten arbeiteten die Männer weiter. Und eine schwere Arbeit war es, den Baum herauszuschleppen in der Nacht aus dem finsteren, überall mit gestrüpp verwachsenen Urwald. Grelle Blitze, die von Zeit zu Zeit die ganze Gegend erhellten, halfen ihnen jetzt. Rulaman aber lag regungslos, lang ausgestreckt am Rande des Abgrunds und blickte mit überhängendem Kopf hinunter nach seinem treuen Wolf. Freilich, ohne nur das Geringste sehen zu können. Jetzt zuckte ein Blitz gerade vor seinen Augen jäh in den Abgrund hinunter und zugleich ertönte ein furchtbarer Donnerschlag. Der Knabe schauerte zusammen, aber bei der hellen Beleuchtung durch den Blitz hatte er die ganze Lage in der Schlucht mit einem Blick überschaut. Er schrie laut auf. Der Buria liegt unten und auf ihm steht ein riesiger Änak. Wo ist mein armer Stalpe? Hoho, sagte Ruhl, Altväterchen, so nannten sie den Höhlenbären scherzweise, du bist in eine Falle geraten, du willst unsere Beute stehlen, wie eine elende Dabba. Ruhlamann, freue dich, wir schmoren heute noch Bärenpfoten. Und damit lief er rückwärts zu den Männern und berichtete ihnen mit wenigen Worten über den Stand der Sache. Wie viel Wurfspieße habt ihr noch? sagte er. Nur drei, antwortete Repo, die anderen stecken im Buria, aber Pfeile noch genug. Es ist gut, kommt alle. Und mit einem Zeichen der Hand bedeutete er sie, ihm so still als möglich zu folgen. Gleich einem Heerführer stellte er jeden auf seinen Posten am Rande des jäh abstürzenden Felsens. Wie der verwundete Falke oft seine Beute festhält und alles, selbst die nächste Todesgefahr darauf vergisst, so zitterte dieser schwerverletzte wilde Jäger vor Jagdelust und fühlte jetzt keinen Schmerz mehr. Er ergriff einen Wurfspieß mit seiner Linken, Repo und ein dritter Mann die zwei anderen. Die übrigen, auch Ruhlamann und die Burschen, legten Pfeile auf die Bogen und so knieten sie alle mit übergeneigtem Kopf, der eine hier, der andere dort am Felsrand, schussbereit und durchbohrten mit ihren Blicken in atemloser Spannung den finsteren Abgrund. »Beim ersten Blitz lugt scharf, beim zweiten schießt«, flüsterte Ruhl. Kaum hatte er dies gesagt, so war ein Blitz heruntergefahren, nur ein leises »Ah,« der Freude ließen die Männer hören, alle hatten jetzt deutlich den Bären gesehen und konnten sich genau auf ihn richten. Aber offenbar hatte der Bär auch schon die Nähe seines Todfeindes, des Menschen gewittert, denn er stand nicht mehr auf dem Löwen, sondern etliche Schritte weiter ab von der Felswand. Dort hatte er sich hoch aufgerichtet auf seine Hinterbranken und schnüffelte und windete hinauf nach den oben lauernden Männern. So hatten sie ihn gesehen, und wenn er bei dem folgenden Blitze noch so stand, so bot er ihren Wurfspießen und Pfeilen seine ganze kolossale Größe und seine günstigste Seite als Zielscheibe dar. Das wussten alle. Aber jetzt folgten zwei lange bange Minuten der Finsternis. War das Gewitter vorüber? Kam kein Blitz mehr ihnen zu Hilfe? Hatte der Bär indes eine andere, weniger schussgerechte Stellung eingenommen oder gar, wie er meist pflegte, vor den Menschen die Flucht ergriffen? Da endlich zuckte ein zweiter Blitz und niedersausten in einem Augenblick die Wurfspieße und Pfeile in den Abgrund. Ein fürchterliches Gebrüll, das Wald und Felsen erdröhnen machte, war die Antwort. Aus der Tiefe Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Höhlenbär So wenig Luft und Mut zur Jagd auf den furchtbaren Höhlenlöwen, die Männer, mit Ausnahme Ruhls und Repos, bewiesen hatten, so leidenschaftlich war ihr Eifer, seit es sich um die Jagd auf einen Höhlenbären handelte. Denn der Höhlenbär, fast mehr noch als das Renntier und das Pferd, war das eigentliche Jagdtier jener Zeit. Wohl zwei Dritteile der Knochen, die in den Höhlen Mitteleuropas im Leben eingebettet gefunden werden und die sich teilweise als Reste der Mahlzeiten jener Ureuropäer ausweisen, stammen von diesem mächtigen Bären. Aus diesen Skelettteilen kann man ganz sicher berechnen, dass er bis zehn Fuß lang wurde, also bedeutend länger als die größten Eisbären und auch als der kalifornische Grizzlybär. Seine Schulterhöhe aber betrug nicht ganz fünf Fuß, bei dem Grizzlybären sechs Fuß, bei neun Fuß Länge. Unser Höhlenbär erschien also, wenn er auf allen Vieren ging, ziemlich niedrig, aber außerordentlich lang und wenn er sich aufrichtete, konnte er mit der Schnauze eine Höhe von etwa zwölf Fuß erreichen. Man denke sich nun diesen Koloss aufrecht zum Angriff heranschreitend und ihm gegenüber den nur halb so großen Höhlenmenschen, denn dieser übertraf den heutigen Europäer nicht an Größe, nur bewaffnet mit einem hölzernen Speer mit Knochenspitzen und einer nicht einmal sehr schweren Feuerstein-Axt oder Holzkeule. Ein einziger Tatzenhieb jenes Ungetüms, wenn er traf, musste den Menschen tot niederstrecken. Und dennoch freuten sich alle auf diese Jagd, denn sie kannten die Natur dieses Tieres so gut, wussten seine Angriffsweise, seine Schwerfälligkeit zum Mahl im Umwenden, überhaupt sein träges, langsames Wesen so listig auszunutzen, dass sie sich ihm gegenüber stets zum Voraus ziemlich sicher als Sieger glaubten. Natürlich kam dazu die Aussicht auf das leckere Mahl und auf die reichen Fleischvorräte, die sie für Leib und Kind mit nach Hause nehmen konnten, während sie vom Löwen wohl aus Aberglauben nichts aßen. Auch war dieser Höhlenbär überhaupt, trotz seiner furchtbaren Größe und Stärke, solange er nicht angegriffen wurde, kein so schreckliches Raubtier wie die größten unserer heutigen Bärenarten, besonders der Eisbär und der Grizzlybär es sind. War er aber einmal verwundet, so kannte seine Wut keine Grenzen. Dann ging er ohne Besinnen aufrecht auf den Jäger los und schlug ihn mit den Pratzen nieder oder erdrückte ihn mit den Armen. Dabei kletterte er so gut oder besser als der Mensch und holte ihn auch im Laufe wenigstens bergauf leicht ein. Wo aber die Menschen ihn unbehelligt ließen, ging er ihnen regelmäßig aus dem Wege. Und in der Tat seine stumpfen, warzigen Zähne und seine kurzen Krallen, sowie sein plumper Körperbau weisen darauf hin, dass er mehr von Baumknospen, jungenem Laub und sogar von Gras, von Waldbären, Pilzen, wohl auch von Schnecken, besonders den großen Nacktschnecken, sich nährte, die auf allen Kalkgebirgen häufig sind, denen ja auch unser deutscher Dachs, bekanntlich ein Bär im Kleinen, so eifrig nachgeht. Vor allem aber war er wohl ein großer Aasjäger. Zu diesem Ende beging Tag und Nacht in aller Muße sein weites Urwaldrevier, wo es an verendeten Tieren, großen und Kleinen, selten mangelte, sofern könne Menschen in der Nähe wohnten. Und sein Geruchssinn war so stark, dass er diese Beute überall und leicht aufstöberte. Selbstverständlich behauptete er gegen die anderen Aasjäger jener Zeit, Hyänen, Wölfe, Füchse und Raben, ein strenges Vorrecht. Erst wann er, der Vater des Waldes, sich gesättigt hatte, durften sie nahen. Hin und wieder bestieg er wohl auch einen starken Baum, um Honig und Vogeleier zu holen, auch Vogeljunge, wahre Leckerbissen für alle Bären, wie für die ihnen nahestehenden Affen. Doch zurück zu unserem Ruhl und seinen Leuten. Das Gewitter war vorüber. Kein Blitz erleuchtete mehr die tiefe Finsternis. Ruhl hieß jetzt Feuer anmachen. Es war etwa Mitternacht. Allmählich verzogen sich die Wolken und die freundlichen Sterne zeigten sich wieder am Himmel. Dass der Bär getroffen war klar. Aber ob tödlich oder ob er nur verwundet war und sich noch fortgeschleppt und ihnen verloren gegangen, das blieb eine bange Frage für sie. Welchen Wert hätte für jenes Jägervolk der Hund gehabt? Aber dieses treueste Haustier kannten sie noch nicht, wie sie überhaupt keine Haustiere hatten. Sie waren ganz auf ihre eigene Spürkraft angewiesen. Dafür waren aber ihre Sinne, ihr Auge, ihr Ohr, ihr Geruch, ihre Beobachtungsgabe durch den fast beständigen Aufenthalt im Freien und durch tägliche Übung so geschärft, dass es uns Häusermenschen schwer wird, uns eine richtige Vorstellung davon zu machen, denn unsere gesicherten, geschlossenen, dumpfen Zimmer stumpfen von Generation zu Generation immer mehr die Schärfe unserer Sinne, wenigstens für die Ferne, ab. Nur das Landvolk erhält die Seinen erträglich frisch. Horchend saßen Ruhl und sein Sohn auf dem Felsen, während die anderen wieder zu ihrer Arbeit am Baumstamme zurückgekehrt waren. Trotz des Rauschens des nahen Wasserfalls hörte er deutlich ein Knistern im Laube und das Brechen dünner, dürrer Zweige. Dies konnte freilich auch nur von einer Hyäne herrühren. Jetzt vernahm er ein dumpfes Geräusch, wie wenn ein schwerer, weicher Körper rutscht oder sich reibt, und sogar ein tiefes, langes Stöhnen glaubte er zu hören. War das etwa der letzte Atemzug des Bären? Dies vermutete Ruhl umso mehr, als der Bär nur bei der ersten Verwundung laut aufgebrüllt hatte. Endlich verschaffte ihm aber sein scharfer Geruchssinn auf einmal die Gewißheit, dass der Bär noch unten sei. Der allen Bärenjägern wohlbekannte, eigentümliche Geruch desselben drang zu ihm herauf. Freudig sprang Ruhl auf und rief, »Ruhlamann, wir haben ihn noch, bald muss der Mond aufgehen, dann werden wir hinuntersteigen.« Freilich, der Knabe hatte die ganze Zeit über mehr an seinen Wolf als an den Bären gedacht. Indes war der Baumstamm an den Rand des Felsens geschafft, mit dem dicken Ende voran, bereit zum Hinablassen. Da ertönte von oben von der Waldblöße her ein heller Pfiff, dann ein zweiter, dritter, vierter, fünfter, die vier letzten schnell hintereinander. »Das ist der Angekko und die Kuka-Männer«, sagte Repo, der dies Zeichen gleichsam als Losungswort dem abgesandten Boten angegeben hatte. Solche Zeichen waren bei den Eimats gebräuchlich, wurden aber, damit sie nicht etwa von Feinden nachgeahmt werden konnten, für jeden einzelnen Fall geändert. Man schickte einen der Burschen ihnen entgegen und lud sie ein, herunter zu kommen. Jetzt erst erfuhr Ruhl zu seinem Ärger, dass meinetwegen zum Angekko gesandt und vollends um Hilfe für die Jagd gebeten hatte. Obgleich nämlich der Tulka und der Huka Stamm von Alters her in guter Freundschaft lebten, so war doch dem geraden ehrlichen Ruhl der schlaue Angekko im Innern zuwider. Er durchschaute den alten Uhu, wie er ihn nannte, wohl und hatte wenig Glauben an seine Zauberkräfte, daher auch die Tulka-Bewohner in Krankheitsfällen sich lieber an ihre erfahrene alte Parre hielten. Aus Klugheit aber, die auch bei diesem Naturvolke schon eine Rolle spielte, vielleicht auch, weil der Angekko fast doppelt so alt war als er, begegnete er ihm doch immer freundlich und mit Achtung. Langsam kamen die Leute näher, die Bachschlucht herunter. Voran der Tulka-Bote mit einem brennenden Kienspan in der Hand, dann der Angekko in einem höchst merkwürdigen Aufzug mit einem Gefolge von Acht Männern. Feierlich in langem weißen Wolfspelz trat er heran. Hinter ihm ein Mann mit dem Uhu, der ihm auch ein schön gearbeitetes Steinbeil und einen Speer nachtrug. Der Angekko selbst hielt in der Rechten einen langen polierten, rot- und schwarz gefärbten Stab mit einer beinernen Spitze an dem einen und einem abgerundeten Griffe aus Rentiergeweih an dem anderen Ende. In der linken trug er einen gleichfalls fein geglätteten, aber nur fußlangen Geweihzinken, den er wie ein Zepter aufwärts nach der Schulter zuhielt. Um seinen Hals hing wohl ein Dutzend Ketten von Tierzähnen, welche seine ganze Brust bedeckten. Auf dem Kopf eragte ein kegelförmiger Helm aus Leder hoch, empor, rot bemalt mit verschiedenen schwarzen Dreiecken und dergleichen, unten mit einem schönen breiten Marderpelze verbrämt und mit einem Riemen unter dem Kopf festgebunden. Sein Rentierrock war ein ausgesucht schöner, unten und am Halse wie der Helm mit Marderpelz eingefasst. Um seine Hüften trug er einen breiten Ledergurt über und über mit den Unterkiefern des Kuders, eine Wildkatze, behangen, deren feine, scharfe Eckzähne wie Perlen glänzten. Diese Unterkiefer von dem sonst verachteten Tiere wurden sorgfältig gesammelt, sie galten als ein Zaubermittel und wenn der Angecko ging, rasselten sie zusammen und machten ein unheimliches Geräusch, wie die Schwanzklappern einer Klapperschlange. Unten an dem Gürtel hingen überdies viele kleine Beutelchen von Leder, in welchen er feine Arzneimittel bei sich trug. Er war von kleiner Statur, wohl Männer, aber der hohe Helm verlieh ihm eine die anderen sogar etwas überragende Höhe. Lange weiße Haare, denn der Mann war alt, fielen auf den Nacken und die Schultern herab. Auch ihm war das Gehen offenbar etwas schwer, daher er sich auch an der Jagd und an Kriegszügen schon seit lange nicht mehr beteiligte und seine Häuptlingswürde für diese Fälle einem jüngeren Manne abtrat. Aber schritt er jetzt einher und Ruhl mußte es nach des Zaubervaters Meinung wohl für eine große Gnade halten, daß er um seinetwillen diesen weiten Weg bei Nacht zurückgelegt. Mit tiefer Ehrfurcht begrüßten ihn die Tulka-Männer. Sie knieten vor ihm nieder und legten dabei als Zeichen der Untertänigkeit die linke Hand auf ihren Kopf. Er murmelte den Leuten etwas wie schrieb. Ruhl stand etwas ferner und nahte sich langsam seinen Sohn an der Hand. Der Angecko streckte ihm sein Knochenscepter entgegen. Ruhl ergriff es einen Augenblick und gab es ihm dann zurück. Das war die Begrüßungsform und zugleich eine Freundschaftsversicherung der Häuptlinge. Offenbar aber war jener erstaunt und etwas verblüfft, daß Ruhl scheinbar so gesund einher schritt. Er fragte ihn nach der Wunde. Ruhl deutete auf seine Brust. Der Angecko hieß in sich niederlegen, öffnete den Verband und untersuchte lange und ernsthaft die Wunde. Er legte sein Ohr an Ruhls Brust, um den Herzschlag zu prüfen. Jetzt schüttelte er bedenklich sein Haupt. Dann nahm er aus einem der Beutelchen an seinem Gürtel ein braunes Pulver, streute es in die Wunde und indem er mit seinem Knochen Zepter darauf herumstrich, sagte er feierlich »Wann dreimal die Sonne untergegangen, ist der Schmerz vorbei. Wann dreimal der Mond eine Kugel geworden, ist die Wunde heil.« Während Ruhl noch am Boden lag, war der Mond aufgegangen. Dies machte ihn sehr unruhig. Doch dachte er dabei nicht etwa an seine Wunde und deren Heilung, sondern nur noch an den Bären. Sofort eilte er an den Felsrand, aber der Mond schien nicht hinunter in die Tiefe. Ob es nun die Aufregung des Wundfiebers war, oder die Furcht, die Hukamänner könnten ihm und seinen Leuten zuvorkommen, oder ob er glaubte, dass der Bär schon tot sei, Ruhl fasste plötzlich den tollkühnen Entschluss, jetzt in der Nacht trotz seines gelähmten Armes hinabzusteigen. Sofort gab er Befehl, den Baum über den Abgrund hinunterrutschen zu lassen. Dieser hatte kaum die nötige Länge, um unten aufzustoßen. Um ihn für alle Fälle fester zu machen, hieß er oben vier Haakseile daran befestigen und ihn so durch vier Männer, zwei jederseits in der Lage zu halten. Jetzt ergriff er eines der brennenden Holzstücke und gab es Repo in die Hand. Er selbst nahm seine Steinaxt in die linke, bedeutete Ruhlaman bei dem Angecko zu bleiben und rief »Wer Lust hat, folge mir!« Dann schwang er sich über den Abgrund und begann hinunter zu steigen. Unmittelbar hinter ihm Repo. Keiner wollte zurückbleiben und einer nach dem anderen kletterten sie hinab. Ruhl war etwa zwei Dritteil hinunter und nur noch ungefähr sechzehn Fuß vom Boden, da hieß er Repo die Fackel schwingen und nun sahen sie den großartigen Erfolg ihrer Jagd. Der mächtige Buria lag tot, seiner ganzen Länge nach hart am Felsrande. Offenbar hatte er sich nach seinem furchtbaren Sturze gar nicht mehr gerührt. Der mächtige Bär aber saß etwa zehn Schritte seitwärts auf seinen Hinterpranken. Er lehnte sich an einen dicken alten bemoosten Baumstrunk, an dem er vermutlich die Pfeile und Wurfspieße abgerieben. Mit starrem dummen Blick stierte er die Fackel an. Ruhl zögerte einen Augenblick. Er hatte doch wohl gehofft, ihn tot zu finden. Jetzt sah er, dass das furchtbare Tier nur wenig verwundet war und durchschaute schnell die ganze grässliche Gefahr für ihn und seine Leute. »Hinauf, zurück!« schrie er aus Leibeskräften den Männern zu, die über ihm, einer hart hinter dem anderen, den Baumstamm umklammert hielten. Jetzt erst dachte er daran, dass ihm der eine seiner Arme zum Kampfe fehle, wenn er mit dem anderen sich festhalten mußte. In der Tat erhob sich der Bär und schritt langsam, offenbar mit Schmerzen, dem Baumstamm zu. Ruhl sah, dass er den linken Vorderfuß schleppte. Dies gab ihm einen Hoffnungsschimmer, denn das Tier konnte nun wenigstens nicht klettern. Jetzt war es unten am Baumstamme angekommen, und sei es, dass die Männer Ruhls Befehl hinauf, zurück, wegen des Rauschens des Wasserfalls nicht verstanden hatten, oder dass oben ein Hindernis eingetreten war. Weder Ruhl noch Repo konnten von der Stelle, denn unmittelbar über dem Kopf Repos befand sich noch sein Hintermann. richtete sich der Bär an dem Stamme auf. Beinahe so hoch wie zwei Männer stand er da und glotzte das Licht an. Seine linke Pratze hing lahm herunter, die rechte aber streckte er hoch empor, und beinahe konnte er Ruhls Füße erreichen. Er tastete an dem Baume herum, aber ein solches Tasten war es von diesem Koloss, dass die Männer am Baumstamme alle einen Schrei ausstießen, denn der Baum wankte hin und her, fiel aber glücklicherweise nicht, weil er oben von den Hukas gehalten wurde. Beuge dich herunter und halte mich fest um den Hals, rief Ruhl in seiner verzweifelten Lage Repo zu. Gesagt, getan, Ruhl ward festgehalten und hatte jetzt seinen linken Arm frei. Da umfasste der Bär mit seinem rechten Arme den Baum, um ihn herunter zu reißen, Aber schon sauste auch Ruhls Steinachst auf seine Pratze nieder. Brüllend vor Schmerz und Wut stürzte das Tier, das nun vorne ganz hilflos geworden, nach der Seite über und riß im Fallen den Baum mit sich hinunter. Denn dieser Last waren die Männer oben nicht gewachsen und hatten die Seile gehen lassen. Doch glücklicherweise rutschte der Baum nur langsam an der Felswand hinab. Die Last des Bären selbst drückte ihn an den Felsen, was ein rasches Fallen unmöglich machte. So kamen die Männer alle, die noch am Baume hingen, wohlbehalten unten an, indem sie, ehe der Baum ganz zur Erde kam, hinuntersprangen. Die beiden Ungetüme lagen jetzt hart beieinander, der Buria tot, der Höhlenbär, der ihm an Größe beinahe nichts nachgab, brüllend und hilflos sich wälzend daneben. Ruhl atmete auf und brach unwillkürlich in lauten Siegesjubel aus. Der kleine Ruhlamann hatte oben auf dem Felsrande liegend mit klopfendem Herzen alles beobachtet. Mit keinem Laut verriet er seine furchtbare Angst um den Vater. Jetzt aber, als er dessen Stimme erkannte, zitterte er vor Freude und rief laut hinunter, Ruhl haba, Ruhl haba, lebst du noch? Wir sind alle gesund, schrie Ruhl aus der Tiefe hinauf. Kann ich nicht hinunter kommen? rief Ruhlamann entgegen. Er erhielt keine Antwort. Ruhl hatte anderes zu tun. Keiner hatte in den ersten Augen blickender Freude daran gedacht, dem hilflosen stöhnenden Bären vollends den Todesstreich zu geben. Aber ein solches Leben war nicht so leicht ausgelöscht. Als Repo die Fackel, die nur noch einen dunklen Schein verbreitete, durch Schwingen wieder zum Aufflammen brachte, sahen sie zu ihrem Schrecken das Tier aufrecht auf dem Löwen sitzen. Mit wenigen Sätzen sprang Ruhl hinter dasselbe auf den Löwen hinauf und hieb ihm mit ganzer Kraft sein Steinbeil von der Seite an die Schläfe. Das war sein letztes. Mit dumpfem Todesröcheln stürzte der Bär über den toten Löwen hin. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Die Beute Da die Mehrzahl der Männer nach Ruhls Ruf zurück wieder hinauf geklettert war, hatte es sich so getroffen, dass nur Tulka-Männer, die ihrem Häuptling zuerst gefolgt mit dem stürzenden Baum hinunter kamen. Alle Hukas waren oben. Dies freute Ruhl und die seinigen nicht wenig, denn nun war kein Zweifel, dass, wenn auch nicht alles Fleisch durch das Jägerrecht, die Siegesdenkzeichen, nämlich die Köpfe und die Felle der beiden Raubtiere, in die Tulka kamen, da sie jetzt allein die Beute erlegt hatten. Im anderen Falle war es Brauch, um dieselben zu losen. Nunmehr wurde ein mächtiges Feuer angemacht, das die ganze Schlucht weit herum fast tageshell erleuchtete. Zunächst schnitten sie dem Bären die vier Tatzen herunter, zogen den Pelz davon ab und rösteten die Leckerbissen am Feuer. Ruhl hatte seit dem vorigen Morgen nichts genossen, aber der köstliche Braten wollte ihm nicht munden ohne seinen wackern Jungen. Wie sollte man ihn herunterschaffen? Ruhl, Herrmann, rief er hinauf, sage den Freunden, sie sollen dich an Seilen herunterlassen. Nicht lange und der Knabe schwebte über dem Abgrund an einem Tau, das die Huka-Männer oben festhielten und an welchem er langsam herunterrutschte. Halt »Halte dich mit deinem Beile wohl vom Felsen ab«, rief Ruhl hinauf, sonst schneiden die scharfen Kanten das Seil entzwei. Hoch oben auf dem Löwen stand der Vater. Mit ausgestrecktem Arm empfing er den schwebenden Knaben und setzte ihn, wie auf einen Hochsitz, auf den weichen noch warmen Pelz des Bären nieder. Der Junge schauderte einen Augenblick, dann aber blickte er stolz um sich und ließ sich ein Stück Bärentatze, das man ihm hinaufreichte, trefflich schmecken. Aber ernst redete Ruhl ihn an. »Ruhl, Herrmann, das ist der Mörder deines Ahns. Du bist gerecht, Vater. Endlich, endlich darf uns die alte Parre nicht mehr schmähen. Oh, wie würde sie jauchzen, wenn sie jetzt hier sein könnte? Schade, dass es die Zeit des grünen Laubes ist. Wäre es die Zeit der kurzen Tage, so würden wir den ganzen Burja auf Schlitten nach Hause schaffen, und wenn wir drei Tage brauchten. Aber wie konnte Ruhl mit solcher Sicherheit gerade diesen Löwen als den bezeichnen, der vor mehr als dreißig Jahren seinen Vater zerrissen? Und doch war es ohne Zweifel so. Der alte männliche Löwe hat immer sein ganz bestimmtes Jagdrevier. Es erstreckt sich meilenweit und erduldet keinen anderen darin. So war auch jener Burja wohl bekannt und weithin gefürchtet. Schon seit Jahrzehnten lebte er hier, allein, ohne Weibchen, der letzte seines Stammes in dieser Gegend. Nach beendigtem Male kam eine schwere Arbeit, das Zerlegen der Tiere. Beide waren wahre Riesen ihrer Art. Der Löwe maß ausgestreckt, wie er dalag, von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel beinahe zwei Mannslängen, und der Bär kam ihm an Länge nahezu gleich, während er ihn vermöge, seiner plumpen breiten Gestalt, an Körpermasse und Gewicht noch übertraf. Sehr eigentümlich war das Fell des Burja, ganz abweichend von dem unserer heutigen großen Katzen, des Löwen, des Tigers, des Panthers und des Jaguars. Schon die Farbe war eine ganz andere als bei diesen. Wie eine genauere Beobachtung immer mehr ausweist, stimmen die Farben der meisten wilden Tiere trefflich zu ihrer Umgebung, vor allem aber die der Raubtiere. Nur so können sie ihre Beute überraschen. Deshalb ist der Bär des Nordens weiß wie Schnee und Eis, auf dem er dem Seehund auflauert. Der Löwe in Afrika ist gelblich wie der Wüstensand der Sahara, auf dem er die Antilope anschleicht. Der bengalische Tiger ist gelb mit senkrechten schwarzen Streifen, er lauert im Dschungelgebüsch, das heißt im Röhrricht der großen asiatischen Flüsse, auf die zur Tränke kommenden Antilopen, Hirsche und Büffel. Dem dort herrschenden gelblichen Halbdunkel entspricht die gelbe Grundfarbe seines Fells, und die senkrechten Streifen auf demselben ahmen die aufrechtstehenden Rohre nach. Und von dem bunt gefleckten Panther endlich wissen wir, dass man dieses kühne Raubtier an einem Felsen oder auf einem Baum in Abyssinien schon in geringer Entfernung kaum zu sehen vermag, so genau stimmt sein gelbes schwarz geflecktes Fell zu den mannigfaltigen Farben und Licht- und Schattenwirkungen der Blätter und Blumen und überhaupt der Pflanzenwelt, die ihn umgibt. Ähnlich bei dem Jaguar in Brasilien. So musste denn auch die Farbe unseres deutschen Höhlenlöwen seiner Umgebung entsprechen, dem düsteren Waldesdunkel, in welchem er sich gewöhnlich aufhielt, und den gelb-grauen Tönen der Heidefläche des deutschen Hochgebirges, wenn er im Freien jagte. Sie war ein Gemisch aus Gelb, Braun und Schwarz, am ähnlichsten wohl der Farbe des Wolfes. Sein Pelz aber war nicht glatt, kurzhaarig, glänzend wie der des Löwen, des Tigers und der meisten Tropentiere, sondern dick, graus, wollig und warm für den langen deutschen Winter. Daher wurde auch das Fell hoch geschätzt bei unseren Eimats, um so höher, weil das Tier sehr selten geworden war und noch seltener ein Angriff auf dasselbe gewagt wurde. Eine eigentliche Mähne von welligen fließenden Haaren wie der heutige Löwe hatte er nicht. Wohl aber war wahrscheinlich der Wollige Pelz wie bei dem deutschen Wiesent und dem nordamerikanischen Bison auf Kopf, Hals und Schultern von außerordentlicher Länge und Dicke, sodass die Gesamtfigur die viel bedeutenderer Größe ausgenommen dennoch unseren heutigen Löwen nicht so unähnlich war. Vor allem geschätzt aber als höchster Schmuck des Mannes waren die furchtbaren Eckzähne dieses Raubtieres so wie seine mächtigen Krallen. Beide waren fast doppelt so lang wie die des heutigen Löwen, und ich wünschte, meine freundliche Leser möchte die Schädel und Zähne und Krallenknochen sehen können, welche in der Geilenreuther Höhle in Franken gefunden wurden und jetzt das Berliner Museum zieren. Wenn wir nun bedenken, dass der heute lebende etwa sieben bis acht Fuß lange Berberlöwe mit einem halb erwachsenen Rind im Maul noch über den fünf Fuß hohen Dornenzaun des Negerkrals springt, wie groß muss dann die Stärke jenes deutschen Höhlenlöwen gewesen sein. Es war ein schweres Stück Arbeit, das große Tier zum Abhäuten auf den Rücken zu legen, die vier Beine in die Höhe zu richten, auseinander zu ziehen und fest zu halten. Letzteres geschah mit Seilen, die sie an schwere Steine oder was immer in der Nähe war, festbanden. Nunmehr wurde erst der Lenkschnitt über Hals, Brust und Bauch geführt, dann vier Schnitte in die Quere, nämlich je einer von der Mittellinie an der Innenseite jedes Fußes entlang bis zu den Pratzen. Um die Schnitte durch ein solches Fell mit einem Feuersteinmesser zu führen, dazu gehörte freilich wieder die fast tägliche Übung dieser Leute im Abheuten von Wild. Nachdem die Schnitte gemacht, konnten leicht vier Männer zugleich weiterarbeiten. Auch beim eigentlichen Abziehen benutzten sie zunächst das Feuersteinmesser, dann aber, wenn sie einen Lappen fassen konnten, ein anderes eigentümliches Werkzeug. Es war dies ein unten und oben abgerundetes Stück Rentiergeweih. Mit ihm und der Faust drückten sie das Zellgewebe zwischen dem Fell und den Muskeln durch und machten so große Stücke der Haut auf einmal frei. Wo dies nicht weiterging, half das Feuersteinmesser wieder nach. So war in weniger als einer Stunde der Löwe abgetan. Auffallend war bei dieser Arbeit das lustige, übermütige Geplauder der Männer, womit sie den toten Löwen, vor welchem sie so lange erlebte, so entsetzliche Furcht gehabt, verhöhnten. Der ganze Kopf, die vier Pratzen und der buschige Schwanz blieben am Fell. Und in der Tat ein wahres Prachtstück war dies, wert, nicht nur die armselige Wohnung des Höhlenmenschen, sondern einen Fürstensaal zu schmücken. Der ganze abgezogene Körper aber wurde liegen gelassen. So sehr sich die Eimats sonst alle Teile des Wildes bis auf die Knochen hinaus zu Nutzen machten, so berührten sie doch das Fleisch des Höhlenlöwen nicht. Denn es herrschte der Aberglaube unter ihnen, daß die Seele der Vatermörder nach ihrem Tode in diesen mordgierigen Katzen wohnen müßten. Auch mögen sie einen Abscheu gehabt haben, vor dem Fleische eines Tieres, das so viele Menschen gefressen. Während nun die Leute sich an den Bären machten, um an ihm dieselbe Arbeit zu tun, trat Ruhl nochmals zu dem Körper des Löwen und untersuchte genauer die Wunden. Leicht fand er die von den vier Wurfspießen, die das Tier anfangs getroffen. Es waren sämtlich nur Fleischwunden, zwei auf der Seite zwischen den Rippen, eine in der Schultergegend und die vierte in dem mächtigen Nackenmuskel. Alle diese Wunden hatten nur schwach geblutet. Dagegen hatte die Pfeilwunde eine furchtbare Wirkung gehabt. Der ganze Unterhals war schwarz-rot mit Blut unterlaufen. Der Pfeil war hart am Leibe abgebrochen, vielleicht erst bei dem Sturze des Tieres in den Abgrund hinunter. Aber fast eine ganze Hälfte, ein zweifußlanges Stück, steckte noch im Leibe und konnte von Ruhl kaum mit Anstrengung herausgezogen werden. Der Pfeil war gerade von vorn in den unteren Teil des Halses eingedrungen und hatte sich, weil von oben, vom Baume herabgeschossen, tief nach unten in die Brusthöhle, in die Lungen des Tieres eingebohrt, daher auch sein Rachen voll Blut war. Das alles zeigte Ruhl seinem Sohne, der wissbegierig dabei stand und alles aufs Aufmerksamste verfolgte. »Unsere vier Wurfspieße«, sagte er zu ihm, »haben den Buria nur gekitzelt. Repos Pfeil allein hat ihm den Tod gebracht. »Auch deine Beilhiebe, Holaman, haben keine Spur am Kopfe zurückgelassen. Den Buria hast du nicht getötet, aber deinem Vater hast du das Leben gerettet.« Mit leuchtenden Augen hörte der Knabe zu, ohne ein Wort zu erwidern. Dann brachte Ruhl seinem Bruder Repo, der das Abbalgen des Bären leitete, die blutige, abgebrochene Pfeilspitze und sagte laut, damit es alle hören sollten, »So tief wie dieses Stück steckte dein Pfeil in der Brust des Buria. Dir gehören seine Zähne.« Repo brach das Stück Holz ab und bewahrte sorgfältig die beinerne Pfeilspitze. Denn eine Waffe, mit der man ein besonderes Jagdglück gehabt, galt auch fernerhin fast für unfehlbar, wurde daher sehr hoch geschätzt und auf Kind und Kindeskind vererbt. Die Tulka-Männer hatten die Abhäutung und auch die vollständige Zerlegung des Bären in vier mächtige Stücke, zwei Vorder- und zwei Hinterhälften, vollendet und sich eben daran gemacht, einen Teil der Eingeweide, Herz, Leber und anderes zu braten, als von der linken Seite, vom Walde her, endlich die Huka-Männer mit dem Angecko erschienen. Natürlich hatte es den Alten nicht wenig verdrossen, dass er mit seinen Leuten bei dem ganzen wichtigen Geschäft des Abhäutens und Zerteilens nicht zugegen sein konnte. Er fürchtete, jetzt bei der Verteilung der Beute zu kurz zu kommen. Dazu war er ein Feinschmecker und liebte die fetten Bärentatzen über alles. Diesmal war ihm nur der Duft derselben von unten herauf in die Nase gestiegen, und nur zu deutlich konnte er von oben herab die anderen Schmausen sehen. Seine Leute hatten ihm vorgeschlagen, ein Seil oben an einem Fels zu befestigen und sich so alle einer nach dem anderen hinab zu lassen. Davon wollte aber der Angecko, der sehr viel auf sein Leben hielt, nichts hören, auch schien es ihm wohl, für ihn den großen Zauberer, unwürdig, an einem Seil in der Luft zu schweben. So mussten die Huka-Männer mit ihm einen weiten Umweg nach der linken Seite zu einschlagen, und dies war die Ursache, dass sie so spät erst unten auf dem Schauplatz erschienen, glücklicherweise noch zeitig genug, um an dem eigentlichen Bärenschmause teilzunehmen, der jetzt erst beginnen sollte. Ruhl breitete das Bärenfell auf dem Boden aus und forderte den Angecko auf, darauf Platz zu nehmen. Hinter ihn setzte sich sein Mann mit dem Uhu, Ruhl ihm gegenüber und Ruhlaman zwischen beiden. Lange dauerte wieder der Schmaus, und aufs freundschaftlichste bewirteten die Tulka-Männer ihre Nachbarn mit dem köstlichen Braten. Das erste Stück vom Herzen gebührte natürlich dem Angecko, und dieser hinwiederum gab den ersten Bissen seinem Uhu, den er jetzt auf seine Schulter genommen und an dessen ernsthaften Minen und Uhu-Rufen sich Ruhlaman höchlich ergötzte. Der Vogel musste sehr hungrig sein, denn hastig griff er nach dem Stück, sträubte nach Eulenart die Federn hoch auf und breitete seine mächtigen Schwingen nach vorn über seine Beute. Dabei schlug er unglücklicherweise dem Angecko den Helm vom Kopfe. Darüber lachte Ruhlaman. Der Angecko aber machte ein bitterböses Gesicht und wollte den Vogel von seiner Schulter herunterschütteln. Aber je mehr er schüttelte, umso fester krallte sich der Uhu ein. Jetzt konnte selbst Ruhl kaum mehr des Lachens sich enthalten, griff aber rasch den Vogel bei den Ständern und setzte ihn auf Ruhlamans Schoß, der ihn durch Streicheln und Krauen im Nacken bald zur Ruhe brachte. Der Angecko aber konnte lang seine Fassung nicht wiederfinden. Er war und blieb von nun an verstimmt. Alles sollte ihm, dem großen Zaubermeister, heute missglücken. Er beschloß fest in sich, seine Höhle nicht so bald wieder zu verlassen. Noch ernster aber wurde er, als ihm Ruhl von der Ankunft der weißen Kalatz am Twobasee und von ihren Hütten erzählte. Ruhl plante nämlich einen förmlichen Vertilgungskrieg gegen diese weißen Eindringlinge und forderte den Angecko auf, seinen Einfluss, der ihm als Zauberarzt weit und breit bei den Eimats zu Gebote stand, aufzubieten, um diese alle unter sich zu versöhnen und gemeinschaftliche Sache gegen die Weißen zu machen. Der Angecko antwortete ausweichend, riet zuzuwarten, jedenfalls zuerst, wenn auch nur scheinbar den Weißen freundlich zu begegnen. Vor allem müsse er seinen Gott befragen. Ruhlaman hatte indessen bei aller Freude, die er genossen, eine schwere Sorge auf dem Herzen. Wo war sein Wolf? Er war verschwunden, lange ehe sie in die Schlucht heruntergekommen. Aber der Vater tröstete ihn, denn der Wolf wisse den Weg zur Tulka-Höhle wohl und sei vielleicht schon jetzt zu Hause. Endlich wurde aufgebrochen, als eben der Morgen tagte. An vier dicken, mehr als manslangen Fichtenstangen, die man nebenan im Walde gehauen, wurden die großen Bärenviertel aufgehangen, jede Stange mit einem Viertel von je zwei Männern, einem vorne und einem hinten, getragen. Ebenso bildeten die zwei zusammengeschnürten Tierfälle je eine Tracht für je zwei Männer. Zwölf Leute wurden auf diese Art beladen und nun im Tragen von allen abgewechselt. Nur der Häuptling mit Rulaman und der Angecko mit dem Uhu-Träger waren ausgenommen. Ein Bärenviertel bestimmte Rul schon jetzt für den Angecko und die Huka-Leute. Alles Übrige sollten wie billig die Tulka-Männer für sich behalten. So ging der Zug schwer beladen der Heimat zu. Rul mit seinem Sohne voran, dann die Leute und zum Schluss der Angecko mit dem Uhu. Zunächst zog sich der Pfad durch einen dichten Tannenwald, allmählich abwärts, dann an steilen Felswänden und über Steingeröllrutschen vollends hinunter. Langsam, aber sicheren Trittes, ohne eine Spur von Schwindel, hatten die schwer tragenden Männer auch diesen gefährlichsten Teil des Weges glücklich zurückgelegt, als ein prächtiges, wildes, von der Sonne beleuchtetes Felsental sich vor ihnen öffnete. Freilich für die Romantik der Natur hatte jenes Volk weder Sinn noch Zeit, und wir dürfen sie darum wahrlich nicht geringer schätzen, denn die Sorge und harte Arbeit um die tägliche Nahrung, wie sie ihnen oblag, würde wohl auch bald in jedem von uns den Sinn für solche Betrachtungen ersticken. Nun ging es an einen vielfach versumpften Bache, streckenweise auch durch denselben, aufwärts bis zu dessen Quelle. Diese lag in einem düsteren Waldesgrunde, ein stiller, breiter Wasserkessel von unendlicher Tiefe, rings vom steilen Waldgebirge eingeschlossen und am Rande von mächtigen, alten, dunkelgrünen Eibenbäumen beschattet. Das immer kalte Wasser hatte eine düstere schwarzblaue Farbe. Walbasee, das heißt See des Lebens, hieß dieser geheimnisvolle Teich bei den Eimats. Hier, das war ihr Glaube, war der Eingang in die große, schöne, unterirdische Höhle, wo die Seelen der abgeschiedenen guten Menschen in ungetrübten Freuden und Genüssen unter einem großen Häuptling ewig lebten, während die der Bösen in unheimlichen Nachttieren, in Eulen und Fledermäusen, ruhelos auf der Erde wandern und die Menschen schrecken mussten. Hier machte Ruhl Halt. Alle entluden sich schnell ihrer Bürde, und wie das Tier des Waldes tranken die erschöpften, schweißtriefenden Männer mit wahrer Lust aus der kalten Flut. Ruhl da man voran, ohne, dass ihn der sorgsame Vater abhielt. Denn so nahe stand der damalige Mensch noch der Natur, dass ihm die unmittelbare Befriedigung der natürlichen Triebe, die uns Krankheit und Tod bringen würde, nicht mehr schadete, als wenn der gehetzte Hirsch sich in einen See stürzt, um seinen Durst zu löschen und sein siedendes Blut zu kühlen. Wie Fischottern schwammen und tauchten sie in dem erfrischenden Becken herum, setzten sich dann ans Ufer, um sich zu sonnen, jagten sich wie Kinder, ohne an die überstandenen und kommenden Strapazen zu denken, am Rande herum, auf die Bäume hinauf und wieder in das Wasser. Ruhlamann, den alle liebten, immer den anderen voraus. Jetzt wurde Feuer gemacht, ein gutes Stück Bärenfleisch verzehrt, und weiter ging es dann frohen Mutes der Heimat zu. Durch eine lang sich hinwindende Schlucht zog sich der Weg bergan. Sie war jetzt trocken, aber viele Steingeröll und Felsblöcke zeigten, dass hier im Frühjahr und bei anhaltendem Regen ein wilder Gießbach hinunterstürzte. Als sie oben auf der Höhe angekommen, erfrischte sie der kühle Alpwind. Stundenlang wanderten sie dann am Rande des Gebirges und des Waldes hin. Ein Trupp wilder Pferde zeigte sich in weiter Ferne auf der Ebene, aber natürlich dachte man jetzt an keine Jagd mehr. Doch wurde noch ein erfreulicher Fund gemacht. Ganz am Ende der öden Fläche, als sie eben wieder in den Wald einbiegen wollten, fanden sie unter einer breiten, einzelstehenden Eibe ein totes Renntier. Aber es hatte schon mehrere Tage gelegen und war bereits in Verwesung übergegangen, also Fleisch und Fell unbrauchbar. Dagegen war das herrliche Geweih immer noch von großem Wert für sie. Mit wenigen geschickten Steinbeilhieben wurde es mit dem obersten Teil der Schädelkapsel abgeschlagen. Dabei fand sich eine tiefe, klaffende Wunde im Nacken des Tieres. »Das hat ein Albus getan, oder ein Gietg,« meinte der Mann, der das Geweih abhieb. »Er ist von der Eibe auf den guten Katte heruntergesprungen und hat ihm den Hals abgebissen.« Nun lenkte man in den Wald hinein und eine Zeit lang abwärts dem Tale zu. Hier wurde der Pfad auffallend eben und schön. Er zog sich fast in gerader Linie in halber Höhe des Gebirges an dessen Südseite über dem Armitale hin. »Das ist ein guter Weg,« sagte Ruhlamann. »Warum sind nicht alle unsere Wege so gut?« »Es ist ein alter Numba-Gang,« antwortete Ruhl. »Sie haben die schönsten Wege gehabt, und du kennst ja die Rede, eben und glatt wie ein Numba-Pfad.« »Ich habe nie ein Numba gesehen,« sagte Ruhlamann. »Ruhl, das war das Letzte in unserer Nähe, das diesen Weg getreten hat. Wohl fünfzig Jahre lang ist es täglich hier gewandelt. Jedermann kannte es und fürchtete es. Niemand wagte sich in seine Nähe. Es war ein böses, altes, schlaues Tier, das in keine Schlinge und Falle mehr ging. Eines Tages aber wurde es von meinem Vater in einem Schilfsumpfe hier unten im Tale totgefunden. Einige seiner Zähne hat die alte Paare noch unter ihren geheimen Schätzen. Ich war ein Knabe noch, als der Vater den mächtigen Kopf nach Hause brachte. Zwei ungeheure Hörner saßen auf dessen Nase. Das vordere war fast so hoch wie ich selbst damals. Zwei Männer trugen den Kopf, zwei die Haut. Aber diese konnte man zu nichts gebrauchen. Man konnte sie nicht schneiden. Auch das Fleisch war hart und schlecht. Nur die alte Paare fand es gut, und aus einigen Fetzen der Haut kochte sie einen weichen, durchsichtigen Brei und aß ihn als Leckerbissen. Aus den Hörnern schabte sie das Pulver, womit sie das Blut stillt. Du weißt, sie liebt diese alten Tiere, die noch in ihrer Jugend häufig waren und jetzt bald nicht mehr sein werden. Besonders die Numbas und die mächtigen Twobas, die Riesen der Erde. Hast du nie Twobas gejagt? fragte Ruhlamann. Auch Twobas gab es früher im Armitale, erwiderte Ruhl. Sie kämpften oft mit den Numbas und dabei brüllten die Ungetüme fürchterlich. Nachher aber haben die Nallis, die Vettern unserer alten Paare, sie ausgerottet. Sie haben die Haut und die Hörner an die Händler verkauft. Die Händler haben sie den weißen Karlatz gebracht, die nach Sonnenaufgang am langen Flusse wohnen, so nannten sie die Donau. Dort machen sie schöne Dinge daraus, die wir nicht machen können, besonders aus den großen, langen Zähnen der Twobar. Ruhlamann. Aber wie konnten denn die Nallis die großen Numbas und Twobas erlegen? Ruhl. Sie haben bei Tage, während das Numba unten im Tal im Sumpfe lag, eine tiefe Grube gegraben auf seinem Pfade und sie listig mit Zweigen zugedeckt. Sie wussten wohl, dass das Numba keinen Zweig, keinen Stein, nichts auf seinem Pfade duldet. Dann lauerten sie in der Nähe. Wenn nun das Numba grunzend seines Weges kam, so schrien sie und reizten es, und in seiner Wut stürzte es auf die Zweige in seinem Wege los und auf die Männer, die jenseits der Grube standen, und fiel in diese hinunter. Aber da hat es oft lange gedauert, bis sie es nur töten konnten. Die Haut war so dick, dass kein Wurfspieß durchging. Oft haben sie sie verhungern lassen, und es war schauerlich, wie die Tiere Tag und Nacht brüllten. Aber die Twobars? fragte Ruhlamann dazwischen. Ruhl. Mit den fuchsharigen Twobars ging es nicht so leicht. Sie sind schlaue, vorsichtige Tiere und untersuchen genau den Weg, ehe sie den Fuß darauf setzen. Doch wußten die Nallis auch diese in Gruben zu locken, wenn es ihnen zufällig gelang, eines ihrer Jungen, solange es den Eltern noch nicht überall hin folgen konnte, zu erhaschen. Dann setzten sie dieses in die Tiefe mit Gezweig und Erde überdeckte Grube, und die Elternliebe trug stets bald den Sieg davon über die gewohnte Vorsicht. Das winselnde Junge zog die Alten herbei, und in der Hast, ihm zu Hilfe zu kommen, stürzten sie hinein. Unzählige Steinwürfe und Pfeile töteten dann endlich die Alten mit dem Jungen. Meist aber jagten sie die Twobars auf andere Art. Sie legten ihnen Fußschlingen aus starken Riemen auf ihre Pfade, und wenn sich eins am Fuße gefangen, beschossen sie es stundenlang mit Wurfspießen und Pfeilen. Öfters riss sich dann das Tier noch los und rannte in Schmerz und Wut meilenweit dem Wasser zu. Dort sind viele von Blutverlust erschöpft, untergesunken und so ertrunken. Drunten im Twobasee müssen Haufen ihrer Knochen auf dem Seegrunde liegen. Auch einen schlauen Schlangenmann hatten die Rallis, der manches Twobar allein erlegte. Er sammelte das Gift von vielen Schlangen und tauchte kleine, feine Dornpfeile da rein. Dann lauerte er den Twobars beim Baden auf und schoss ihnen, wenn sie brüllend in wilder Lust das Maul weit öffneten, die schlimmen kleinen Pfeile in den Rachen. Kaum merkte das Tier den feinen Stich, doch bald schwoll von dem Gift die Zunge und der ganze Rachen an. Das Tier wälzte sich und brüllte grausig in seiner Todesangst, und in kurzer Zeit erstickte es elendiglich. Vieles erzählte noch der Vater dem Sohne auf dem bequemen Rumba-Pfade, wie es früher viel kälter gewesen im Lande und die Winter viel länger bei den Ahnen und wie diese sich in dicke Wolfspelze gekleidet statt in Rentierfälle. Dann sprach er von weißen Bären, die früher hier hausten und jetzt ganz ausgestorben, und dass auch die Renntiere und Pferde immer seltener würden, und wie schwer es schon geworden, wild genug zu erlegen zur Nahrung. Weiter erzählte er ihm von den Hütten der weißen Kalats am Twobasee, die sie neulich entdeckt, von deren Boten und gelbglänzenden Messern und Beilen und von ihren merkwürdigen Kleidern. Dann von neuen Tieren, die man früher nicht gesehen, von großen Waldrenntieren mit runden, vielästigen Geweihen, die sich da und dort einzeln im Tale des Norgeflusses im Walde zeigten und wütend auf die Renntiere losgingen, wo immer sie sie träfen. Und von einem kleineren Waldrenntier, schlank, fein, großäugig, aber scheu und flink wie der Wind, und von neuen Vögeln in den Gebüschen am Twobasee, die wunderbar schön sängen ganze Nächte hindurch. Es wurde Abend, als die Männer endlich an der Quelle, am Zickzackweg ankamen. Hier verabschiedete sich der Angecko mit den Seinen, nachdem er Ruhl noch mit seinem Wundpulver versorgt hatte. Ruhl schenkte ihm auch das schöne Renntiergeweih und lud ihn ein zum großen Buria-Fest auf den nächsten Tag. Der Tod müde Angecko lehnte ab, versprach aber, zur Verherrlichung des Festes eine Anzahl Männer, Frauen und Kinder herüberzuschicken. Ruhlaman war vorausgeeilt und hatte mit jugendlicher Hast der alten Parre von dem großen Jagdglück Kunde gebracht. Nur von dem, was er selbst getan, sagte er nichts. Die Männer kamen mit dem Fell des Buria, der mächtige, blutende Kopf hing tief herab. So traten sie hin vor die alte Parre und legten die Last vor ihr nieder. Kaum sah die Alte die Löwenhaut, da sprang sie auf wie toll und schrie, »Das ist er, das ist er, du Männermörder, hast mir meinen Sohn gemordet!« Sie packte den toten Kopf mit ihren dürren Fingern, schüttelte ihn und schrie und tobte und lachte wie außer sich. Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Ruhlaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Das Buria-Fest Wenn ein bengalischer Tiger in Ostindien seinen Wohnort in der Nähe eines Dorfes aufschlägt, so kommt es gar nicht selten vor, dass die Bewohner, nachdem ein Familienmitglied nach dem anderen von ihm weggeholt worden, in ihrer Verzweiflung Haus und Hof verlassen und sich anderswo ansiedeln. Und doch haben diese Leute, wenn nicht Schießgewehre, so doch treffliche Metallwaffen genug. In neuerer Zeit aber wenden sich in solchen Fällen die Indier häufig an die englischen Offiziere, welchen eine Tigerjagd als das Ideal des Sportsman, des Jägers gilt, und deren höchster Stolz es ist, das Fell eines selbsterlegten Radjah-Utangs, wie ihn die Malayan heißen, mit nach England zu bringen und ihr Arbeitszimmer damit zu schmücken. Zu dieser Erlegung bedarf und benützt der Jäger die vollkommensten Schusswaffen, zwei, drei der besten Doppelbüchsen mit Stahlkugeln, und für den Notfall ist er immer noch gedeckt durch ebenso gut bewaffnete Freunde oder Diener. Nun denke man sich dagegen erst die Freude und den Stolz jener braven, tapferen, aber fast hilflosen Ureuropäer, wenn es ihnen glücklich einmal gelungen war, mit ihren fast kindlichen Pfeilen aus Haselnussgärten und den einfachen Wurfspießen einen Höhlenlöwen, das Ungetüm ihrer Wälder, welches seit einem halben Jahrhundert die ganze Gegend tagereisenweit unsicher gemacht, endlich zu erlegen. Das war ein Ereignis für jene Menschen und für die ganze Nachbarschaft, von dem noch Kind und Kindeskind erzählte. Daher wurde auch jedes Mal ein großes Fest veranstaltet, an dem sich nicht etwa nur die Männer, sondern auch Frauen und Kinder beteiligten. Mit Tagesanbruch erschien am anderen Morgen schon das ganze Volk der Tulka auf dem freien Platze vor derselben und harte Begierig der Dinge, die da kommen sollten. Auch von der Huka-Höhle stellte sich der versprochene Zuzug von gegen 20 Männern, Frauen und Kindern ein. Von allen Anwesenden hatte niemand ein Buria-Fest mitgemacht als die alte Parre. Man legte daher die ganze Anordnung der Sache in ihre Hand. Zuerst wurde ein Gestell von Holz gebaut. An eine gegen zehn Fuß lange Stange, welche den Rücken vorstellte, wurden vier Pfosten als Beine befestigt, dann die schöne Haut des Buria über dieses Gestell geworfen und notdürftig mit Baumzweigen und Laub ausgestopft. So stand der Löwe in furchtbarer Majestät vor der Tulka. Mit Grausen sahen die Kinder und Frauen an dem fürchterlichen Tiere hinauf, mit Wut und Hohn, die alte Parre. Nach ihr hatte man den Kopf des Tieres gerichtet. Der Tanz, wenn wir das oft unschöne, wilde, springende Naturvölker so nennen dürfen, begann begleitet von Trommel und Pfeife und dem eintönigen, melancholischen Gesang der Weiber. Zuerst kamen die Männer mit ihren besten Kleidern und Waffen angetan, voran Repo als Buriamate, das heißt Buria-Besieger, welchen stolzen Namen er fortan führen durfte. Die Steinbeile in der rechten Hand hoch in der Luft schwingend sprangen sie, einer hinter dem anderen, in kurzen Sätzen mit hochgehobenen Knien stampfend in weitem Kreise um das Tiere herum. Und jeder, wenn er an dem Kopf vorbeikam, gab ihm einen sausenden Hieb, der die ganze Gestalt erzittern machte. Das dauerte wohl eine Viertelstunde. Dann kam die Reihe an die Weiber. Sie waren festlich gekleidet, mit weißen Mänteln aus Schwanenpelzen zusammengenäht, Hals und Arme reich mit Ketten von Tierzähnen behangen. Zuerst bildeten sie einen Kreis, in dem sie sich bei den Händen fassten. Dann hüpften und sprangen sie mit tollem Geschrei um den Löwen herum. Jetzt fasste jede einen langen Tannenzweig, und nun sangen sie das althergebrachte Buria-Lied, wie es ihnen die alte Parre angab, in dem sie am Ende jeder Zeile mit dem Rufe Buria dem grimmigen Menschenmörder einen derben Rutenstreich versetzten. Das Lied lautete »Wie viel hast du Männer getötet, o Buria? Heldenmänner im grauen Wolfsfell, o Buria! Hast sie zerfleischt mit den Feuersteinzähnen, o Buria! Hast mit Lust ihr Blut getrunken, o Buria! Hast mit der dornigen Zunge ihr Fleisch geleckt, o Buria! Wie viel arme Weiber hast du gemordet, o Buria! Schwache, wurzeln suchende Weiber, o Buria! Schande über dich wie ein schleichender Wolf, o Buria! Du, der starke Riese, der mächtige Buria! Wie viel Kinder hast du verschlungen, o Buria! Hüpfende, blumenpflückende Kinder, o Buria! Schande über dich und deine Mutter, o Buria! Aber der Pfeil des Helden traf dich ins Herz, o Buria! Hast dich lang wohl gewälzt in Todesschmerzen, o Buria! Jetzt muss hängen dein Schädel am kahlen Ast, o Buria! Schmählich baumeln neben dem Fuchs, o Buria! Und es brennt dir die Sonne den kahlen Scheitel, o Buria! Und es regnet dir auf den breiten Kopf, o Buria! Und es schneit dir auf die schwarze Schnauze, o Buria! Und es werfen Steine nach dir die Knaben, o Buria! Dir in den aufgesperrten Rachen, o Buria! Schande, Schande dir und deiner Mutter, o Buria! Dann begann der zweite Teil des Spiels. Eine Art Galgen wurde gebaut aus drei hohen Stangen, die man oben mit Waldreben zusammenband und unten wie zu einem Zeltgerüst im Dreieck auseinanderspreizte. Ein langes Seil wurde um den Hals des Buria gebunden, über die Spitze des Galgens geworfen und das Tier von den Männern hinaufgezogen, dann das Seil plötzlich nachgelassen, dass der ausgestopfte Löwe dröhnend herunter auf den Boden stürzte. Dies wurde wohl ein Dutzendmal unter großem Jubel wiederholt. Nun setzte sich alles zum Schmause nieder, für welchen ein ganzes Bärenviertel geröstet wurde. Den Hauptleckerbissen bildeten dabei die Markknochen. Zu dem Mark aber gelangen sie auf eine sehr einfache Weise. Sie hielten den Knochen über das Feuer, um das Mark ihnen flüssig zu machen. Dann schlugen sie die beiden Enden des Knochens mit einem Stein ab und saugten das Mark mit schmatzendem Wohlbehagen heraus. Jetzt kam der dritte Teil. Während des Schmauses hatten zwei Männer den Buria in die Höhle hineingeschleppt, und nachdem sie das Holzgerippe aus dem Pelz entfernt, schlüpften sie selbst hinein, einer hinter dem anderen, und ließen sich das Fell notdürftig zunähen. So sprang plötzlich unter fürchterlichem Gebrüll der Buria aus der Höhle heraus, mitten unter die Schmausenden hinein. Alles stob auseinander, besonders die Kinder, die natürlich den Buria leibhaftig wiedererstanden, unter sich glaubten. Auch der kleine, zahme Bär rannte angstvoll brüllend davon, und der Rabe und die Dohle flogen krächzend auf die Bäume hinauf. Es begann eine wilde Jagd. Die Weiber flohen, die Männer stürzten mit den Waffen auf den Buria los. Es war ein höllisches Getümmel. Da springt mit einem ungeheuren Satz der junge Rolaman auf den Buria hinauf. Das Ungetüm schüttelt sich, wälzt sich auf dem Boden herum, aber jener hält fest, indem er den Hals umklammert, bis der Buria erwürgt zu Boden stürzt. Nun nähert sich allmählich alles wieder und lacht und hüpft und jubelt, aber noch einmal erhebt sich der Riese aus seiner Ohnmacht und rast von den Männern verfolgt, immer den kühnen Reiter auf dem Rücken, zurück in die Höhle, aus der noch lange Gebrüll und Geschrei hervortönt. Allmählich kehrte die Ruhe zurück, und der Schmaus ward fortgesetzt. Jetzt kam der vierte Teil. Unter Angstgebrüll stürzt der kolossale Bär, den man gestern erlegt, aus der Höhle hervor, hinter ihm her der Buria. Es beginnt ein fürchterlicher Kampf, bis beide ermattet und leblos am Boden liegen. Unter allgemeinem Lachen krochen jetzt die Männer aus den Belgien heraus. Damit waren die Spiele zu Ende. Nunmehr folgte eine feierliche Szene. Der junge Held Rolaman, der seinem Vater das Leben gerettet, sollte nach dem Beschluss der Männer jetzt schon den Speer, das Zeichen des Mannes, erhalten, der sonst, wie wir wissen, erst dem Jünglinge, nachdem er einen Bären erlegt, zuteil wurde. Festlich geschmückt im weißen Wolfspelz, mit Bogen und Steinaxt bewaffnet, trat er, von Repo dem Buriamate, geführt, aus der Höhle. Es ward ein großer Kreis geschlossen, an dessen Spitze die alte Parre unter ihrer Eibe, zu ihrer rechten Ruhl der Vater. Schüchtern trat der Junge in den Kreis hinein, vor die alte Parre hin, die einen rot- und schwarzbemalten Speer, wie ihn sonst nur die Häuptlinge trugen, in der Hand hielt. Vor ihr stand ein junges Mädchen, mit einem Kranz aus Hainbuchenlaub, dem Baume, aus welchem die Speere gefertigt wurden. Die Alte murmelte einige feierliche Worte, dann kniete Ruhlaman vor ihr nieder und empfing aus ihrer Hand den Speer, worauf ihm das Mädchen den grünen Kranz aufsetzte. Er stand auf und fiel seinem Vater, Freudentränen im Auge, in die Arme. Jetzt traten die Männer auf ihn zu, schüttelten ihm einer nach dem anderen die Hand, und als Zeichen seiner neuen Würde tanzten sie mit ihm den Speertanz, den nur Männer tanzen durften. Nunmehr ergriff Ruhl ein Steinmesser und schnitt dem Buria den Kopf ab, schlug die prächtigen, beinahe halbfußlangen Eckzähne aus dem Schädel heraus und übergab sie Repo dem Buriamate. Repo aber sprach, »Nicht also! Ich nehme einen, der andere gebührt dem braven Ruhlaman!« und reichte ihm ihn hin. Dann wurden auch die fingerlangen Krallen ausgelöst und unter die Männer, die an der Jagd teilgenommen, verteilt. Diese hatten großen Wert, denn man glaubte, dass ein Mann, der eine solche Klaue am Halse trug, von keinem anderen Tiere, Bär, Wolf, Luchs oder dergleichen, besiegt werde. Der Pelz auf dem Platze unter der Eibe ausgebreitet, sollte fortan als Sitz für die alte Paare dienen. Der Löwenkopf selbst aber wurde hoch an der Eiche als Siegestrophäe und Zielscheibe für die Pfeile, Wurfspieße und Schleudern der Knaben aufgehängt und bis in die Nacht hinein übten sich die Jungen an diesem lustigen Spiel. Dies war das Buria-Fest vor der Tulka. Es war das Letzte. Das Schicksal dieses tapferen Völkleins sollte sich jetzt bald erfüllen. Schon war ein anderes Geschlecht im Lande, neben dem es nicht bestehen konnte. Nach Jahr und Tag stand die Höhle traurig und verlassen, ein Zufluchtsort für Bären und Hyänen, bis auch diese verschwanden. Jetzt liegt sie düster und einsam in einem forstlich wohlgepflegten Buchenwalde. Der schöne freie Platz vor ihr, auf dem sich einst das ganze Leben eines Menschenstammes bewegte, ist zum großen Teil in den Abgrund hinuntergestürzt, und von der einsam stehen gebliebenen rechten Ecke desselben blicken friedliche Reisende hinunter in die grünen Auen des Armitales und auf den hohen Schornstein einer Fabrik. Gegenüber aber knallt die Peitsche des Alpbauern auf der Steige, der den mit Alpkorn reichlich beladenen Wagen zum Markt ins Tal führt. Aber noch tönt von den schroffen Felswänden herab wie eine Stimme aus längst vergangenen Tagen an Frühsommerabenden der melancholische Ruf des einsamen Uhus, derselbe Ruf, der wohl schon vor Jahrtausenden auch während jenes Buria-Festes erklungen. Es ist noch einer. Wer weiß, wie bald wird auch er als wertvoller Balk in ein Museum wandern. Ende von Abschnitt 10 Abschnitt 11 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Reise an den See Wenn wir das Leben unserer Eimats nur aus den wenigen Tagen, die wir bis jetzt geschildert, beurteilen wollten, so könnte man denken, es sei ein vollständig regelloses gewesen. Dem war aber doch nicht so. Auch ihr Jahreslauf teilte sich wie der Unserige nach Jahreszeiten und Monaten scharf ab, und wie unserem Landvolke, das noch heute weit mehr mit der Natur lebt als der Städter, so brachte auch ihnen jede Jahreszeit, ja sogar jeder Monat, seine besonderen Arbeiten und Genüsse, Freuden und Leiden. Schon die Art, wie sie die Monate benannten, weist darauf hin. Da gab es einen Kadde, das heißt Rentiermonat. Rentiermonat. Es war der Mai, die Zeit, wo die jungen Rentiere zur Welt kamen und wo man diese mit ihren Müttern mit leichter Mühe fing und fast ganz von Rentieren lebte. Dann kam der Manzika, das heißt Erdbeermonat. Darauf folgte der Reisemonat, der Juli. Der August war der Haug, das heißt der Hechtmonat und so fort. Die beiden Letzteren zumal spielten eine große Rolle im Leben der Eimats. Gegen Mitte Juli nämlich regte sich die Wanderlust in allen Höhlenbewohnern der Alp. Von nah und fern zogen sie in langen Karawanen sechs, acht bis zehn Tagesreisen weit nach den Seen, deren es einen größeren nach Norden zu im Tale des Norgeflusses gab, Twobasee genannt, eine noch bedeutendere Anzahl aber nach Süden, nach dem Eisgebirge zu. Jung und alt freute sich schon lange vorher auf diesen sommerlichen Ausflug, fast die einzige Zeit im Jahre, wo man auch mit anderen Stämmen zusammentraf, besonders mit den See-Eimats, welche im Gegensatz zu den Bergeimats, die in Höhlen lebten, sich Erdwohnungen an den Ufern der Seen gebaut hatten. Diese lebten fast ausschließlich von Fischen, an denen damals kein Mangel war, denn die Menschenbevölkerung des Landes war noch sehr dünn und nicht entfernt mit der jetzigen zu vergleichen. Man hatte nun die Wahl zwischen dem Twobasee im Norden, wo, wie wir wissen, die Weißen schon ihre Hütten gebaut, und dem Soom, das heißt Welssee, im Süden. Um mit den Weißen nicht in Berührung zu kommen, entschied die alte Parre für den Letzteren. Die Hauptregel für den Reisenden lautet wenig Gepäck. Sie zu befolgen war unseren Eimats leicht gemacht. Alles, was nicht durchaus nötig war, blieb in der Höhle zurück. Bei dem gänzlichen Mangel an Haustieren, welche Lasten hätten tragen können, musste natürlich alles zu Fuß wandern. Die Kleinen wurden von ihren Müttern in einem Korbe auf dem Rücken getragen. Nur für die Alten, die nicht mehr gehen konnten, musste etwas umständlicher gesorgt werden. So wurde für die alte Parre eine Art tragbare, ein großer Weidenkorb zwischen zwei Stangen, gefertigt, ein zweiter ähnlicher Korb für Rentierfälle zum Zeltbau, für Werkzeuge, Töpfe und so weiter. Jeder dieser Körbe wurde von zwei Männern, die Stangen über die Schulter gelegt, getragen. An einem schönen Julimorgen, noch vor Sonnenaufgang, brach man auf, nachdem der Höhleneingang notdürftig mit Baumstämmen, gegen Bären und andere wilde Tiere verrammelt war. An gemeinen Diebstahl von Seiten anderer Menschen dachte man nicht, wie denn überhaupt dieser in jenem Steinzeitalter, wie man es im Gegensatz zu unserem, wo das Gold herrscht, nennen könnte, fast unbekannt war. Den Zug eröffnete wie immer der Häuptling, mit Rulamann, der seit dem Buria-Feste bei keinem Ausflug mehr von seiner Seite gewichen. Ihm folgten die Männer mit der alten Parre, dann der übrige Tross, Weiber und Kinder. Die jungen Bursche schlossen den Zug. Auch der junge Bär und das kleine Rentier trotteten mit, und diese mussten es sich sogar auf dem Wege oft gefallen lassen, daß Knaben und Mädchen aus Mutwillen oder, wenn sie müde geworden, sich ihnen auf den Rücken setzten. Rabe und Dohle waren alte Vögel, die schon oft diese Sommerreise mitgemacht, und auch sie schienen voll Wanderlust. Krächzend flogen sie bald um den Zug herum, bald ein Gutstück voraus, als müssten sie den Weg zeigen. Gewöhnlich aber saßen sie gemütlich auf dem Rande des Korbes der alten Parre, die sich gerne mit ihnen zu schaffen machte. Natürlich konnten nur kurze Tagereisen gemacht werden, und der Soomsee, der für Männer allein nur vier Tage Märsche entfernt war, wurde meist erst nach etwa einer Woche erreicht. Man wanderte nämlich nur nachmittags bis Sonnenuntergang, dann wurde im Walde oder auf der Ebene unter großen Bäumen immer in der Nähe einer Quelle oder eines Baches gelagert und Feuer angemacht. Für jede Nacht wurden Zelte aufgeschlagen, welche man mit Rentierfällen deckte. Am Morgen mit Tagesanbruch zogen die Männer auf die Jagd aus, denn es war kein Geringes für so viele Menschen, Groß und Klein, Nahrung zu schaffen. Doch war das Wild in jenen unbewohnteren Gegenden, durch welche die Karawane ihren Weg machte, noch reichlich. Freilich wurde auch fast nichts verschmäht, nicht nur größere Tiere, sondern auch Hasen, Eichhörnchen, Haselmäuse, so dann alle Arten Vögel, nur die Eulen ausgenommen, im Notfall selbst Eidechsen und Frösche waren willkommen. Auch die Weiber und Kinder halfen getreulich mit. Vom frühen Morgen bis zum Mittag, wo Mahlzeit gehalten wurde, zerstreuten sie sich über Berg und Tal, durch Wald und Ebene, um Erdbeeren, wilde Stachelbeeren, Pilze, Rapunzeln, wilde Möhren und anderes zu suchen. Die älteren Knaben und Mädchen bildeten eigene Jagdpartien für sich, diese galten vor allem den Vögeln. In den dichtesten Gebüschen, in den höchsten Baumkronen, erspähten sie die Nester, und wie Eichhörnchen kletterten sie, Knaben und Mädchen, auf die höchsten Eichen, Tannen, Eiben und Erlen hinauf. Wo aber Junge im Neste waren, wussten sie mit Leimroten und Rosshaarschlingen leicht auch die Alten auf dem Neste zu fangen, und ohne Gnade wanderten alle miteinander, Alte und Junge, wie leider noch heute bei den Italienern, in den Kochtopf. War vollends ein Bach in der Nähe, so jagten sie eifrig den Forellen und Krebsen nach. Die Forellen haschten sie sehr geschickt mit den Händen in den Uferlöchern, für die Krebse legten sie Fleisch aus und fingen sie oft in großer Menge. Sie wurden roh mit der Schale verzehrt und galten für besondere Leckerbissen. Ja, mit nichts konnten sie die gute alte Parre, die stets allein mit dem zahmen Tieren bei den Zelten Wache hielt, mehr erfreuen, als wenn sie ihr eine Anzahl dieser zappelnden Geschöpfe in den Schoß schütteten. Das waren glückliche Tage für das junge Volk. Diese Tage der Wanderung, aber auch ein jäher Schrecken und ein schweres Leid traf sie auf der Reise. Es war beim Lagern an dem uns wohlbekannten Walbarsee. Dort wurde ein kleines Mädchen beim Erdbeersuchen von einer Otter in den Fuß gebissen. Schreiend brachten sie die anderen Kinder, die die Gefahr wohl kannten, zur alten Parre. Aber es hatte wohl eine halbe Stunde gedauert, bis sie ankamen, denn der Weg war weit. Das Glied war schon dick angeschwollen, das Kind totenbleich und vor Angst und Schmerz fast ohnmächtig. Die erfahrene Alte schüttelte den Kopf, wollte aber doch nichts unversucht lassen, sog die Wunde aus und brannte sie mit einer glühenden Kohle. Standhaft, ohne zu schreien, ertrug das Kind diesen furchtbaren Schmerz. Dann legte die Alte einen glatten Kieselstein auf und band ihn mit dünnen Lederriemen so fest als möglich. Endlich rieb sie das dick geschwollene Bein mit ihren mageren Händen, unverständliche Worte vor sich hinsummend. Allein alle ihre Kunst war diesmal vergeblich. Unter furchtbaren Krämpfen starb das arme Kind schon nach wenigen Stunden. Das war ein harter Schlag für unsere Tulka-Leute. War es doch eigentlich nur eine Familie, gleichsam lauter Brüder und Schwestern. Das Kind war ein Töchterchen des braven Repo, und als er mittags von der Jagd nach Hause gekommen und seine kleine Ruta tot fand, schrie der starke Buriamate, dem kein körperlicher Schmerz je einen Wehlaut erpreßt hätte, laut auf, und rannte wie wahnsinnig fort in den Wald. Erst nach drei Tagen kam er abgemagert und bleich wieder bei der Karawane an. Dem toten Kinde aber füllte man der Sitte gemäß beide Händchen mit den besten Bären, die man finden konnte, zur Wanderung in die große schöne Höhle, in der die Eimats nach dem Tode alle zusammen wohnen sollten. Die kleine Leiche wurde in einen Wolfspelz eingenäht und am Fuße eines freistehenden uralten Eichenbaumes im nahen Walde, nicht weit vom Walbarsee, begraben. Dann wälzten die Männer einige schwere Steine auf den Hügel, damit die Leiche nicht von Bären oder Hyänen oder Wölfen ausgegraben würde. Auch alle anderen warfen jeder einen Stein darauf. Dies war auch sonst Brauch bei den Eimats. Keiner derselben ging an einem solchen Grabhügel, die man da und dort in Feld und Wald antraf, vorüber, ohne seinen Stein zu den übrigen zu werfen. Zum Schluss wurde unter dem jammervollen melancholischen Klagegesang der Weiber und Mädchen bei Fackelschein der übliche Totenreigen von den Kindern um das Grab herum getanzt. Anderen Tages aber schien die kleine Ruta schon vergessen. Ein Aberglaube verbot es, in der ersten Woche von den Verstorbenen zu reden. Man lebte weiter in altgewohnter Weise. Aber während der Vater seinen Schmerz in der Einsamkeit verbarg, gebot die Sitte der Mutter ein dreitägiges Fasten. Vom Walbarsee, wo sie die schwere Trauer gehabt, zog unser Eimatvölklein weiter, zunächst nach dem langen Flusse. Der Weg dahin führte durch das felsumgrenzte grüne Ulatal. Hier war eine ihnen wohlbekannte Ansiedelung von Eimats, die Ulahöhle, viel beneidet von den Stammesgenossen, wegen des fischreichen Baches, der nahe am Eingang vorüberfloss, berühmt weithin durch ihren Häuptling, den Kenner des schwarzen Wassergesteins, in welchem verborgene Quellen lagen. Manche Höhle verdankte ihm die Auffindung eines solchen kostbaren Schatzes in ihrer Nähe. Raxo, so hieß der Häuptling der Ulas, war ein kluger, munterer Mann, ein treuer Jugendfreund Ruhls, dessen ernsterem Sinne die nie getrübte Heiterkeit und die lustigen Einfälle des Anderen gar Wohltaten. Ruhl sprach mit ihm von den Kalats. Raxo aber nahm die Sache nicht eben schwer. »Was ist's drum?« meinte er. »Wenn die Kalats uns zu nahe rücken, so ziehen wir an den See. Mich plagt ohnehin schon oft genug die Langeweile in der Winterhöhle. Am See geht's anders zu. Da gibt's mehr Leute, Luft und Leben, und gar der Eistanz auf dem glatten See.« Ruhl aber erwiderte, »Sprich nicht davon. Ich kann meine Berge nicht lassen.« Ruhl lud den Freund zur Mitreise an den See ein, und dieser war sofort bereit. Es wurde also Rasttag gemacht, bis die Ulas zur Reise fertig waren. Nach reichlicher Labung an frischen Ulaforellen zog am anderen Morgen die so vergrößerte Karawane weiter. Als sie endlich an dem langen Flusse, einem breiten reißenden Strome, der weit, weit nach dem Aufgang der Sonne zufließt, angekommen, machte man Halt. Sie mussten hinüber, denn erst einige Tage reisen, südlich davon lag der Soomsee. Dieses Übersetzen war immer der gefürchtetste und gefahrvollste Teil der Reise, und unsere sonst so tollkühnen Tulkas fühlten sich diesem ungewohnten Elemente gegenüber weniger zuversichtlich. Einige Flöße aus alter Zeit lagen hier immer am Ufer, denn vielleicht seit Jahrhunderten war dies die Stelle, wo die nördlich des Flusses wohnenden Eimats überzufahren pflegten. Aber die Flöße waren immer mangelhaft, mussten jedes Mal wiederhergestellt werden und treulich traten hierbei die Sachverständigen Ulas mit Rat und Tat ein. Endlich, am dritten Tage, wagten sie die Überfahrt, und sie ging unter vielem Lärm der Kinder und der zahmen Tiere glücklich vonstatten. Von da ging die damalige Karawanenstraße am rechten Ufer des Langen Flusses hinauf bis zum Kanserbache, an dessen Tälchen aufwärts unsere Eimats endlich am Mittag des achten Tages das Ziel ihrer Reise, den Soomsee, erreichten. Ende von Abschnitt 11 Abschnitt 12 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Höhlenbauten und Pfahlbauten Eiszeit nennt man, wie wir schon in der Einleitung kurz erwähnten, jene lange Periode der Kälte, welche wohl nicht plötzlich, sondern ganz allmählich, wahrscheinlich infolge der Ansammlung des Schnees auf den neu erstandenen Hochgebirgen, über Europa hereinbrach, nachdem vorher tropische Wärme und tropische Natur hier geherrscht. Am Ende dieser kalten Periode, als schon das Klima dem Unserigen wieder ähnlicher geworden, lebten, wie wir wissen, unsere Eimats in unseren schwäbischen Höhlen. Aber sie waren durchaus nicht etwa die einzigen Menschen in unserem Erdteile, sondern nur ein Stamm jenes Urvolks mit Stein- und Beinwerkzeugen, von dem wir jetzt schon fast über ganz Europa hin sichere Spuren gefunden. So bequem nun die natürlichen Höhlen sich als Aufenthaltsvorort für die Bedürfnisse jener Menschen darboten, so nahe liegt die Frage, wo haben denn alle anderen Ureuropäer gewohnt? Denn die Zahl der Höhlen ist ja eine sehr begrenzte. Zudem vermehrt sich der Mensch, wenn er in einigermaßen günstigen Verhältnissen lebt, sehr schnell, und die Stammeshöhle wurde wohl sehr oft gar bald für die wachsende Schar zu klein. Leicht lässt sich denken, dass sie dann in der Nähe der Höhle, besonders im Schutze vorspringender Felsen und dergleichen, sich einfache Holzhütten gebaut. Solche waren auch entfernt von den Höhlen, zum Beispiel bei längerem, aber doch vorübergehendem Aufenthalt an einem Ort auf Jagdzügen, zweckdienlich und leicht auszuführen, und es sind in der Tat derlei zeitweilige Wohnsitze der Feuersteinmenschen, aus den Resten, Werkzeugen, Knochen und so weiter, die sich da fanden, nachgewiesen worden. Es ist nunmehr aber auch nicht schwer, aus der bisher geschilderten Lebensweise jenes Volkes zu schließen, was für dauernde Wohnungen sie sich da gebaut haben mögen, wo keine natürliche Höhle sich darbot. Diese Wohnung musste vor allem dreierlei bieten. Schutz gegen die Kälte des Winters, Schutz gegen die wilden Tiere, welche überall hausten, und endlich auch Schutz gegen andere Menschen. Denn auch damals schon wurde in Krieg und Kampf Menschenblut von Menschen vergossen, wie dies der Fall sein wird, solange es Menschen gibt. Denn das Recht der Gewalt, das Recht des Stärkeren, ist ja leider ein Naturgesetz für alle lebenden Wesen und wird es auch immer für den Menschen bleiben. Sehen wir uns nun einige heute lebende Naturvölker an, denn der Mensch auf der niedersten Stufe ist, wie wir mehr und mehr finden, überall im Grunde der gleiche. Die Dayaker, ein braunes Jägervolk, welches die inneren Waldgegenden der großen Sundarinsel Borneo bewohnt, bauen ihre leichten Hütten im Walde, um vor nächtlichem Überfall von wilden Tieren und feindlichen Stämmen sicher zu sein, auf hohe, in die Erde gerammte Pfähle, auch wohl auf geeignete Bäume, natürliche Pfähle. Wohnen sie aber am Flusse oder an einem See, so lieben sie es zu weiterer Sicherheit, ihre Häuser über dem Wasser selbst aufzurichten. Konnte ein solcher Pfahlbau unseren Ureuropäern als Wohnung dienen? Vielleicht für den Sommer, aber für den damaligen harten deutschen Winter sicher nicht. Ja, nicht einmal für unseren Winter. Liegt es nicht nahe zu denken, dass ein Volk, von dem ein großer Teil in natürlichen Höhlen lebte, sich da, wo es keine solchen fand, künstliche baute? Die Kamtschadalen, bekanntlich ein Jägervolk im nördlichen Russland, welches ganz wie unsere Ureuropäer wesentlich von der Jagd auf Bären und Renntiere und so weiter lebt, wohnen noch heute in sogenannten Jurten. Diese sind zwei Meter Tiefe und etwa elf Meter im Durchmesser haltende, in die Erde gegrabene Löcher. Damit die Wände nicht einrutschen, sind sie mit Balken bekleidet und gestützt. Das Dach einer solchen unterirdischen Wohnung ruht auf ebener Erde. Es ist aus Balken gearbeitet, sehr dick, gleicht einem abgestumpften Kegel und wird durch Pfähle im Innern gestützt. Oben hat es ein viereckiges Loch. Dies ist zugleich Rauchfang und Eingangstür. Von ihm geht als Treppe ein eingekerbter Balken in die Hütte hinunter. In einer solchen Jurte wohnen bis zwanzig Personen jeden Alters und Geschlechts zusammen. In der Mitte der Hütte brennt ein beständiges Feuer. Ist das nicht eine vollkommene Höhlenwohnung? Aber weiter. Die südlicher wohnenden Kamtschadalen bauen sich für den Sommer auf etwa vier Meter hohen Pfählen eine Hütte, bestehend aus einem Balkenboden und einem kegelförmigen, mit Gras bedeckten Dache darüber. Ein Balken mit stufenartigen Einkerbungen ist die Treppe. Es gibt kein Fenster, nur die kleine Türe lässt einiges Licht ein und oben im Dache ist wieder ein Loch für den Rauch. Also für den Sommer Dayaka Pfahl bauten, für den Winter eine Höhlenwohnung. Ähnlich wohnten nun wohl auch jene Ureuropäer. Kamtschadalische Jurten und Pfahlwohnungen konnten sie mit ihren Feuersteinwerkzeugen recht gut herstellen. Sofern also die Eimats an Seen lebten, gruben sie wohl ihre Winterwohnungen in das Ufer, die Sommerwohnungen aber bauten sie auf Pfählen in den See hinein, zu größerer Sicherheit, wie die Dayaka, und, weil es für einen Fischervolk besonders bequem war, ihren Fang unmittelbar von Boote aus ins Haus zu bringen. Sehr wahrscheinlich dienten diese Sommerbauten zugleich als Vorratshäuser für den Winter, wie solche die Lappen noch heute über dem Wasser haben. Dies waren die allerersten Anfänge der Pfahlbauten, die in einer viel späteren Zeit, zum Beispiel an den Schweizer Seen, von einem anderen, schon höher kultivierten Volke, vielleicht einem Mischvolk von Kalatz und Eimatz, so vollkommen und fest ausgeführt wurden und deren Reste jetzt an so vielen Orten in Europa an Seen nachgewiesen wurden sind. Doch kehren wir zurück zu unseren Eimatz. So treffen denn unsere Tulka-Leute am Soomsee eine ganze Niederlassung von Stammesverwandten, die man See-Eimatz nannte. Noch starrten damals die Gletscher von den Schweizer Alpen herunter bis fast an die Seen hin und wohl neun Monate lang dauerte der Winter. Mannshoch bedeckte dann der Schnee die ganze weite Landschaft, über welche sich an den Ufern hin die Menschenwohnungen wie große weiße Maulwurfshaufen erhoben, aus deren Spitzen Rauchwölkchen aufstiegen. Gegenüber stand der Pfahlbau mit den getrockneten Fischen und unten an den Pfählen angebunden die Einbäume, jene einfachsten aus einem einzigen ausgehöhlten Baumstamme bestehenden Fischerboote. Eine andere Landschaft freilich trafen unsere Bergeimats jetzt in ihrem Seemonat Juli an. Wohl glänzten noch die Schneeberge in der Ferne und die Eiskletscher in nächster Nähe. Aber hart am Eise beginnt, wie heute noch in Grönland, eine freundliche Sommerlandschaft. Eine üppige Grasfläche dient auch Herden von wilden Rentieren und Pferden zur Weide und schwarze Kiefernwaldungen begrenzen fernhin den Horizont. Die Winterwohnungen der Fischer stehen jetzt verlassen. Alles lebt unten am See in den Pfahlbauten und auf den Booten. Männer, Weiber und Kinder lustig und froh, aber immer geschäftig, die kurzen Sommermonate zu nützen, um einzuernten für den langen, langen Winter. Ende von Abschnitt Zwölf Abschnitt 13 von Rulaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwei Monate am See Das Fischer oder das Jägervolk? Welches ist das Glücklichere? Als unsere Tulka-Leute ihre Brüder am See in der schönsten Jahreszeit antrafen, wie sie mit leichter Mühe Boote voll köstlicher Fische heimbrachten, an langen Seilen an der Sonne trockneten und ihre Vorratshäuser damit füllten, da könnte wohl den einen oder den anderen etwas Neid gekommen sein. Besonders denen, die den langen kalten Winter am See nicht kannten. Aber sicher hätte keiner der Tulkas mit ihnen getauscht. Denn immer durften sich die Bergeimats als den kühneren, mutigeren und stärkeren Stamm betrachten. Zwar der Hunger, der bei diesen nicht selten hart anklopfte, war bei dem Fischervolke, wie heute noch bei allen Fischern, fast unbekannt. Aber andererseits waren sie durch den leichteren Nahrungserwerb und durch die weniger kräftige Nahrung selbst ein trägeres, schwerfälligeres, freilich auch friedlicheres Geschlecht. Der Höhlenlöwe, der nur im Gebirge lebte, machte ihnen nicht zu schaffen. Nur der Bär, der selbst die Fische liebt und zu fangen versteht, stattete ihnen im Winter hin und wieder Besuche ab, und auch Renntiere und Pferde wurden dann und wann von ihnen gejagt. Für Ruhl und seine an Strapazen gewöhnten Brüder waren das leichte, friedliche Monate. In ihren Einbäumen ruderten die Männer am frühen Morgen in den See hinaus und gewöhnlich kamen sie mit reich beladenen Booten heim. Doch wir müssen uns ihre Fischgerätschaften erst etwas näher ansehen. Netze aus gedrehten Faden besaßen sie nicht. Hanf und Flachs und die Verarbeitung ihrer Fasern brachten erst später die Kalats von Osten. Dagegen hatten sie grobe Netze aus Bastfasern, sondern Angeln, Harpunen und vor allem hiebekannten Fischreusen. Die letztere, die Fischreuse oder der Fischkorb wird ja auch heute noch in den verschiedensten Formen und Größen bei allen Fischervölkern gebraucht. Bei den Indianern Amerikas an beiden Ozeanen und an den großen Seen und Flüssen bei den Westindischen Negern am Meere und überall in Europa. In Westindien ist es ein großer viereckiger Korb aus Bambusrohrgeflecht, an dessen vier Seiten Öffnungen zum Hineinschlüpfen der Fische sich befinden. Diese Eingänge sind innen durch spitzige Pfählchen so verwahrt, dass jeder größere Fisch wohl hinein, aber ohne sich an den Pfählchen zu stoßen, nicht wieder herausschlüpfen kann. Auf diese Körbe werden oben übers Kreuz zwei Stangen festgebunden, an den vier Ecken der Stangen Lianen befestigt, welche oben in eine einzige zusammengehen. Diese ist nun außerordentlich lang, denn man legt den Korb bis zu 30 Meter in die Meerestiefe. Das Auslegen geschieht sehr einfach. Als Lockspeise wird Fleisch in die Reuse gelegt. Man fährt mit dem Bote in das Meer hinaus, beschwert den Korb oben mit Steinen und lässt ihn so langsam sinken. Am oberen Ende der Liane wird ein schwimmendes Holzstück befestigt, das man anderen Tages leicht wiederfindet. Ich war selbst öfters Augenzeuge, wie diese Körbe mit vielen und schönen Fischen fast gefüllt herausgezogen wurden. Ganz ähnlich waren wohl die Reusen unserer Eimats, wie man denn heute noch am Bodensee Fischkörbe an über 20 Meter langen aus der deutschen Liane der Waldrebe verfertigten Seilen auf den Seegrund hinab lässt. Die Angeln und Harpunen unserer Eimats aber waren natürlich nicht aus Metall, sondern aus Stücken von Rentiergeweih sehr hübsch und zweckmäßig mit eingesägten Widerhaken hergestellt. In den Reusen fingen sie den fetten Aal, die schön schwarz und gelb gefleckten Quappen und der gleichen. Für andere Fische benützten sie Legangeln, die sie an langen starken aus Tierdärmen gedrehten Schnüren in den See versenkten, so zum Beispiel für den köstlichen Rheinlanken, eine Art Lachs, bis 18 Kilogramm schwer, für die Lachsforelle, die Rotforelle, den Schnäbel mit seinem lang hervorstehenden Oberkiefer, die trefflichen Blaufällchen, lauter herrliche Fische, die in der Tiefe leben. Den Hecht fingen sie gewöhnlich, auf eine Hälse, sie banden nämlich an die Schnur einer Angelrute, statt der Angel eine weite Schleife aus Rosshaaren, die durch einige kleine unten angebundene Steinchen sich senkrecht im Wasser hielt. Diese Schlinge wurde dem Hecht, wenn er ruhig träumend in der Nähe des Ufers am Grunde lag, wie er es zu tun pflegt, behutsam von vorn über den Kopf gezogen, und sobald sie hinter den Brustflossen angekommen, der Fisch mit einem kräftigen Ruck aus dem Wasser heraus ans Land geschleudert. Als der beste Fang aber galt unseren Eimats der mächtige Sohm, nach welchem sie auch den See benannten. Es ist unser Wels, der Haifisch unserer schwäbischen Seen. Dieser war an den sumpfigen Ufern zu jener Zeit ziemlich häufig, aber nicht leicht zu fangen, weil er bei Tage im Sumpf begraben Nächten ans flache Ufer kamen. Aber es galt immer für ein besonderes Glück, ihn zu erlegen, und wenn eines dieser oft manslangen Ungetüme gefangen wurde, so gab es einen Schmaus, wie wenn man dort in den Bergen einen Bären erlegt hatte. In allem diesen, was den Fischfang betraf, taten es natürlich die See Eimats unseren Tulka-Leuten weit zuvor. Ja, vom Netzflechten aus waren sie sehr leicht auf das Flechten von Kölben, Matten und dergleichen gekommen. Von ihnen erhielten daher die Bergeimats allerlei solche Gerätschaften, vor allem die für die Fischerei, durch Tausch gegen Steinmesser und Steinexte, vom Feuerstein der Alb, auch gegen Bären und Rentierfälle und Geweihe. So entstand bereits damals mit der schon durch die Verschiedenheit des Wohnorts bedingten Teilung der Arbeit der Handel Schon die Knaben der See Einmals waren ausgezeichnete Ruderer und Schwimmer und unser Rulaman der im Wald und auf den Felsen und Bäumen mit Bogen und Pfeilen und mit dem Wurfspeer überall der Erste gewesen sah nicht ohne Eifersucht auf die dortigen Jungen welche wie Enten schwammen und tauchten Wettspiele zu Wasser und zu Lande und hier und da auch ernstliche Kämpfe zwischen der Berg- und Seejugend waren nicht selten und endeten meist zum Ruhme der einen Partei wenn sie auf dem Lande zum Ruhme der anderen wenn sie auf oder im Wasser ausgefochten wurden besonders glänzte Ruhlaman im Bogenschießen dazu boten die prächtigen grau und weiß glänzenden Möwen die in Schwärmen die Seeufer belebten und die Schwäne die damals noch in großer Anzahl auf kleinen Schilfinseln im See nisteten herrliche Gelegenheit aber der Junge war stolz genug nie auf einen Vogel anders als im Fluge zu schießen und verspottete die Fischbuben wie er wenn sie die Vögel hinterlistiger Weise wie Fische mit Angeln köderten Einmal aber hatte er einen heißen Kampf mit den Möwen zu bestehen Der Tulkarabe hatte sich am See an den weggeworfenen Fischköpfen gütlich getan und wagte jetzt einen kühnen Flug über das Wasser hin als eine kleine Schar der spitzflügeligen Silbermöwen vielleicht um ihn zu reizen hart an ihm vorbeistreifte sei es nun daß der einsame Schwarze sich der munteren Gesellschaft anschließen oder sie strafen wollte im Nu war er in einen Kampf mit ihnen verwickelt die gewandten Flieger hackten nach ihm von oben von der Seite von unten und zerzausten ihn so daß die schwarzen Federn weithin durch die Luft flogen der arme Vogel schrie jammervoll und flog so gut er konnte dem Ufer zu wo glücklicherweise Rulaman mit seinem Bogen stand neben ihm eine Schar Fischerjungen die sich ob des Sieges der Möwen über den armen Bergvogel nicht wenig freuten Rulaman zitterte vor Zorn er spähte den Augenblick wo eine der Möwen weiter vom Raben entfernt war und schoss sie herunter dann eine zweite dritte jetzt erst schien es den Seevögeln geraten das Weite zu suchen auch den Angecko dürfen wir nicht vergessen bald nach den Tulkas hatte auch er sich mit seinem ganzen Clan eingefunden ihm war der Aufenthalt am See stets die Zeit der reichsten Ernte hier weit mehr als in seiner eigenen Heimat war der Glaube an ihn und seine Wundermacht ein unbedingter von allen Seiten über den See her dessen Ufer in den Sommermonaten überall mit Hütten und Menschen bedeckt waren brachte man ihm Kranke vor seine Zauberhütte welche auf einer kleinen Anhöhe errichtet mit rot und schwarz bemalten Rentierhäuten behangen und so weithin sichtbar war vor dem Eingang aber saß auf einer Sitzstange der Uhu Scharen von Menschen sah man oft lange vor seiner Hütte harren während von innen in feierlichen Schlägen die Zaubertrommel und der Gesang des Angecko ertönten endlich erschien er in dem uns wohlbekannten Aufzuge und nahm die Heilung je nach der Anzahl der Leidenden rascher oder langsamer vor meist geheimnisvoll innerhalb der Hütte die Bezahlung erhielt er in getrockneten Fischen mit denen dann seine Leute einen mächtigen Pfahlbau unten am See mühelos füllten ein einförmiges Kapitel werden manche unserer jungen Leser denken aber es war zum Verständnis des Lebens unserer Heimat durchaus nötig denn ihr müsst wissen dass Tage reich an gefahrvollen Ereignissen wie ihr Jungen sie am liebsten hört Gott sei Dank im Leben aller Menschen die selteneren sind denn alle Völker und alle Menschen meiden die Gefahr soweit sie können freilich wenn man in unsere Geschichtsbücher hineinblickt so könnte man denken die Griechen die Römer und die alten Germanen sowie auch unsere neueren europäischen Völker hätten weiter nichts zu tun und zu denken gehabt als blutige Kriege zu führen und doch lebten und leben alle Nationen durchschnittlich ein friedliches Dasein der alte Römer der die Welt eroberte tat dies nur im Laufe langer Jahrhunderte er war nicht in erster Linie Krieger sondern Ackerbauer Handwerker Beamter Bürger und Familienvater ganz wie wir und ähnlich verhielt es sich auch bei unseren Eimats nur daß ihnen den Jägern die Ernährung der ihrigen mehr Gefahr brachte als einem zivilisierten Volke aber sorgt nicht ihr braven Jungen denen das Herz Wärmer und Wilder schlug als ihr den tollkühnen jungen Helden Ruhlaman dort bei dem Löwen saht immer friedlich rinnt auch in unseren Tagen das Leben nicht dahin auch euch hat das Schicksal noch Augenblicke aufbewahrt wo es gilt ohne Zaudern alles einzusetzen und alles zu wagen Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Ruhlaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Ruhlaman und Obu Die seine Kameraden zu denen er sich auch jetzt noch trotzdem er den Speer erhalten mit Vorliebe gesellte Nur einen wurmten die Ehren die Ruhlaman genoss Es war der Bursche der jeden Abend zum Tanze die Trommel schlug Obu mit Namen Vier Jahre älter als Ruhlaman war er der Nächste gewesen der den Speer erhalten und Mann werden sollte Nun war ihm Ruhlaman zuvor gekommen und der strenge Brauch wollte es dass einem solchen alle Speerlosen so nannte man die Jüngeren im Gegensatz zu den Männern zu gehorchen hatten Dies schien Obu der selbst auch ein wackerer mutiger und starker Jüngling war fast unmöglich und nicht selten kränkte er Ruhlaman mit bösen Worten Es war Herbst und die Tulkas waren seit Wochen schon reich mit getrockneten Fischen beladen in ihre Berge zurückgekehrt Die schönen Beeren des alten Eibenbaumes sind indes rot geworden und leuchteten freundlich aus dem dunklen Nadelgrün hervor Jedoch schon knarrten seine Äste im kalten Herbstwind Die Sonne schien noch hell und klar durch die kahlen Baumwipfel herein aber ihre Strahlen hatten keine Wärme mehr Die Jugend spielte auf dem uns wohlbekannten Platze vor der Höhle wenn man ihre Übungen die stets auf den späteren Ernst des Lebens vorbereiteten Spiele nennen darf aus dem felsen hoch über dem eingang in die tulka ragte ein alter baumstrunk hervor mannsdick und auch von der höhe eines mannes man hatte ihm künstlich einige formen gegeben und ohne Steinspitzen noch immer und ein Häuptling fehlt nie der so herausgeforderte erhob sich schweigend und holte aus der Höhle seinen guten Eibenbogen der höher war als er selber er legt an schießt und tief bohrt sich die Steinspitze des Pfeils in das schwarze Herz des Bären Basarulaman jubelten die Jungen freudig Obu schwieg jetzt begann ein anderes Spiel Obu nahm ein langes Seil von Waldreben mit einer Schlinge am Ende schleuderte es geschickt über den Kopf des Holzbären kletterte daran hinauf und warf die Pfeile und Wurfspieße herunter einer der großen Äste der alten Eibe war in Höhe von etwa sechs Mann quer über den Rasen hin nach der gegenüber am Abgrund stehenden Eiche zugewachsen Über diesen Ast warf Obu von dem Bären aus auf dem er saß sein Seil dessen Schlinge noch am Kopf des Bären festhielt Das andere Ende fassten die Knaben unten fest und in wenigen Augenblicken war Obu mit den Händen sich an dem quer gespannten Seil erhaltend hinüber auf den Baumast geturnt schlang dann das Seil noch einige Male fest um den Ast und rutschte hinunter Nun kletterten kleine und große Knaben einer nach dem anderen hinauf hinunter und schwangen sich daran von den unteren Ästen der Eibe weit über den Platz hin nach dem Felsen zu und wieder zurück Eben war die Reihe an Rulaman als der Rabe der bis dahin immer als ob er den eifrigsten Anteil nähme die Knaben bei ihren Übungen umflattert hatte sich krechzend auf einen der höchsten Äste der Eiche wieder rief Obu der mit verschränkten Armen am Eingang der Höhle lehnte spöttisch Rulaman zu auf kleiner Kessa das heißt Häuptling wenn du zum Raben hinauf fliegst und ihn herunterholst küsse ich dir die Füße das bedeutete ich will dir untertänig dein Knecht sein Rulaman war betroffen und sah zornig nach Obu hinüber alle Knaben blickten erwartungsvoll nach ihm ob er den waghalsigen Flug durch die Luft machen würde er besann sich einen Augenblick dann mit einem langen Absprung schwang er sich an dem Seil hinauf auf einen der niederen Äste der Eibe und von hier mit einem gewaltigen Schwunge flog er in der Tat an dem Seile quer über den ganzen Platz hinüber hoch auf den Eichenast zum Raben und ließ sich sicher und ruhig wie ein Adler über dem Abgrund auf dem Aste nieder Atemlos starrten die Knaben hinauf Aber auch die Weiber waren aufmerksam geworden Sie kreischten laut als sie den Knaben oben in der schwindelnden Höhe sahen Nur die alte Parre rief freudig aus »Habergang! Habergang!« und klatschte lustig in die Hände Der Rabe war abgeflogen kehrte aber auf den Ruf Rulamans gehorsam auf seine Schulter zurück So kam dieser mit dem Raben der flatternd sich an seinem Herrn fest krallte in einem weiten Schwunge an dem Seile glücklich wieder unten am Fuße der Eibe an Jetzt trat er vor Obu hin und sagte trotzig und stolz »Küsse mir die Füße« und Obu tat es Da ergriff ihn Rulamann bei der Hand und richtete ihn auf denn es tat ihm leid daß der große Jüngling vor ihm kniete erholte seinen Eibenbogen den er lieb hatte gab ihn Obu und sagte »Nimm ihn von mir und gib mir deinen« solch ein Waffenaustausch war ein Zeichen inniger Freundschaft in jenen Tagen und von Stund an war Obu unzertrennlich von ihm Rulamann hatte seinen Feind nicht nur besiegt sondern einen Freund in ihm gewonnen für Leben und Tod das sollte sich bald bewähren Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 von Rulamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Obu erlegt seinen Bären Obu wollte Mann werden Er musste einen Bären erlegen Das wusste Rulamann und versprach ihm seine Hilfe Ohne jemand etwas von ihrem Vorhaben mitzuteilen verließen die beiden in einer Nacht wohl bewaffnet die Tulka Höhle Es war Spätherbst und die alten Höhlenbären tagesreise weit von von Tull entfernt nach der Nallihöhle hin den Felsschlupf einer solchen Bärenfamilie ausgekundschaftet Es war ein einzelner Fels mitten in einem dichten Kiefernwalde der unten ausgehöhlt und nach Süden geneigt eine tiefe wettergeschützte Grotte bildete Etwa eine Viertelstunde davon auf einer kleinen Waldblöse stand ein alter Holzapfelbaum dessen Früchten Bären und Menschen jene bei Nacht diese bei Tage eifrig nachgingen Dort hatte Obu einen Pestun mit zwei Jungen vom letzten Jahre gesehen Pestun nannte man nämlich den drei- bis vierjährigen nahezu erwachsenen Bären der bis zu seiner Volljährigkeit bei der Alten blieb und förmlich die Dienste eines Knechts besonders Kinderwärters verrichten musste Ihre Spuren verfolgend hatte er auch den Schlupf der Alten entdeckt Gegen Morgen langten die beiden Freunde in der Nähe des Apfelbaumes an versteckten sich in einem dichten Gebüsch und lauerten aber es wurde heller Tag und kein Bär wollte sich zeigen ein Eichelher kam jetzt auf den Baum geflogen und dieser Verräter der Jäger hatte sie kaum erblickt als er laut kreischend im Kreise über ihnen herumflog recht als wollte er sagen hier sind sie wütend legte Obu einen Pfeil auf seinen Bogen und schoss ihn herunter es lohnte sich jetzt nicht mehr auf die Bären zu warten denn am Tage das wußten sie verließen diese ihre höhlen selten in menschen bewohnten Gegenden sie suchten nun nach frischen Spuren unter dem Apfelbaum und bald fanden sie deren genug viele der kleinen herben gelben Äpfelchen waren angebissen und wieder weggeworfen worden das konnten nur die kleinen übermütigen Bärchen getan haben auch fanden sie Bärenhaare am Stamm des Apfelbaums wo sich die kleinen das Fell rieben Obo und Rulaman waren darauf sehr vergnügt aber sie mussten warten bis zur nächsten Nacht vorsichtig und sorglich keine Spur zurück zu lassen schlichen sie sich fort wohl eine Stunde weit schossen auf dem Wege noch einige Wildtauben zum Morgen im Biss machten Feuer an und verzehrten sie mit jugendlichem Hunger auf einmal hörten sie ein Flüstern von Kinderstimmen in der Nähe Es war ein junges Mädchen mit kleinen Kindern vermutlich aus der nur etwa eine Meile entfernten Nallihöhle welche Brombeeren gesucht und dem Rauch den sie von Ferne gesehen nachgegangen waren Als sie sahen dass es Fremde waren erschraken sie und wollten davonspringen Obo aber rief sie herbei und gab ihnen von den Tauben zu essen Wie heißt du fragte der Jüngling das Mädchen bist du nicht die schöne Ara von der Nallihöhle Ich heiße Ara antwortete sie schüchtern Der Nargu von der Nallihöhle ist mein Urarne Mit Wohlgefallen ruhten die Blicke Obus auf der schönen Gestalt denn sie war groß und schlank sehen Rulaman fragte das Mädchen Woher hast du den glänzenden Reif und das schöne Kleid Sie sind von meinem Ahn dem Nargu antwortete Ara Er hat noch schönere zu Hause in seiner Grotte Er sendet Boten weit nach dem Aufgang der Sonne zu den Kalats und die Boten bringen sie mit Er hat auch glänzende Armringe aus Sonnenstein und Halsketten und große glänzende Messer und Beile Aber er will sie niemand zeigen als nur mir denn er hat mich lieb Lange saßen sie dort zusammen im Walde und plauderten miteinander wie Kinder Dann streiften sie im Walde herum und schossen noch einige Vögel Mittags wurde nochmals ein gemeinschaftliches Mahl gehalten und nachher getanzt Es wurde Abend Die Nallikinder mussten nach Hause Obu nahm seine schöne Zahnkette vom Halse und reichte sie dem Mädchen zum Abschied hin Sie nahm sie an und dankte mit einem freundlichen Blick Von der beabsichtigten Bärenjagd hatten sie vorsichtig geschwiegen Jetzt aber war es höchste Zeit zurückzukehren auf den Anstand Mit angefeuchteten Fingern erforschten sie die Windrichtung und legten sich dieser entsprechend so in ein Gebüsch dass der Wind von dem Bärenwechsel her jedenfalls zu ihnen kam Aber es wurde finstere Nacht und alles blieb still Sehnsüchtig warteten sie auf den Mond der um Mitternacht aufgehen sollte Endlich erschien er und erleuchtete Tageshell die Waldblöße und den Apfelbaum vor ihnen Der Wald ringsherum war herbstlich braun Weiße Birkenstämme glänzten da und dort aus dem Dickicht hervor Einzelne gelb belaubte Äste die weit in die Blöße hineinragten leuchteten goldig im Mondlicht Die Blätter zitterten im leichten Herbstwind und warfen unheimlich bewegte Schatten auf den Boden Da der Wald größtenteils schon entlaubt war konnten sie weit hinein sehen nach der Richtung in welcher sie die Bären erwarteten Die Sonne der Jagd so nannten sie oft den Mond ist uns Freund sagte Rulaman Aber Urbu antwortete nicht Er schien zu träumen Dachte er an das schöne Nallimädchen Lege deinen Pfeil auf flüsterte Rulaman Rasch sie kommen Er hatte in weiter Ferne ein leises Knistern im Laube gehört das Geräusch kam näher noch konnte man nichts sehen plötzlich ertönte das schrille Kreischen eines jungen Bären der kleine hat eine ohrfeige von dem pestun erhalten flüsterte Obu vermutlich ist 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 voraus gelaufen es währte noch eine halbe stunde endlich sahen sie einen breiten schatten es war der pestun und hinter ihm trollten demütig zwei runde mollige bärchen aber noch trat der pestun nicht heraus auf die blöße sondern lief immer im dichten gebüsch sich haltend am rande hin und her endlich wagt er es aber sobald er den freien platz betreten richtet er sich auf den hinter pranken auf und den kopf hoch in die höhe reckend schnüffelt und windet er nach allen Seiten es war obgleich noch ein junger Bär doch schon ein stattliches Tier weit über Mannshöhe und bedeutend größer als der erwachsene braune Bär von heute unsere jungen Jäger zitterten vor Freude sie hatten ihren Platz gut gewählt er witterte sie nicht vollkommen beruhigt trollte er nach dem Apfelbaum zu die runden braunen kleinen hinter ihm her mit wahrer Gier warfen sich diese auf die herunter gefallenen Äpfel und kauten und schmatzten nach Herzenslust längst lagen die Pfeile auf den Bogen und die Sehne war halb gespannt sie erwarteten dass der Pestun den Baum besteigen würde frische Äpfel zu holen und zu schütteln erst wenn er dort oben wollten sie auf ihn schießen dann durften sie hoffen ihm eine größere Anzahl Pfeile beizubringen ehe er sich auf sie stürzen oder flüchten konnte aber der Pestun schien sich heute die heruntergefallenen Äpfel genügen zu lassen er suchte die besten auf dem Boden herum auf und dabei kam er immer näher an das Gebüsch hinter welchem Rulaman und sein Freund knieten schon hatten die kleinen genug gefressen denn sie wälzten sich voll wohlbehagen auf den Äpfeln herum wenn der Pestun jetzt fortging ohne den Baum zu besteigen so war nochmals eine Nacht verloren sollte man es wagen ihn auf dem Boden zu schießen beide hatten diesen Gedanken aber von zuflüstern war keine Rede mehr jetzt war der Pestun nur noch sechs Schritte von ihnen entfernt aber nun hatte er auch plötzlich von ihnen Wind bekommen blitzschnell richtete er sich auf und schnüffelte in der Richtung nach ihnen wie auf ein Zeichen blickten sich Obu und Rulamann an und im nächsten Augenblick schwirrte der Pfeil Obus er sollte den ersten Schuss allein haben darüber waren sie einig geworden mit einem fürchterlichen aber kurzen Gebrüll stürzte der Bär nach hinten über er war offenbar ins Herz getroffen denn bald stöhnte er nur noch leise wollte auf den Boden hin und zurück stampfte mit den Beinen und schien tot kreischend und grillend sprangen die beiden kleinen nach dem Pestun hin krallten sich in sein dickes schwarzbraunes Fell ein und blickten so halb versteckt in Todesangst um sich es war still geworden denn auch die kleinen Bärchen wagten kaum antwortete ein dumpfes Geheul auf den Todesschrei des Pestun wie habichte schossen unsere jungen Jäger voll Siegeslust auf ihre Beute los natürlich konnten sie nur daran denken den Kopf des Tieres und etwa ein Junges heim zu bringen denn die Höhle der Alten war so nahe dass sie in kürzester Frist zur Stelle sein konnte dieser in ihrer Wut waren sie wie sie wohl wussten Kopf des Pestun abgeschnitten und an einen Riemen gebunden um ihn über die Schulter zu hängen dann fesselten sie einen der kleinen die Füße rissen den Siegespfeil aus um ihn als Zeichen mitzunehmen und fort ging es in rasender Eile in der Richtung nach der Heimat zu Obu den schweren Kopf des Pestun Rulaman das kleine Bärchen auf dem Rücken Aber nur einige hundert Schritte waren sie gelaufen da versagte ihnen wegen der schweren Last der Atem einen Augenblick hielten sie an sie horchten noch war es totenstill wieder rannten sie eine Strecke vorwärts und wieder hielten sie an da hörten sie den kleinen den sie bei dem toten Pestun zurückgelassen jämmerlich schreien gleich darauf erdröhnte der ganze Wald von dem furchtbaren Wut Gebrüll Alten offenbar war sie schon zur Stelle aber die jungen Jäger wussten auch dass sie sich eine Zeit lang mit dem Kleinen und mit dem Toten Pestun zu schaffen machen würde ehe sie an Verfolgung dächte was war zu tun um keinen Preis hätte Obu den Kopf dahinten gelassen ebenso wenig Rolaman seine Beute also weiter aber um sich blickend sah jetzt Obu im Mondschein deutlich den Schatten der ungeheuren Äste so nannte man den alten weiblichen Bären hinter ihnen auf ihrer Fährte vorsichtig hatten die beiden in ihrem Laufe Ränke das heißt scharfe Zickzack Windungen gemacht um die witternde Alte zu verwirren aber bald war diese doch so nahe dass an weitere Flucht nicht zu denken war also auf einen Baum und zwar auf einen solchen der schwach genug war auch dick genug daß diese sie nicht herabschütteln konnte ein solcher fand sich bald es war eine weit hinauf astlose Fichte und hinauf ging es mit Windeseile jetzt erst hoch auf den Ästen dieses Baumes atmeten sie leichter noch war die Gefahr schrecklich genug und doch fühlten sie sich schon fast gerettet in raschem Trott immer wieder die Nase auf dem Boden zu weilen auch den Kopf in die Luft reckend und windend sahen sie die Äste genau auf dem Wege den sie zurückgelegt auf ihren Baum zukommen sie banden den Bärenkopf und das Junge an einen Ast nahmen Bogen und Pfeile von der Schulter und machten sich zum Empfang des Feindes bereit noch hatte jeder Pfeile genug das war ein Trost die Alte ließ nicht lange auf sich warten unten am Spur nicht weiter ging sie lief im Kreise um die Fichte herum dann richtete sie sich in ihrer ganzen Größe auf und windete nach der Krone des Baumes zu sie erblickte die Jünglinge und stieß einen furchtbaren Wutschrei aus kreischend antwortete das gebundene Kleine vom Aste herunter im selben Augenblick schossen die beiden ihre Pfeile ab aber ohne sich darum zu kümmern fasste die Alte den Baum und schüttelte ihn so dass jene sich mit ganzer Kraft festklammern mussten dann versuchte die Äste den Baum umarmend ihn mit ihrer Last zu Boden zu drücken der Baum krachte aber noch stand er fest jetzt kratzte und biss sie in ihrer Wut die Rinde ab endlich ließ es sich ermattet am Fuße der Fichte nieder und starrte schnaubend und immer von Zeit zu Zeit kurz brüllend hinauf sobald der Baum nicht mehr schwankte und unsere Jäger so die Arme wieder frei hatten flog ein Pfeil um den anderen auf sie herunter die Äste aber beachtete das kaum und schlug nur dann und wann einen der etwas tiefer ins Fleisch eingedrungenen wie ärgerlich mit der Bratze ab jetzt traf sie ein Pfeil ins Auge der rasende Schmerz durchzuckte den ganzen mächtigen Körper und sie drehte sich taumelnd in einem Halbkreise nach der Seite des verwundeten Auges legte sich nieder und riß stöhnend den Pfeil aus dem Auge heraus jubelnd rief Obu Rulamann zu ein Auge ist fort wenn wir das andere noch treffen sind wir gerettet indes war das kleine das die Äste in ihrer Aufregung bei den Pestum zurückgelassen nachgekommen und sprang freudig quiekend auf die Mutter zu und die Alte obgleich aus wohl dreißig schmerzenden Wunden blutend nahm es in ihre Arme und herzte und leckte es aber kaum hörte das kleine Bärchen oben auf dem Baume die Stimme seines Zwillingsbruders so fing es aufs Neue kläglich zu winseln an das erinnerte die Äste wieder an ihre Feinde es schien der Halbblinden plötzlich ein neuer Gedanke gekommen sie begann den Baum an der Wurzel auszugraben schon hatte sie einige der Hauptwurzeln wütend zerrissen und in Zweige bissen der Baum neigte sich stark nach einer Seite alle Pfeile waren verschossen aber für den Notfall hatten sich die Jünglinge aus den Ästen der Fichte notdürftige Speere gemacht jetzt schüttelte die Alte nochmals aus Leibes Kräften am Baume während eben Ruhlaman frei auf einem der unteren Äste stehend zum Sperrwurf ausholte wie ein Stein flog der kühne Junge der sich an nichts festgehalten auf den Boden herunter aber aber noch stand der Baum stelle dich tot rief Obu laut Ruhlaman lag regungslos auf der Erde die Äste stürzte auf ihn zu schüttelte ihn wendete ihn mehrere Male um und beroch ihn im Gesicht Ruhlaman hatte die Augen geschlossen er zuckte nicht indes hatte Obu das kleine Bärchen losgebunden und war mit demselben in einem ungeheuren Satz auf der anderen Seite des Baumes auf den Boden hinunter gesprungen das noch gefesselte kleine Tierchen schrie jämmerlich und sofort wandte sich die Alte von Ruhlaman ab nach ihrem Jungen Obu aber schleuderte es soweit er konnte in den Wald hinein ihm nach rannte die Äste denn ihre Mutterliebe war immer noch stärker als der Durst nach Rache eine Zeit lang war die Alte wie Obu richtig berechnet hatte mit dem Kleinen beschäftigt sie suchte auf alle Weise die Riemen Fesseln von demselben Lust zu machen so hatten unsere Freunde eine kleine Weile Luft Ruhlaman lag still am Boden Obu sprang zu ihm hin und suchte ihn aufzurichten er war nur ein wenig verletzt aber etwas betäubt von dem Sturze und mit einiger Mühe bestiegen sie zusammen einen anderen Baum nachdem Obu alle Pfeile die er unten fand eilig zusammen gerafft nicht nicht lange dauerte es und die bärin erschien an dem neuen baum sie richtete sich an ihm auf und suchte mit dem einen auge das ihr geblieben nach den jünglingen jetzt faßte Obu einen kühnen entschluß er stieg am Baumstamm herunter so nahe zu der äste hin daß sie ihn fast erreichen konnte dort hielt er sich fest und stieß mit seinem Speer so rasch er konnte wiederholt nach dem gesunden Auge der Äste wütend schlug die Bärin nach ihm mit der Tatze hinauf aber Obu ließ nicht ab und endlich ein fürchterlicher Schrei das Auge war getroffen und die Bärin sank plötzlich umnachtet und blind am Fuße des Baumes nieder laut jubelte Obu und stieg zu Rulamann hinauf der Tolesmatt oben auf einem Aste sitzen geblieben war in überwallender Freude umarmten sich die beiden jetzt waren sie frei Rulamann war neu belebt sie konnten jetzt leicht der gefährlichen Alten entfliehen sogar mit ihrer Beute dem Pestunkopf und dem Kleinen aber was ihnen vor einigen Augenblicken noch als höchstes erschienen war das genügte ihnen jetzt schon nicht mehr Rulamann sagte Obu wir müssen zwei Bärenköpfe mitbringen du einen und ich einen aber wie die alte töten so geräuschlos als möglich kletterten sie von dem baume herunter und schlichen sich der eine von hinten der andere von vorn nur mit den Steinbeilen bewaffnet an die blinde Äste heran aber diese witterte sie und schlug rasend nach allen Seiten um sich ja sie sprang auf sie los stieß aber dabei den Kopf an einen Baum und setzte sich in stummer Verzweiflung nieder jetzt verfiel Obo auf den Gedanken die Äste mit einer Schlinge zu erwürgen aus allen Riemen die sie bei sich hatten machte er eine starke Schleife dann fertigten sie aus langen dünnen Fichten Ästen die sie gelenkten das heißt durch Drehen gelenkig machten ein langes Tau und banden die Schlinge daran diese Arbeit hatte fast eine Stunde in Anspruch genommen und die Äste schien von Blutverlust erschöpft und ermattet eingeschlafen alles war jetzt stille nur die kleinen Bärchen ließen hin und wieder ein feines Winseln ertönen sobald sie mit dem Seile fertig waren warfen sie dasselbe über einen starken Baumast in der Nähe um das Tier wenn es in der Schlinge gefangen daran zu erdrosseln Obu ergriff die Schlinge und warf sie der Äste über den Kopf aber noch ehe sie zuziehen konnten hatte diese ruhig wie im Traume mit ihrer Pfote die Schlinge abgestreift jetzt sprang Obu tollkön von hinten heran und griff nach der Schlinge und wollte sie rasch dem Bären wieder über den Kopf ziehen aber es war als ob die Alte dies erwartet und nur auf ihn gelauert hätte blitzschnell warf sie sich nach hinten herum packte Obu mit einer Pfote und riß und drückte ihn mit beiden Armen an sich Obu stieß keinen laut aus Rulaman rief verzweiflungsvoll seinen Namen aber er erhielt keine Antwort mehr die Äste warf sich jetzt brummend mit ihrer Beute auf den Boden und bedeckte den armen Jüngling ganz mit ihrem schweren mächtigen Körper es war als ob sie ihn in stiller Wut erdrücken und zermalmen wollte Rulaman sah nichts mehr von seinem Freunde und war überzeugt dass er tot sei seine Lage war eine verzweifelte sollte er so nach Hause zurückkehren er machte sich die hatte er ihn nicht veranlaßt mit ihm allein den kühnen Jagdzug zu unternehmen und warum hatten sie nicht genug gehabt an der herrlichen Beute warum kehrten sie nicht heim als die Äste geblendet in einem langen Schrei des Schmerzes machte sich sein junges Herz Luft aber er überließ sich nicht lange seiner Verzweiflung konnte er Obu nicht mehr retten so wollte er ihn rächen aber wie konnte er die Äste nicht solange sie da lag mit einem Schlag auf den Kopf betäuben und dann mit einem Messer erstechen der erste Schlag musste entscheidend sein sonst war auch er verloren das wusste er konnte er einen solchen mit der Stein Axt führen dies schien ihm unmöglich eine starke Holzkeule so schwer er sie haben konnte musste es sein blitzschnell jagten sich diese Gedanken in seinem Gehirn und dort sprang er um einen geeigneten kleinen Baum zu suchen und zu fällen als er endlich nach einer halben Stunde zurückkam fand er die Äste wie tot auf dem Rücken liegend obu lag auf ihr von einem ihrer Arme festgehalten die Äste schnarchte laut der Augenblick schien günstig Rulamann sprang herzu und führte wütend und rache schnaubend beim Anblick seines toten Freundes mit aller Kraft einen furchtbaren Keulenhieb auf den Schädel der Bärin mit tiefem Stöhnen und Röcheln ließ diese den Kopf zurückfallen auch der Arm der Obu festhielt fiel schlaff herunter sie war jetzt schwer betäubt und ehe sie wieder erwachte hatte ihr Rulamann eine tiefe klaffende Wunde seitlich in den Hals geschnitten aus der das rote Blut wie aus einer Brunnenröhre herausschoss die Bärin kam nicht mehr zu sich mit dem Blute war ihr Leben entströmt Rulamann warf sich auf seinen entseelten Freund und weinte laut in der Verzweiflung trug er ihn fort eine Strecke weit der Heimat zu aber es war ja nicht möglich ihn heim zu schleppen er musste nach Hause um Hilfe in einem dichten Gebüsch machte er ein weiches Lager von Moos und legte Obu darauf das Gesicht nach Sonnenaufgang gerichtet dann bedeckte er ihn mit Zweigen und legte sein Steinbeil sowie seinen Bogen und einige Pfeile neben ihn endlich holte er auch den Pestunkopf von dem Baume herunter und setzte ihn zu seinen Füßen nieder die fürchterliche Nacht war vorüber der Morgen graute als Rulamann sich zur Heimkehr nach der Tulka anschickte aber der Äste vollends ab band ihn an einen Riemen in dem er Löcher in das dicke Fell bohrte und trat mit der großen Siegesbeute schwer beladen und doch tief betrübt den Rückweg zur Tulka an Ende von Abschnitt 15 Abschnitt 16 von Rulamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Der reiche Nargu und die Nallihöhle Wenn man von der Tulka in das Armital hinabstieg, so führte auf der anderen Seite des Tales ein viel betretener Pfad hinauf auf einen der unwirtlichsten und kältesten Teile der Alb Hielt man sich immer westlich, so gelangte man nach einer Marsche von einer halben Tagereise wieder an den Absturz des Gebirges, an einen tiefen, wilden Taleinschnitt mit mächtigen Felsen geziert Hinter diesem engen Tal, immer nach Westen, liegt die Nallihöhle, die größte Höhle weit und breit Hier wohnten gegen 40 Familien von Eimats mit wohl 300 Seelen Diese Eimats unterschieden sich in mancher Beziehung von unseren Tulkas, obgleich die alte Parre selbst eine Nalli war Noch heute kann man ja bei den Bewohnern der Dörfer, die an unserem zerrissenen und zerklüfteten Albrande hinliegen Die Beobachtung machen, dass fast jedes Dorf, das eine mehr, das andere weniger, seine eigentümlich ausgeprägten Charakterzüge hat Auch die verschiedenen wilden Indianerstämme Nordamerikas, obgleich alle einer Rasse angehörend, haben oft recht Verschiedene Lebensweisen, Gewohnheiten und Charakterzüge Die einen sind friedlicher, die anderen mehr kriegerischer Natur, die einen neigen mehr zu feigem Diebstahl, andere zu gewalttätigem Raub In der Regel sind es wohl dort bei den Indianern und so auch bei unseren alten Eimats einzelne hervorragende Persönlichkeiten gewesen, die auf lange hinein einem Stamme den Stempel aufdrückten So waren die Tulkas ein kräftiges, mutiges, sogar tollkühnes Volklein, das hauptsächlich von der großen gefährlichen Jagd lebte, daher immer nur wenige Männer hatte, weil wenige derselben alt wurden Der Großvater, ja schon der Urgroßvater Rulamans, war im Kampfe mit wilden Tieren gefallen Anders die Hukas, die dem Charakter des Angeko entsprechend die friedlichere, kleine Jagd betrieben und überhaupt die Klugheit der Gewalt vorzogen Ähnlich, aber doch nicht in derselben Art die Nallis Schon die Umgebung ihrer Höhle war eine ganz andere als bei der Tulka und Huka Nicht im Waldesdunkel, sondern frei und offen lag der Eingang, und in seiner Nähe standen keine Eichen und Eiben, sondern eine große Anzahl Holzäpfel und Holzbirnenbäume, die offenbar absichtlich hier gepflanzt waren Auch hier war es ein alter Häuptling, der die Sitten seines Volkes seit lange beeinflusste Es war dies der alte Nalgu, ein großer, starker Mann, ein jüngerer Halbbruder der uns wohlbekannten alten Paare Er war weit und breit berühmt unter den Eimats als Feuerstein oder Flintschläger, also als Waffenschmied Von nah und fern brachte man diesem Manne schon seit einem halben Jahrhundert die besten Feuersteinkugeln, so dann Tierfelle, Tierzähne, Fleisch und dergleichen Und erhielt dafür die schönen, von ihm geschlagenen Flintsteinwaffen, Messer, Pfeile und Pfeilspitzen Ja, sogar eigentliche, wenn auch noch hohe Kunstprodukte, Zeichnungen auf Stein- und Elfenbein und geschnitzte Arbeiten Die Anfänge der menschlichen Kunst finden wir bei diesem merkwürdigen Manne Seine Werkstätte war eine verschlossene Grotte in seiner großen Höhle Und auch er wie der Angecko umgab sie mit einem gewissen Geheimnis Nur seine Söhne und Enkel hatten Zutritt Seine Kunst sollte bei seiner engsten Familie bleiben Denn so, hoffte er, würde bei dieser auch die Häuptlingswürde am ehesten sich erhalten Besonders aber trieb der reiche Nargu, wie man ihn allgemein nannte, Handel mit den Weißen im Osten Den er durch kleine Karawanen, die immer monatelang ausblieben, vermittelte Er sandte an die Weißen Mammutzähne, Nashorn und Bärenhäute Wogegen ihm diese, Metallwaffen, einige kostbare, feinere Nahrungsmittel, zum Beispiel Hirse Ferner das damals kostbare Salz, vor allem aber ein aus Pferdemilch bereitetes Getränke, Kum genannt, lieferten Alle diese Dinge aber behielt er für sich und seine nächsten Verwandten Aus der Hirse ließ er durch Zerreiben zwischen Steinen ein Mehl bereiten und dann Brot daraus backen Den Kum brachten die Karawanen in Schläuchen, das heißt in Rentiermägen Dieses Getränk liebte er leidenschaftlich Aber es hatte eine merkwürdige, für sein übriges Volk, dem er es strenge vorenthielt, unbegreifliche Wirkung auf den Nargu Denn so oft er davon genossen, befiel den sonst gutmütigen Alten eine Wut und Raserei, unter welcher seine Untertanen schwer zu leiden hatten Wie war der Alte eigentlich zu seinem Handel mit den Weißen gekommen? Nur so viel wusste man, dass schon sein Vater einst viele Jahre bei diesen gelebt und mit ihnen gejagt hatte Ja, man sagte, die Mutter des Nargu selbst sei eine weiße Kalat gewesen, und sein Vater habe ihn als kleinen Knaben heimgebracht In der Tat hielt der Nargu offenbar mehr auf die Freundschaft mit den Weißen, als auf die mit seinen Stammesgenossen, den Eimat der anderen Höhlen, auf deren Häuptlinge sogar er tief herab sah Eine jener Karawanen hatte dem Nargu auch ein merkwürdiges Tier von den Weißen mitgebracht, eine kleine Art Wolf, sehr zahm, und dem Alten, der ihn selbst pflegte, sehr zugetan Er begleitete ihn auf Schritt und Tritt, teilte bei Nacht sein Lager, ja, sobald sich das geringste Geräusch vernehmen ließ, bellte der kleine Wolf Es war, wie ihr wohl schon erraten habt, ein Hund Das erste Haustier, das die Eimats sahen Der Alte war in der Jugend ein eifriger Jäger gewesen, und auch jetzt noch streifte er ganz allein, nur von seinem Hunde begleitet, durch Wald und Feld Dabei trug er schöne, gelbglänzende Metallwaffen, besonders ein langes, glänzendes Messer in seinem Gürtel, vor dem sein Volk eine gewaltige Furcht hatte Seit er einmal in seiner Raserei, einem Manne, der ihn ärgerte, mit einem Hiebe den Kopf damit abgehauen Eifersüchtig hielt er darauf, daß die Jagd in seinem Revier weit und breit nur nach seinem Willen ausgeübt wurde Unter seine besondere Obhut aber hatte er die Höhlenbären genommen, die er liebte Alle ihre Grotten waren ihm wohl bekannt, und sein Volk behauptete, daß er oft zu den alten Bärenmüttern hineingehe und ihnen Futter bringe Ja, so weit ging seine Fürsorge für diese Tiere, daß er ihnen da und dort an günstigen Orten Holzäpfel und Holzbirnenbäume pflanzte Seine Leckerbissen aber waren die fetten Bärenzungen, von denen er hin und wieder eines nach Hause brachte, während er die alten sorgfältig schonte Es war am frühen Morgen nach jener schrecklichen Nacht, in welcher Obu und Rulaman mit den Bären gekämpft, daß der Alte seiner Gewohnheit gemäß sein Waldrevier durchstreifte, und zwar in der Richtung nach Osten, da er von seiner jungen Enkeltochter erfahren, daß fremde junge Burschen in jener Gegend gejagt, was ihn nicht wenig verdross So kam er auch nahe jener Waldblöße mit dem Apfelbaum, wo Rulaman und Obu den Pestun erlegt hatten Der Hund war vorausgesprungen und schlug an, wie wenn er ein Wild stellte Der Alte kommt rasch näher und erblickt am Fuße des Apfelbaumes den enttaubten Bären Sofort vermutet er, daß es der Pestun von dem benachbarten, ihm wohl bekannten Bärenschlupf sei Er eilt dahin, der Hund, der die Bärenwechsel so gut kannte wie sein Herr, voraus Er findet die Grotte leer Wo ist die Alte Äste mit den Jungen, deren eines er schon als fetten, köstlichen Herbstbraten für sich ausersehen hatte? Er läuft zurück nach dem Apfelbaum Jetzt nimmt sein Hund eine andere Fährte nach Osten zu auf und führt ihn nach dem Kampfplatz der letzten Nacht Hier liegt in einer breiten Blutlache seine gute alte Äste, die er schon seit mehr als zwanzig Jahren kannte und hegte Auch sie ohne Kopf und an ihre Brust angeklammert ein noch lebendes, winselndes, junges Bärchen Ihr Körper war mit Pfeilen bespickt Er zog einige heraus, sie waren nicht aus seiner Werkstätte Die erbärmlichen Pfeilspitzen hätten dir nichts getan, brummte er Daneben lag das lange Holzseil Oh, also jämmerlich erdrosselt haben sie dich, die feigen Buben Jetzt sah er auch den halb ausgegrabenen, zerkratzten Baum Aber du hast dich brav gehalten, du gute Äste Während der Hund eifrig an dem Blute leckte, hörte der Nargo in der Nähe das schwache Wimmern des anderen Jungen Er eilt der Stimme nach und findet es auf dem Rücken liegend, die geknebelten Füßchen jammerwürdig in die Luft streckend Jetzt kannte seine Wut keine Grenzen mehr Das haben die fremden Burschen getan, schrie er Aber ich will dich rächen, du arme Äste Welches Glück für unsere jungen Freunde, dass der Alte nicht einige Stunden früher hier ankam Welches Glück für Obu, der kaum hundert Schritt entfernt im Gebüsche lag Dass weder der Nargo noch sein Hund weitersuchten Jener packt das geknebelte Bärchen, ruft seinen Hund und rennt, so rasch es seine alten Beine vermochten Der Nallihöhle zu Die ganze Höhle geriet in Aufregung Schon nach wenigen Stunden war der Nargo mit vielen Männern, Weibern und Kindern wieder auf dem Platze Und ohne sich allzu sehr über den Tod der Bärin zu grämen, machten die Leute sich sofort an die Abhäutung und Zerlegung desselben Der Alte Nargo aber hatte in seinem Zorn zu Hause Kum getrunken Er raste, mit dem kupfernen Schwert in der Luft fuchtelnd, hin und her Und als er jetzt das lange Holzseil wieder erblickte, ließ er seine Wut an diesem aus und zerhieb es in hundert Stücke Gegen Abend wanderten die Nallis schwer beladen nach Hause Es war aber wie ein langer, stiller Trauerzug In der Tulka-Höhle war das Verschwinden der beiden Jünglinge schon am frühen Morgen bemerkt worden Doch kamen solche eigenmächtige Ausflüge der Jungen nicht selten vor Und man vermutete sofort, dass die beiden Freunde zusammengegangen Als aber die Nacht kam, als es vollends Morgen wurde, da begannen die Eltern der beiden besorgt zu werden Die Nacht ist niemandes Freund, sagen wir, und das galt wohl in noch ganz anderem Sinne von dem damaligen deutschen Urwald Aber die alte Parre tröstete sie Ulamann wird noch einmal ein großer Häuptling werden Ihm ist kein Leid widerfahren, das weiß ich Endlich, am Abend des zweiten Tages, kam der erschöpfte Knabe nach einem langen, beschwerlichen Marsche mit seiner prächtigen Siegesbeute an Wie nur den Männern erlaubt war, hatte er schon unten am Berge den wohlbekannten schrillen Ruf der Heimkehr ertönen lassen Vielleicht unwillkürlich seinem schweren Herzen Luft machend Vielleicht auch, um so bald als nur möglich eines der Seinen wiederzusehen Ruhl hatte den Ruf vernommen, und er selbst eilte ihm den Zickzackweg hinunter entgegen Er nahm ihm seine schwere Bürde ab Langsam wanderten die beiden Hand in Hand den Berg hinauf, und oft drückte der Vater die des Sohnes Ruhlamann erzählte ernst und ruhig Nicht wie ein Knabe, sondern wie ein Mann Die Schreckensnacht des Buria-Kampfes Vielleicht noch mehr die letzte fürchterliche Nacht, wo er seinen Freund verloren Hatte ihn vor der Zeit zum Manne gereift Und das war gut, denn bald sollte das Geschick die Tatkraft und die Klugheit eines Mannes von ihm fordern Mit Stolz hörte Ruhl die Heldentaten der beiden Tulka-Jungen Aber der Verlust des braven Obu ging ihm tief zu Herzen Doch schöpfte er schon aus der Erzählung Ruhlamanns Hoffnung, dass der tapfere Jüngling vielleicht noch am Leben sei Als Ruhlamann in Schweiß gebadet und mit Blut bespritzt, mit dem ungeheuren Bärenkopf vor der Tulka erschien, da erhob sich die alte Parre Eine seltene Ehrenbezeugung So mußte der Jüngling nach Hause kommen Das war der Sinn des alten Eimatweibes Aber mit Entsetzen und lauten Klagen vernahm die Mutter Obus, dessen Vater längst gleichfalls von einem Bären getötet worden, das herbe Geschick ihres Sohnes, der ihr stolz gewesen Doch die alte Parre rief freudig und vergnügt Ruhlamann, erzähle uns Und alles stellte sich im Kreise um den jungen Helden auf Ruhlamann berichtete, wie sie in der ersten Nacht nichts gefunden Wie sie mit dem Nallimädchen zusammengetroffen, wie ihr Obu sein Halsband geschenkt, wie sie dann den Pestun von den Kleinen wegerschossen, dann die Äste geblendet und erlegt und wie er den entseelten Obu fortgeschleppt und verborgen hatte Als die alte Parre von dem Nallimädchen hörte und dass sie die Bären unweit der Nallihöhle erlegt hätten, da wurde sie sehr ernst Denn sie kannte ihren Bruder, den reichen Nargu, wohl »Dein Obu wird wiederkommen«, sagte sie zärtlich zu Ruhlamann »Aber das Nallimädchen wird ihm mein Bruder nicht geben, eher den Tod Kinder, ihr habt dem alten Nargu ins Auge gestoßen Das wird uns allen schweren Kummer bringen Alle standen still und betroffen Da nahm der gerade ehrliche Ruhl das Wort »Wir müssen den Alten versöhnen Keine Feindschaft Alle Eimats müssen einig sein Einig gegen die Weißen Diese sind unser aller Feinde Sie nehmen unser Land, sie töten die Tiere, von welchen wir leben Wenn Obu noch lebt, so muss er um das Nallimädchen werben Wir lassen dem Alten die erlegten Bären, schicken ihm die Köpfe zurück und prächtige Geschenke dazu« Ungläubig schüttelte die Alte den Kopf, antwortete aber nicht Vor allem galt es jetzt Obu aufzusuchen Noch in der Nacht sollte er aufgebrochen Aber nach dem Rate der Alten, welche jetzt schon einen Überfall der Nallis befürchtete Zwei Männer zum Schutz der Höhle zurückgelassen werden Nachdem Ruhlamann sich notdürftig erholt, verließen die Männer die Tulka Der Mond stand hell am Himmel Man schlug denselben Weg ein, den die beiden in der ersten Nacht gemacht Gegen Morgen erreichten sie die Stelle, wo Ruhlamann seinen Freund hingebettet hatte Er bog die Zweige auseinander Aber Obu war nicht mehr da Hatte ihn ein Wolf, eine Hyäne oder ein Bär geholt? Sicher nicht, denn auch seine Waffen und der Kopf des Pesthund waren fort Oder war Obu wieder erwacht und hatte sich fortgeschleppt? Ruhlamann führte sie weiter an den Ort, wo sie die Äste erlegt Auch sie war nicht mehr da Nur einige Eingeweide lagen in der schwarzen Blutlache Der ganze Platz ringsum schien von vielen Menschen zertreten Sie gingen weiter nach dem Apfelbaum Auch der Körper des Pesthund war fort Denallis sind hier gewesen, sagte Ruhl jetzt bestimmt Hatten sie auch Obu gefunden und mitgenommen? Sollte man zu ihnen hinübersenden? Ruhl beschloss zuerst eine Streife durch den Wald zu machen War Obu wieder erwacht, so hatte er sich natürlich in der Richtung nach der Tulka, nach Osten gewendet Die Männer bildeten eine lange Kette und obgleich wenige konnten sie so doch einen Streifen des Waldes fast eine Viertelstunde breit absuchen Obu, Obu, riefen sie laut in den dunklen Kiefernwald hinein Dann horchten sie lange Und wieder riefen sie Obu Und wieder waren sie lange still, um seine etwaigen Rufe nicht zu übertönen Aber nur das Echo antwortete bald hier, bald dort Von einem Felsen oder einer Schlucht zurück So mochten sie eine Stunde Weges abgesucht haben Als einer der Männer in der Nähe eines Felsens einen Fuchs aufscheuchte Der an einem Bärenkopf zerrte Er rief alle zusammen Aber, wie es beim Streifen Sitte war, bezeichnete sich jeder zuvor die Stelle, wo er stehen geblieben Durch Anbrechen einiger Gebüsche Rulamann erkannte sofort an der Schlinge, die noch an dem Bärenkopf befestigt war, den Kopf ihres Pestun Wie kam dieser hierher? Der Fuchs konnte den schweren Bärenkopf nicht eine Stunde weit geschleppt haben Also hatte ihn wohl Obu hierher oder in die Nähe gebracht Jedenfalls hatten die Nallis Obu nicht fortgetragen Denn sie hätten sicher auch den Bärenkopf mitgenommen Sorgfältig wurde nun die ganze Umgebung, wo der Kopf gefunden worden, durchforscht Ein ihnen wohlbekannter Pfad führte in der Nähe vorüber Nach dem Armitale zu Der Boden des Pfads ist lehmig und nass Sie finden Fußspuren und dann sogar Spuren von Händen Nur wenige Schritte weiter, da sehen sie in der Ferne den braben Jüngling mitten im Wege liegen Er war erschöpft zusammengebrochen Rulamann stürzte sich auf seinen Freund und rief seinen Namen Obu schlug die Augen auf, schloss sie aber sogleich wieder Sie machten eine Bahre, auf die man ihn legte, mit einer Rücklehne, an die er den Kopf anlehnen konnte So trugen sie ihn heim Rulamann war glücklich Sein Freund lebte Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 von Rulamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Werbung Bald ein Monat war verflossen, seit man Obu halbtot nach Hause gebracht Die Bärin hatte ihn an den Armen zerfleischt und ihm mehrere Rippen eingedrückt Aber der viel erfahrenen alten Parre und der treuen Pflege seiner Mutter und seines Freundes war es gelungen, ihn wieder herzustellen Wie er es redlich verdient, hatte er den Speer erhalten und war Mann geworden Damit hatte er sich auch das Recht erworben, eine Familie zu gründen Seine Braut sollte Ara, das Nallimädchen sein, das er und Rulamann dort im Walde getroffen Sie hatte ja schon damals das Halsband als Liebeszeichen von ihm angenommen Aber eine schwere Sorge lastete auf Obu und auf allen, die dort in der Tulka über diese wichtige Angelegenheit Schon seit einigen Wochen sich berieten Seit jener verhängnisvollen Bärenjagd hatten sie nichts mehr von dem reichen Nagu gehört Und doch wußte Obu wohl, wie schwer er ihn beleidigt Denn er hatte von seinem versteckten Lager aus, wo Rulamann ihn hingebettet Den alten Häuptling in seiner Wut bei der Äste beobachtet Obu war nämlich damals, noch ehe der Nagu dort angekommen, aus seinem Ohnmachtsschlafe erwacht Ein warmer Hauch über seinem Gesicht, ein Lecken und endlich ein nagender Schmerz an den Ohren Hatte ihn wieder zu sich gebracht Als er die Augen aufschlug, sah er vor sich den Kopf einer Hyäne Die sich in ihrer Art die leichte Beute zunutze machen wollte Er griff nach seinem Beil, das ihm Rulamann glücklicherweise zur Seite gelegt Und verjagte mit leichter Mühe die feige Dabba Aber er war nicht imstande gewesen, sich auf die Beine zu erheben Bald darauf hörte er das Bellen des Hundes, und dann kam der Nagu Seine Lage war eine schreckliche Jeden Augenblick konnte ihn der Hund entdecken Jedoch die Gefahr ging glücklich vorüber Als der Nagu mit dem Hunde weggegangen, wußte Obu, dass er in kurzer Zeit mit Leuten wiederkommen werde Fort mußte er also, um jeden Preis Er erhob sich endlich mit Anstrengung aller seiner Kräfte Und schleppte sich bald aufrecht, bald auf Händen und Füßen Den Pestun-Kopf nachziehend Bis zu der Stelle, wo ihn die Tulka-Leute wieder bewusstlos gefunden So kannte also auch Obu schon den strengen Mann Von dem das Schicksal seiner Werbung abhängen sollte Dennoch wollte er es wagen, und Ruhl selbst sagte Ja dazu Teils um Obus Willen, den er liebgewonnen, noch mehr vielleicht aus Klugheit, um seinem Urahn und dem großen Stamme der Nallis wieder die Hand der Freundschaft zu bieten Auch alle anderen Tulka-Männer stimmten zu Nur die alte Parre warnte Der Nagu vergisst nie Er wartet Monate, jahrelang, aber sicherlich rächt er sich Das ist so Brauch, der Nallis Denkt an den grausigen Felsenkampf, als die Nallis die Tulka stürmen wollten, um mich, die Geraubte, wiederzuholen Schauerlich war das Geheul, der von den Felsstücken zerquetschten Aber auch mancher Tulka fiel von den scharfen Nallipfeilen, deren Wunden nicht heilen wollten Ich glaube fast, sie hatten die Pfeile in Schlangengift getaucht Es war mitten im Sommer früh an einem Regenmorgen, und die Männer kämpften fast nackt Die Nallis kamen nicht über den Brunnenweg, sondern gerade den steilen Berg herauf Wochenlang hatte man den Überfall erwartet, und die Tulka-Wachen erlauschten die heranrückenden Feinde schon im Beiter-Tale So stürzten ihnen unsere Männer entgegen, den Berg hinunter, bis zu den Beiter-Felsen, wo das glänzende Wundkraut wächst Fast fünfzig und fünfzig Jahre sind darüber vergangen Aber so sicher noch die schönen Keulen der erschlagenen Nallis über der Tulka hängen als Siegeszeichen So gewiß denkt mein Bruder, der alte Nargu, an Rache für jene Niederlage seines stolzen Vaters, obgleich er selbst noch Knabe war Doch um der Kala's Willen versucht es, ihn zu versöhnen Aber nehmt Waffen mit zur Werbung Hört ihr's? Waffen! Nach altem Brauch warb der Jüngling in Begleitung eines älteren Mannes, welcher die Geschenke für den Häuptling und die Eltern des Mädchens brachte Obu Badrepo, mit ihm zu gehen Aber welche Geschenke waren gut genug für den reichen Nargu Von den Bärenköpfen konnte keine Rede mehr sein Auch hätten sie den alten nur aufs Neue aufgebracht Die alte Paare selbst riet, ihm das Kostbarste, was die Tulka-Höhle barg Das Buria-Fell zu bringen Obwohl es ihr Stolz und ihre Freude war Für eine Versöhnung aller Eimats gegen die Weißen war auch ihr kein Opfer zu groß Auch gab Ruhl Repo einen langen, schönen, geglätteten Dolch aus Rentiergeweih mit Als Zeichen der Freundschaft und eines Bündnisantrags In neuen Rentiergewändern und schöne, lange Wolfspelze über den Schultern Verließen Repo und Hobu die Tulka Statt der Rentiermützen trugen sie heute solche aus weißem Wolfspelz Auf Repos Mütze war eine ganze Reihe von braunen Büschelchen aus Bärenhaar aufgesteckt Auf Obus nur eines Diese Büschelchen an der Festmütze des Mannes galten als hohe Ehre Sie zeigten die Anzahl der Höhlenbären an, die einer erlegt Außerdem waren Hals und Brust reich mit glänzenden Zahnketten behangen Und die Brust des Buria-Mate zierte der mächtige Hauer des Höhlenlöwen Sie waren in voller Waffenrüstung Das Buria-Fell trugen sie zusammen an einem langen, starken Speer Es war Abend geworden, als sie in der Nähe der Nallihöhle anlangten Eine große Menge von Männern und Frauen und Kindern Bewegte sich unter den Apfelbäumen vor der Höhle, deren Früchte man eben einerntete Obus Blicke suchten nach Ara Er sah sie mit einem Körbchen voll Äpfel auf dem Kopfe nach der Höhle wandern Auch sie hatte ihn erblickt und kam freundlich auf ihn zu Repo hatte einen der älteren Männer angesprochen und verlangte nach dem Häuptling Mit Befremden sah der Nallih den Tulkamann an Offenbar erkannte er ihn Er ging hinein in die Höhle, um dem Nargu Botschaft zu tun Unterdessen waren Frauen und Kinder neugierig herbeigekommen Ein Flüstern ging durch die Menge Man starrte die Tulkas staunend an, ohne sie freundlich zu begrüßen Wie es sonst bei den Eimats Sitte war Erst nach geraumer Zeit erschien der Bote aus der Höhle zurück Repo sollte allein hineinkommen Dieser zögerte Führte der Alte Rache und Verrat im Sinne Es war wohl bekannt unter den Eimats, dass er schon öfter Menschen im Zorn getötet Doch Repo wollte nicht als Feig gelten Und im Notfall hatte er sein gutes Beil Er warf das Buria Fell über die Schulter und trat hinein Der Alte Nargu saß allein in einer Seitengrotte, nahe dem Eingang der Höhle Nur sein treuer Hund war bei ihm Jene Grotte war aber nicht seine Werkstätte, sondern sein Empfangszimmer Die Wände waren ringsherum reich mit schönen weißen Wolfspelzen behangen Der Boden mit dicken Bärenfällen bedeckt Einer der pelzbedeckten Wände des Gemachs war über und über besetzt mit Waffen und Werkzeugen Aus Stein mit Beilen, Lanzen und Pfeilspitzen, Messern, Sägblättchen und so weiter Weitaus die meisten waren aus dem Flint, Feuerstein der Alp Nur einige länglich herzförmige Beile aus einem schönen, glänzenden grünen Stein gefertigt Dies waren kostbare Stücke, vom fernen Osten eingeführt In der Mitte dieser Wand aber funkelten Ringe, Messer und einige Schwerter aus Kupfer Auf der Wand gegenüber sehen wir eine ähnliche Sammlung der verschiedensten Waffen aus Renntiergeweih Sämtlich wie jene aus Flint, von dem alten selbst verfertigt Auch ein prächtiger Dolch aus Twobazahn, Elfenbein, war darunter Vor allem aber prangte hier ein großes Stück eines Twobazahns, auf welchem mancherlei Figuren eingegraben waren, zum Beispiel die Umrisse des Twobazahns, so dann auf glatten Geweihstücken, die von Renntieren, Usern, Bären, sogar von Menschen Ob diese Zeichnungen von der Hand des Nargo selbst herrührten, oder ob er diese Stücke mit den ersten Anfängen menschlicher Kunst, wie die Kupferwaffen und die grünen Steinbeile von den weißen Kalats eingehandelt, wissen wir nicht Sicher musste diese Grotte für die Begriffe der Eimats ein wahres Prunkgemach sein Dessen schien sich auch der Alte vollkommen bewusst Denn breit und stolz saß er im Hintergrunde auf einer mit Fuchspelz bedeckten Steinbank Auch die Kleidung des Nargo war, wohl für den feierlichen Empfang, prächtig Es war ein langes, rotes, gewobenes Gewand, mit weißem Pelz verbrämt, von den Weißen im Handel erworben Sein Hals war mit einer Kette von glänzenden, kupfernen Blättchen, Arme und Beine mit ebensolchen Spangen geschmückt Auf dem Kopfe trug er einen spitzen Hut Gesäumt mit Schwanenpelz und gleichfalls mit blinkenden Kupferblättchen und Ringen verziert In der Hand hielt der Alte eine Trinkschale, aus der Schädelkapsel eines Rentiers gefertigt Er hatte wohl kum getrunken Eine schlimme Vorbedeutung für Repo, welcher diese seine Leidenschaft wohl kannte »Wer bist du und wer schickt dich?« fuhr er Repo stolz und hart an Repo bot ihm den Rentierdolch und damit im Namen seines Häuptlings Freundschaft an Er sprach von der notwendigen Einigkeit der Eimats gegen die herannahenden Weißen Der Alte aber antwortete wie ein kluger Handelsmann »Ich habe keine Feindschaft gegen die Weißen Weiße und Eimats, beide sind meine Freunde Wenn die Weißen in unser Land kommen wollen, so wollen wir ihnen freundlich entgegen gehen Sie werden uns lehren, die Tiere zu unseren Dienern zu machen Und nützliche Bäume und Kräuter zu pflanzen Und aus dem Sonnenstein Messer und Beile zu fertigen Die Weißen Häuptlinge sind mächtiger als wir Ihr Volk ist volksamer als unser Volk Wenn wir feindlich ihnen entgegentreten So werden sie uns Häuptlinge töten und die Eimats zu Sklaven machen So sprach der Nagu Indes waren die Blicke des Alten auf das Buria-Fell gefallen Seine Züge glätteten sich Er fragte, wo und wie sie denn Buria erlegt Und schüttelte sogar Repo als Buria-Mate die Hand Er erhob sich von seinem Sitz Breitete das Buria-Fell seiner ganzen Länge nach über den Boden aus Und mit Wohlgefallen ruhten die Augen des habgierigen Häuptlings Auf dem kostbaren Geschenk Jetzt wagte Repo für Obu, um seine Enkeltochter Ara zu werben »Wo ist der Jüngling?« Fragte Nagu Obu trat ein Die Miene des Alten, der sich wieder niedergelassen, verfinsterte sich Zitternd stand der sonst so mutige Obu vor dem harten Manne »Wo hast du Ara gesehen?« Fragte er Obu, der seine Fassung wiedergefunden, beantwortete seine Frage frei und offen Jetzt hob der Alte einige Pfeilspitzen aus Feuerstein vom Boden auf, noch von Blut gerötet »Kennst du diese Steine?« Fragte er Obu Obu versetzte ehrlich »Es sind Spitzen von meinen Pfeilen« Wie von einer Schlange gebissen, sprang der Alte von seinem Sitze auf Riß ein Schwert von der Wand, trat vor Obu hin und schrie »Also hast du, du selbst, meine arme Äste und meinen Pestun gemordet! Und du Kopfabschneider, du Schlingenjäger, du wagst es, um ein Nallimädchen zu freien! Ihr Tulka-Wilddiebe, ihr Hungerleider, müßt ihr das Fleisch stehlen für eure Weiber und Kinder!« Dabei erhob er sein Schwert und wollte Obu niederhauen Aber in demselben Augenblick traf das wuchtige Steinbeil Repus die Hand des Nagu, das das Kupferschwert klirrend an die Wand flog Jetzt sprang der große Hund des Nagu, der knurrend hinter seinem Herrn gestanden, dem Repu an die Kehle Aber ihn schlug Obu mit dem Steinbeil nieder Der Alte schrie wie rasend, und ein furchtbares Getümmel entstand am Eingang der Höhle Die Nallimänner drangen auf die beiden ein, jedoch diese, wütend ihre Steinbeile über dem Kopfe schwingend, machten sich eine Gasse und retteten sich kämpfend und aus vielen Wunden blutend Durch den tollen Haufen ins Freie und fort in den Wald Keiner der Nallis wagte es, den durch ihre Tapferkeit weit und breit berühmten Tulka-Männern zu folgen Ende von Abschnitt 17 Abschnitt 18 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Überfall der Nallihöhle Die Zeit der kurzen Tage nahte heran Seit Wochen hatte die Sonne sich verborgen, und der kalte, trübe Nebeldunst des Spätherbstes lastete schwer auf der Erde Schon deckte der erste leichte Schnee wie ein Leichentuch das Armital Und durch seine Mitte wand sich, wie eine lange, mächtige Schlange, der dunkle Bach im Erlengebüsch und röhrigt dahin Gleich schwarzen Wänden erhoben sich zu beiden Seiten die düsteren Eiben- und Fichtenwaldungen Welche damals die felsigen Abhänge des Gebirges bedeckten Mit Wunden und Blut, mit Hohn und Schmach Hatte der stolze Nargu dem ehrlichen Ruhl auf seinen Freundschaftsantrag geantwortet Blut fordert Blut So lautet das traurige Gesetz von Anfang an ins Menschenherz geschrieben Seit Repo und Obu von der Nallihöhle zurückgekehrt Schien alle Freude, alle Lust aus der Tulka verbannt In der Mitte des freien Platzes vor derselben, wo noch vor kurzem vergnügte Kinder sich getummelt War jetzt eine hohe Stange aufgerichtet Oben an ihr hing ein in Blut getauchtes Wolfsfell Als Zeichen der ausgebrochenen Fede Ernst und schweigsam gingen die Männer einher Gesicht und Hände rot bemalt Jetzt waren sie Krieger Nur flüsternd unterhielten sich die Weiber und Kinder Jeden Tag mußte man eines Überfalles seitens der Nallis gewärtig sein Und zumal nachts wurden oft Kundschafter in der Richtung nach ihrer Höhle ausgesandt Darüber vergingen mehrere Wochen Ruhl sah stundenlang bei der alten Parre in ernster Unterredung Eines Tages verließ er die Höhle allein und wanderte hinüber nach der Huka zu dem Angecko Er schien heiterer, als er zurückkam In der Tat war ihm leichter ums Herz geworden Denn sein Entschluß war gefasst Des langen Wartens müde wollte er selbst den Angriff machen Und der Angecko, vielleicht in Hoffnung auf Anteil an der Beute Hatte ihm sechs Mann Hilfe zugesagt So waren sie dreizehn Krieger Immer noch ein kleines Häuflein gegen vierzig Nallimänner Ruhlamann, so wollte es Ruhl, sollte nicht mitziehen Er sollte seine Hände noch nicht in Menschenblut tauchen So war alles vorbereitet und des Winkes des Häuptlings gewärtig Da brachte eines Morgens ein Kundschafter die Nachricht Dass ein Haufen Nallimänner zur Tour, das heißt Urstierjagd Nach jenseits des Norgeflusses aufgebrochen sei Sofort wurde diese Nacht der Überfall der Nallihöhle beschlossen Und dem Angecko Botschaft gesandt Nachdem sie sich an einem kräftigen Mahle von geröstetem Bärenfleisch gestärkt Stiegen die sieben Tulka-Krieger ins Armital hinab Dort unten wollten sie mit den Hukas zusammentreffen Ruhlamann, dem der Vater den wichtigen Schutz der Höhle übertragen Gab ihnen noch das Geleite den Berg hinunter Nahe bei einem Erlengebüsche hart am Bache erwartete man die Hukas Hier nahm Ruhl Abschied von seinem Sohne Gehorsam, aber schweren Herzens wandte sich Ruhlamann zurück nach der Tulka Die Hukas kamen Der Angecko hatte ihnen einen ledernen Sack mit getrockneten Fischen zur Zehrung mitgegeben Worüber die Tulkas spöttelten Alle Männer waren gekleidet und bewaffnet, wie wir sie sonst auch zur Jagd ausziehen sahen Nur trugen sie jetzt, im Winter, über dem Rentierrock noch einen Wolfspelz Und statt der Sandalen hohe Stiefel aus Rentierfell Auch waren ihre Rentiermützen heute mit Rabenfedern besteckt Denn der Rabe, der mutig selbst auf den größten Raub vorgestößt, galt den Eimats als das Sinnbild der Kampfeslust und des Krieges Man beschloss die gewohnten Pfade zu vermeiden Und die Krieger warteten zunächst im Bette des rauschenden Baches selbst durch das Armital aufwärts Die Nacht war stockfinster Nur der Schnee verbreitete einen schwachen Lichtschimmer Hin und wieder flatterte mit rauschendem Flügelschlag eine Wildente weg, die die Männer aufgescheucht In einiger Entfernung glitt wie ein Schatten ein Wolf durch das Gebüsch War es Ruhlamanns Stalpe? Nach einer Stunde wegs gabelte sich das Tal Jetzt verließen sie den Bach, der sich in dem linken Talarme fortsetzte Sie bogen rechts ab nach dem Berge zu Es ging eine steile Schlucht hinauf, das Bett eines Gießbaches im Frühjahr Hier war alles Urwald und dichte Finsternis Einer trat in die Fußstapfen des anderen Und so sicher und behutsam war der Tritt dieses Naturvolkes, daß selten ein Stein ins Rollen kam Kein Wort wurde gesprochen Oft hielt Ruhl, der an der Spitze ging, plötzlich an und horchte Und wenn er stand, standen wie eine Mauer alle hinter ihm Oben auf der Höhe angekommen, wurde Halt gemacht Jetzt beschloss man, um der Kundschafter der Nallis willen, nicht weiter zusammenzugehen, sondern nur zu je zweien und in verschiedener Richtungen zerstreut Zum späteren Sammelpunkt aber wurde ein allen wohlbekannter, hoher, schroffer, einzeln stehender Fels Etwa dreiviertel Stunden weit von der Nallihöhle bestimmt Und als Erkennungszeichen auf dem Wege, falls sie sich etwa begegneten, drei kurz und schnell hintereinander ausgestoßene Schuhrufe Ruhl und der Anführer der Hukamänner wechselten noch einige Worte und strahlenförmig verteilten sich dann die Kriegerpaare über die schneebedeckte Hochfläche Ruhl erschien zuerst am Sammlungsfels, mit ihm ein Hukamann Denn absichtlich hatte er jedem Tulka einen Hukar beigegeben Es dauerte lange, bis zwei weitere Kriegerpaare erschienen Schon dämmerte der Morgen, ein rötlicher Schein flimmerte von Osten her durch den grauen Dunst Unruhig ging Ruhl auf und ab Oft stand er still und spähte und horchte nach der Gegend, woher die anderen kommen sollten Auch Repo fehlte noch Links in der Ferne sah man von Zeit zu Zeit ein Feuer aufflammen Das ist das Feuer vor der Nallihöhle, sagte Ruhl Warum haben die Nallis offenes Feuer in der Nacht? Wann Fede ausgebrochen und die Männer nicht zu Hause? So fragte er kopfschüttelnd einen der Kundschafter Die Weiber hielten ein Fest bis tief in die Nacht, antwortete dieser Dann ist der schlaue alte Nargo nicht zu Hause, oder er hat uns eine Falle gestellt Eine Amsel im nahen Gebüsch schnatterte ihren Warnruf Sie flog kreischend mit kurzen Flügelschlägen hart vor Ruhl auf Wir können nicht länger warten, sagte er, brach einen Fichtenzweig ab und stellte ihn aufrecht in der Mitte des freien Platzes vor dem Felsen auf, mit sechs Steinen, die er um ihn herumlegte Dies war das Zeichen, dass sie zu Sechsen hier gewesen und aufgebrochen Ein leiser Pfiff und vorwärts ging es in gebückter Haltung und so weit möglich gedeckt durch Bäume und Gebüsche Nur fünfzig Schritte von der Höhle hinter dichtem Wacholdergestrüppe machten sie nochmals Halt Breit und blutrot stieg jetzt die Sonne am Horizont auf und warf ihre ersten purpurnen Strahlen auf die graue Felsenpforte der Nallihöhle Kein lebendes Wesen rührte sich hier Schieß den Raben von der Stange am Eingang herunter, flüsterte Ruhl einem seiner Leute zu Er könnte uns verraten Der Pfeil schwirrte und der Rabe stürzte Aber im nächsten Augenblick erholte er sich wieder und flatterte unter lautem Gekreische der Höhle zu Drauf, vorwärts, rief Ruhl und rannte nach der Höhle Da flog ein Hagel von Pfeilen aus einem Gebüsch am Eingang der Höhle auf die Männer Sie waren in einen Hinterhalt gefallen Die drei vordersten, Ruhl und zwei seiner Brüder, stürzten Ruhl war schwer verwundet Die drei Hukas rannten zurück nach dem Walde Die ganze Höhle wurde jetzt lebendig Männer, Weiber und Kinder stürmten heraus Und sprangen und schrien durcheinander Und lachten und jubelten Und tanzten um die Feinde herum Die sich in ihrem Blute auf dem Boden wälzten Jetzt erschien auch der alte Nargu Ihr wolltet den alten Nargu überlisten, ihr Bärendiebe Schrie er die gefallenen Tulkas an Aber sind nur drei gekommen? Fragte er erstaunt Und als er gehört, dass drei andere geflohen Schickte er einen Teil seiner Männer zur Verfolgung nach Jedoch immer vorsichtig Noch einige bei der Höhle zurückbehaltend Eine halbe Stunde war vergangen Noch immer tanzten die Weiber und Kinder Und höhnten dem kühnen Ruhl Der, indes wieder zu sich gekommen Wie ein schwer getroffener Löwe Trotzig und wild um sich blickte Da erscholl von der Seite her Wo die waldlose Ebene weithin sich erstreckte Lautes Kriegsgeschrei Es war Repo mit seinen sechs Leuten Und den drei geflohenen Hukas Alle Nallis flüchteten jetzt nach der Höhle Schauerlich war das Geheul der Tulkas Ob der gefallenen Brüder Aber, ohne sich lange bei ihnen aufzuhalten Stürmten sie, Repo und Obu voran Den Nallis nach in die Höhle hinein Dort vor dem Prunkgemache des Nargu Standen die wenigen Nallimänner Und hielten Wache Auf den Häuptlingen hatten es Repo und Obu abgesehen Die Wachen wurden niedergeschlagen Und die beiden drangen hinein Aber mit ihnen Ara Das mutige Nallimädchen Aufrecht und fest stand der alte Nargu dort Sein glänzendes Schwert in der Hand Und vor ihnen stellte sich Ara Und streckte flehend ihre Arme Den beiden Tulka-Helden entgegen Obu, ich folge dir Rief sie Laßt meinen Ahn das Leben Die Männer stutzten Von außen aber ertönte jetzt Das entsetzliche Jammergeschrei Von verwundeten Weibern und Kindern »Ist das jetzt brauchbar denn, Eimatz?« Schrie der Alte »Die Weiber und Kinder zu schlachten!« »Vormärts! Tötet euren alten Ohm!« Und dabei hob er sein Schwert in die Höhle Aber Repo wandte sich um Und schrie mit Donnerstimme In die Höhle hinaus »Lasst ab von den Weibern!« Zugleich fiel Ara Vor ihrem Großvater nieder Umklammerte seine Knie Und bat »Mach Frieden mit den Tulkas!« »Wir wollen unsere Hände Nicht mit dem Blute Unseres Ohms färben« Rief Repo jetzt »Gelobe uns das Ende der Fede Und fortan Freundschaft!« »Ist euer Häuptling tot?« Fragte der Alte »Er ist von einem Pfeil durch Bord« Versetzte Repo »Aber er lebt noch« »Lasst uns zu ihm gehen« sagte Nargu Der Alte schritt voran Ihm nach die anderen Repo rief seine Männer zusammen Es war stille geworden Nur leise Stöhnen und Ächzen Ertönte noch aus der Höhle heraus Nargu tritt hin vor Ruhl Der sich mühsam auf seinen Arm stützt »Nimm dies Schwert von deinem Ohm Kühner Ruhl« sagte er bewegt »Freundschaft sei fortan Zwischen den Nallis und den Tulkas« Ruhl nahm die Waffe Und ein Strahl der Freude Glänzte aus seinen matten Augen »Ich werde sterben« sagte er »Aber die Tulkas werden Wort halten« »Seid einig gegen die Kalats« Wieder brach er ohnmächtig zusammen »Eilen wir nach Hause« rief Repo Die Männer machten Tragbaren aus ihren Wurfspießen und luden die verwundeten Brüder darauf Noch beschenkte der Nargu alle Krieger mit prächtigen Steinwaffen Ara aber nahm zärtlich Abschied von ihrem Großvater Dann ergriff sie Obu bei der Hand und folgte ihm Man schlug den Weg über die Hochebene ein Im Tale angekommen setzten sie die Verwundeten am Bache nieder und wuschen ihnen die Wunden aus Nochmals schlug Ruhl die Augen auf Repo stand bei ihm und richtete ihn in seinen Armen halb auf »Repo« sagte Ruhl »Ich sterbe« »Sei du Häuptling meiner braven Tulkas bis Ruhlaman alt genug »Ihm bring dieses Schwert von Sonnenstein« Dann rief er laut »Ruhlaman, mein Sohn, wo bist du? Darf ich deine leuchtenden Augen nicht mehr sehen deine süße Stimme nicht mehr hören?« »Ruhlaman, ich sehe dich groß werden aber nicht unter deinem Volke Ich sehe die Tulkas sterben die Hukas und die Nallis fallen Du allein wirst leben Dann schloss er die Augen und flüsterte »Ich sehe einen braunen Adler unter weißen Tauben und die Tauben folgen ihm und er schützt die Tauben mit seinen Schwingen und des Adlers Augen sind meines Ruhlamans Augen und seine Stimme ist Ruhlamans Stimme aber die Tauben sind fremde Tauben ich kenne sie nicht« Ruhl war in die Brust getroffen Er starb dort am Bache im Armital Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 von Ruhlaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Ruhls Begräbnis Es war nahe Mitternacht als unsere Tulka-Krieger mit dem gefallenen Häuptling unten an ihrem Berge ankamen Nur Ruhlaman und die alte Paare wachten noch oben bei der Höhle Das wohlbekannte Zeichen der Männer ertönte Der brave Junge eilte hinüber nach der Quelle und wie einst dieses Mal aber mit schwer klopfendem Herzen ruft er »Hulaba! Hulaba!« durch den finsteren Wald hinunter Aber niemand antwortete ihm heute Angstbeklommen rennt er die Zickzackpfade hinab Da lag der Vater auf einer Bahre von Lanzen Mit einem grässlichen Schrei stürzt er über ihn hin Schweigend stehen die Männer Endlich richtet er sich auf »Ist er tot?« »Er ist tot« antwortete Repo »Tod« »Tot« schreit der Arme verzweiflungsvoll »Und ihr lebt noch« Da fiel ihm Obu um den Hals und rief »Ruhlaman« »Töte mich als Racheopfer an deines Vaters Grabe« »Mein ist alle schuld« Aber Ruhlaman riß sich los Warf sich über den toten Häuptling Und schrie »Hulaba! Hulaba!« Und legte sein Ohr an die kalten Lippen Als müßte er noch ein Wort von dem Helden hören Doch der treue Vater blieb stumm Plötzlich erhob sich der Jüngling wieder Und rief »Wer hat ihn gemordet?« »Der erste Pfeil der Nallis traf ihn« »Antwortete Repo« Er erzählte ihm den Hergang Und wie Ruhl unten am Bache gestorben Und des Vaters letzte Worte des Abschieds von Ruhlaman Und überreichte ihm das schöne Schwert Ruhlaman ergriff es schweigend Drückte Obu noch die Hand Und verschwindet im Walde Als die Männer mit dem toten Häuptling Vor der Tulka ankamen Fanden sie die alte Parre Bewusstlos vor der Höhle liegen Mit schlimmer Ahnung Hatte sie die Krieger entlassen Und als sie den Schmerzensschrei Ruhlamans Vom Tale herauf vernommen Wußte sie alles Wie wahnsinnig Wollte sie ihnen entgegen eilen Brach aber zusammen Man trug sie und den Toten Hinein in die Höhle Die Tage der Trauer Angetan mit seinen kostbarsten Kleidern Seine besten Waffen neben ihm Das gute Steinbeil in seine Rechte Die Lanze in die Linke Indes hatten die Huka-Männer Die traurige Mäher in ihre Höhle gebracht Und schon am Nachmittage erschien der Angecko Mit seinem ganzen Stamme Wie ein Steinbild saß die alte Parre auf ihrem Platze unter der Eibe Teilnahmslos und schweigend Starrt sie vor sich hin Neben sie zu ihrer Rechten Setzt sich der Angecko Zu ihrer Linken Repo Die anderen, Männer, Weiber und Kinder Bilden einen weiten Kreis um das Gerüst Sie unterhalten sich flüsternd Und von Zeit zu Zeit Auf ein gegebenes Zeichen Stimmen sie einen eintönigen Schauerlichen Klagegesang an Am Abend zogen alle Männer aus Um das Wild für den Leichenschmaus Einen Bären zu erlegen Der Angecko bezeichnete ihnen Den Schlupf eines solchen Nicht weit von seiner Höhle Und schon am anderen Morgen Schleppten sie die schwere Beute herbei Nach alter Sitte Musste am dritten Tage Die feierliche Beisitzung stattfinden Eine der vielen kleinen Grotten Wie sie sich überall In den Alpfelsen finden Diente seit alter Zeit Als Totengruft Für die im Kampfe gefallenen Männer Sie lag in einem Winkel des Gebirges Zwischen der Tulka und Huka Am Ende des Mate, das heißt Heldentals Einer kalten nördlichen Waldschlucht Vor ihr war ein großer freier Platz geebnet In dessen Mitte ein mächtiger Felsblock aufgerichtet Reste früherer Leichenmale Asche, Kohlen, zerschlagene Tierknochen Zerbrochene Steinmesser Liegen zerstreut umher Alte Eiben im Kreise gepflanzt Beschatten mit dunkelgrünem Walde Die einsame, düstere Städte Eine große Steinplatte Senkrecht aufgerichtet Verschloss den Eingang der Felsgrotte Damit kein Raubtier zu den Toten gelangen möchte Innen aber in der Höhle waren zwei Räume Ein großer, weiter, niederer Und ein kleiner, enger, aber höherer, letzterer Den Häuptlingen vorbehalten Dort im großen Raume lagen die Leichen Nach Mumienart zusammengeschnürt Neben und aufeinander Aber die Häuptlinge im kleinen Gemach Setzte man aufrecht auf Felsblöcke Den Rücken gegen die Wand gelehnt Das Zepter aus Rentiergeweih in der Hand Am dritten Tage gegen Mittag erschien auch der alte Nargu Selbst mit zehn seiner Männer vor der Tulka Obu und Ara von Repo gesandt Hatten ihn abgeholt Die alte Parre erhob sich vor ihm Und seit dreißig Jahren zum ersten Mal wieder Blickte sie in das Gesicht ihres Bruders Am Morgen desselben Tages War auch Rulamann aus der Waldeinsamkeit zurückgekehrt Blass, abgehärmt und ernst Kein Laut verriet seinen tiefen Schmerz Ein langer Trauerzug setzte sich am Nachmittag Von der Tulka aus Nach dem Matetal in Bewegung Voran vier Nallimänner mit der Tragbare Der tote Häuptling mit einem Bärenfell bedeckt Hinter ihnen, in ihrem Reisekorb Wart die alte Parre von zwei Huka-Leuten getragen Dann folgte der Nargu, der Angecko, Repo und Rulamann Alle im Feiergewand und in Kriegerrüstung Nach ihnen die übrigen Männer Von denen vier den zum Leichenmale bestimmten Bären Auf Stangen trugen Zuletzt die Weiber und Kinder Unter erschütterndem Klagegesang Vor der Grabhöhle wurde der Häuptling Aufrecht auf den Fels in die Mitte gesetzt Und feierlich, wie einen Lebenden Redeten ihn nun nach alter Sitte Die Häuptlinge der anderen Höhlen an Zuerst der Nargu Komm zurück aus der Walbarhöhle, du Edler, und höre mich Ich habe dich gehaßt dein Leben lang Was war der Grund? Dein Ahn stahl mir die Schwester Und der Zorn meines Vaters fraß fort in mir Warum kamet ihr nicht Und versöhntet euren Ohm, ihr Tulka-Vettern? Oftmals zitterte mein Herz vor Freude Wenn ich deine Taten hörte, du Mutiger Wie du in raschem Sprung einholtest Die flüchtige Kadde Wie dein Pfeil nie fehlte Den Adler hoch in den Lüften Wie du den Dolch einbohrtest Ins Herz dem riesigen Änak Wie du niederschlugst Mit mächtigem Faustschlag Den Usorn Wie du, dem kühnen Raben gleich Der den Habicht anfällt Auge in Auge bekämpftest Den furchtbaren Burja Denke nicht mehr des alten Haders Empfange freundlich Mit den anderen Häuptlingsgeistern Den alten Nargu Wann er bald niedersteigt Zu der warmen, hellen Walbarhöhle Wo ewiger Friede Nimm zum Pfand den Ring aus Sonnenstein Seh ich ihn leuchten Einst dort in der Walbar So erkenne ich daran Den Tulka-Helden Ruhl, den Kühnen Dann trat der Angecko Dem toten Ruhl Gegenüber und sprach Warum verlässt du uns In des Lebens Vollkraft Herrlicher Ruhl Du Rabe an Mut Du Numba an Stärke Ja, kurz ist Wir sehen es Schick diesen Dolch Meine schönste Waffe Und sprich Gutes von mir In der Walbarhöhle Denn auch ich bin alt Und werde bald folgen Wild stürmende Kriegstänze Der Männer Begleitet von Schlachtgesängen Und Trommelschlägen Wechselten jetzt mit ruhigeren Tänzen Der Weiber Und schwermütigem Klagen Dies dauerte bis in die Nacht hinein Dann wurde vor dem Felsblock Ein großer Holzstoß aufgeschichtet Und angezündet Jetzt plötzlich Auf ein Zeichen des alten Nargu Wart es still Die ganze Schar Hatte sich dem toten Häuptling Gegenüber aufgestellt Hochauf loderten die Flammen Des Holzstoßes Und beleuchteten grell Die bleichen Züge Des Helden Als das Feuer herabgebrannt Wurden Kienfackeln angezündet Die schwere Steinplatte Von dem Eingang der Grabesgrotte Weggewälzt Die Leiche auf die Bahre gelegt Und von vier Tulka-Männern In die Häuptlingsgrotte hineingetragen Nur die Häuptlinge Die alte Parre Und Rulaman Folgten dahin Mittlerweile Wart der Bär zum Leichenschmaus Zerlegt und geröstet Eine ganze Keule abgetrennt Und zu den Füßen Des Häuptlings gelegt Als Zehrung Auf den Weg In die Walbarhöhle Die Beisetzung War beendet Die Häuptlinge Und die Tulka-Männer Kamen zurück Aus der Höhle Nur die alte Parre Und Rulaman Verweilten noch länger darin Wie mit einem Schlage Schien jetzt eine Wandlung Über die ganze Versammlung gekommen Da und dort wurden Feuer angemacht Um die man sich gruppenweise lagerte Fast schien alle Trauer vergessen Denn lautes, munteres Gespräch Erscholl von allen Seiten Der Bär wurde verteilt Das Gehirn aus der aufgeschlagenen Schädelkapsel Den Häuptlingen dargeboten Die Markknochen an den Enden aufgeschlagen Und von den Männern ausgesaugt Der Schmaus dauerte bis nach Mitternacht Da erschien die alte Parre Unter dem Eingang der Grotte Und rief mit lauter Stimme Den Nargu Den Angecko Und Repo Und Rulaman Zu sich hinein Dort In der von außen Nur spärlich erleuchteten Totenkammer Gönnte sie zum ersten Mal ihrem Bruder Nargu Das Wort Nargu Deine Schuld ist groß Sprach sie Denn durch deinen Hass Ist dieser Held Der beste Eimat Gemordet Aber Er spricht durch mich Der edle Ruhl Leget eure Hände In meine kalte Rechte Ihr Häuptlinge der Eimats Und schwört Dass dies der letzte Brudermord sein soll Wer hinfort einen Eimat tötet Der soll nie kommen In die Walbahöhle Ernst Fast bitter Erwiderte darauf Der Nargu Wohl ist nicht gemordet Er ist als Krieger gefallen Hätten wir nicht gewacht Lange Nächte hindurch So säße wohl ich Jetzt hier An seiner Stelle Ist es meine Schuld Dass er das schwarze Los Zog beim Todeswürfeln Darum ehre auch du Schwester Des toten Willen Vergib Vergiß endlich Den alten Hader Einer nach dem anderen Ergriff die Rechte Ruhls Zuletzt Ruhlamann Dann Nahmen die Häuptlinge Feierlich Abschied Von der alten Parre Herzlichen Abschied Voneinander Und brachen auf Jeder nach seiner Heimat In der Tulka Aber musste So forderte es Der strenge Brauch Ein ganzes Jahr Um den toten Häuptling Getrauert Kein Freudenfest Keine Hochzeit Durfte gefeiert werden So Wart auch Obus Hochzeitsfeier Um ein Jahr verschoben Doch blieb Ara Fortan in der Tulka Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Der Tour und der Uson im Norgewalde Wie der Krieger unserer Tage, wenn er seinen Kameraden zur Erde bestattet hat, fast sein Vergessend zu neuer Tat aufbrechen muss So verbot die schwere Sorge für die tägliche Nahrung Unseren Eimats von selbst eine lange, träge Trauerzeit Schon in jener Nacht im Matetale bei dem Leichenschmaus Hatten sie für den ersten tiefen Schneefall Eine Tour- und Usonjagd verabredet Eine gefährliche Jagd Obgleich sie nicht einem Raubtier, sondern nur Wiederkäuern galt Tulkas, Hukas und Nallis wollten zusammengehen Das erste Mal wieder seit mehreren Jahrzehnten Zwei Arten mächtiger wilder Stiere lebten damals im deutschen Urwalde Der langhörnige Ur oder Auer, den unsere Eimats Tur nannten Ungefähr von der Gestalt unseres Rindes Und der hochschulterige, dick bemähnte, kurzhörnige Wiesend Der Uson unserer Eimats, den man jetzt fälschlich Auer-Ochs nennt Beide sind längst in Deutschland ausgerottet Zu Cäsars Zeiten lebten der Urus etwas kleiner als ein Elefant, wie er sagt Und mit langen Hörnern, also der Tour im herzinischen Walde Das Nibelungenlied weiß von beiden Arten Siegfried erlegt sie in den Vogesen Danach schlug er Schiere, einen Wiesend und einen Elch Starker Urre-Viere und einen grimmen Schelch Tour und Uson waren, wie Mammut und Nashorn In der Nähe der Wohnsitze unserer Eimats längst selten geworden Denn das Fleisch der Kälber und Kühe und der jungen Bullen galt ihnen als Leckerbissen Aber es gab deren noch große Herden in einem vielen Tagesreisen breiten und langen Walde Jenseits des Norge-Flusses Wenn man vom Tulka-Berge aus dem Laufe des Armi-Baches in der Richtung nach Mitternacht und Abend folgte Gelangte man nach einer halben Tagesreise in das breite Tal des Norge Der bald ruhig, oft zu breiten Seen anschwellend, durch sumpfige Wiesenauen zwischen Erlen und Weiden dahinfloss, bald zwischen hohen, steilen Hügeln zusammengedrängt, schäumend über schieferige Felshänge hinabstürzte Jenseits des Norge aber bedeckte Schwarzer Urwald das hügelige Land weithin Die Kronen der Jahrhunderte alten Eiben und Föhren, Eichen und Birken bildeten meilenweit ein undurchdringliches Laubdach, wo kein Unterholz, kein Kraut aufkommen konnte Und wenn einer der Baumriesen etwa vor alter Kernfaul oder Gipfeldürr geworden, endlich in sich selbst zusammenbrach, vermoderte er an der Stelle und dünkte den Boden zu neuem, üppigerem Baumwuchs, der in kurzer Zeit die Lücke im Laubdach widerschloss So herrschte dämmerndes Halbdunkel in dieser Waldwüste, deren gespenstige, unheimliche Stille nur durch das Picken der Spechte und den melancholischen Ruf der Wildtauben unterbrochen wurde Die Niederungen in diesem Urwald aber waren weitaus gedehnte Moorwiesen, trocken im Sommer bedeckten sie sich zum großen Teil mit üppigem Graswuchs, während die tiefsten Stellen auch dann Morastzümpfe blieben Diese Waldblößen waren es, wo die mächtigen Stiere hausten, und sie beherrschten von hier aus die ganze Wildnis Kein menschlicher Pfad führte durch dieselbe, kein Eimat, ja kein Raubtier, kein Burja, kein Höhlenbär, kein Wolf, keine Hyäne wagte sich hinein Nur der baumkletternde Fjelfraß und der Luchs, welchen das zusammenhängende Laubdach als Brücke diente, waren vor den mächtigen und mutigen Tieren sicher Ruhig weideten auf jenen Auen den ganzen Sommer hindurch die in großen Rudeln lebenden Rinder Sorglos grasten die Kühe und mutwillig hüpften und blöckten die Kälber um sie her, während die Bullen nach dem Walde zuwachten und die Herden fest zusammenhielten Versuchte es jeder hungergepeinigte Burja, vom Walde gedeckt sich anzuschleichen, so witterte ihn bald der nächste Stier Hochauf richtete sich sein Kopf, er horcht und eugt, er scharrt mit den Vorderfüßen, schlägt seine Flanken mit dem Schweif, brummt wütend, senkt seinen Kopf zu Boden und stürzt wie toll auf den Feind los Ein zweiter, dritter, vierter ihm nach Nur eiligste Flucht kann den Löwen retten, oder er sinkt, selbst wenn er den ersten Stier niederschlug, von den stahlharten Hörnern, der zu Hilfe eilenden Bullen durchbohrt, nieder und wird mit den Füßen zerstampft und zermalmt So kämpft heute noch der starke Kafambüffel im südlichen Afrika gegen den mächtigen Kapplöwen So kämpfte dort im Norgewalde der noch viel stärkere Tour gegen den riesigen Burja Weit lästiger aber und beunruhigender als die großen Raubtiere waren für jene wilden Rinder die kleinen fliegenden Feinde, die Stechmücken und die Bremsen, die sie in den heißen Sommermonaten quälten Wurden diese aber, wie zum Beispiel bei herannahendem Gewitter, besonders aufdringlich und blutdürstig, so stürzte oft plötzlich das ganze Rudel der gefolterten Rinder in toller Flucht nach den morastigen Sümpfen hinunter, um sich dort zu wälzen und bis zum Kopf unterzutauchen Ja, über die schwüle Mittagszeit der heißesten Monate steckten sie stundenlang in diesen Suhlen und verschafften sich, wenn sie denselben entstiegen, in dem auf ihrem Fell hängen gebliebenen Schlamm für geraume Zeit einen schützenden Mantel gegen ihre Peiniger Streng hielt sich der Tour vom Uson gesondert Jede Art hatte ihre eigenen Weideplätze und die Herden lebten im Sommer ein friedliches Dasein Nur zu Zeiten gab es innerhalb der Herden selbst einen harten Kampf der eifersüchtigen Bullen untereinander Dröhnen stießen dann ihre breiten Stirnen zusammen und nicht selten stürzten jüngere Tiere von einem riesigen Hauptstier getroffen, tot nieder Noch zwei andere Wiederkäuer lebten in diesem weit nach Mitternacht ausgedehnten deutschen Urwald Es war der Schelag und der Elag, unsere Eimats, der Schelch und der Elch, der Nibelungen, ungeheure Hirsche Zwei Klafter spannte das Geweih der breitstirnigen Schelags, das Geweih war nicht rund wie das unseres Edelhirsches, sondern nach den Enden zu verflacht, schaufelförmig und zackig Wie das des Rentiers oder des Dammwills Der Elag aber ist das heute noch in Nordeuropa und in Kanada lebende Elen, das den Schelag an Größe noch übertraf, dessen Geweih aber, wie bekannt, bedeutend kürzer, aber sehr breit sind Diese Hirsche banden sich im Sommer nicht an bestimmte Weideplätze wie die Rinder, sondern durchstreiften in kleinen Familien die lichteren Waldgründe und ästen Gezweige, Laub, Rinde und Flechten im Unterholz Das war das Tierleben im Sommer im Norgewalde, anders im Winter Wenn der Schnee mehrere Fuß hoch die gewohnten Weiden bedeckte, trieb der Hunger die Rinder zur Wanderung Notgedrungen verließen sie jetzt den sicheren Urwald und stiegen von den Hügeln hinunter nach den Schilfauen des Norgetales Die Hirsche aber, die auch jetzt noch im Walde ihre Nahrung fanden, rotteten sich in große Rudel zusammen und rückten in die verlassenen Waldblößen ein Dort stampften sie, in regelmäßigen Reihen schreitend, wie heute noch in Kanada, den tiefen Schnee nieder und machten sich so weithin feste Plätze, von den kanadischen Indianern Höfe genannt, auf denen sie frei sich tummeln konnten und welche sie mutig gegen etwaige Angriffe von Menschen und Raubtieren verteidigten Ihre Äsung aber bestand dann, ähnlich wie im Sommer, in Flechten, Baumknospen und Rinde von jungen Bäumen So gelang es den Eimats nur selten, dem Schelag und dem Elag nahezukommen, denn sie blieben ja aus, ja ein im sicheren Hort des Waldes Wohl aber siegte die menschliche List über den ins Freie hinausgetretenen Tur und Usorn Auch diese hielten sich zwar im Winter bei Tage im Vorwalde verborgen Aber gegen Abend wagten sie sich hinaus an die Wasser des Norge, um das kümmerlich dort wachsende Gras, halb welches Schilf und dergleichen abzuweiden Hier machte der Eimat Jagd auf sie Kaum eine Woche war verflossen seit dem Tode des braven Ruhl, als ein tiefer Schneefall weithin das Land deckend unsere Eimats an die Jagd auf die Urstiere mahnte, eine gefährliche Jagd, freilich auch die nutzbringendste im ganzen Jahre Aber noch war die Zeit nicht gekommen Zuvor musste sich der Schnee fest gelagert haben und eine hartgefrorene Decke bilden Jetzt erst nach einer weiteren Woche, das Wetter war indessen hell und eisig kalt geworden Santerepo boten nach der Huka und nach der Nallihöhle An der Stelle, wo der Armibach in den Norge sich ergießt, sollten die Jäger sich treffen Unsere Männer waren im Ganzen ausgerüstet wie sonst Aber unter den Sohlen der Rentierstiefel hatten sie sich jetzt Schneesandalen gebunden Flache Weidengeflechte mit steifen, geglättetem Leder überzogen Wohl zwei Fuß lang und einen halben Fuß breit, auf welchen sie frei, ohne einzusinken wie auf Schlittschuhen mit Windeseile über die Schneefläche dahingleiten konnten Repo, Rulaman, Obu und die vier anderen Tulkas waren die ersten zur Stelle Es war ein frischer, sonniger Wintermorgen, die Luft klar, der Blick weithin offen Bäume und Gebüsche glitzerten blendend weiß von gefrorenem Duft Im jenseitigen Vorwalde lagerten vermutlich die wilden Rinder, welche den Eimat und die Gefahr wohl kannten So mussten die Männer behutsam durch das steif gefrorene, knisternde Röhrricht sich durchwinden Um nicht vor der Zeit von dem Wilde entdeckt zu werden Denn Norge deckte spiegelglattes, festes Eis Bis auf eine wenige klafterbreite Strömung am jenseitigen Ufer Wo der wilde Fluss im letzten Sommer sein tiefes Bett gerissen Eine Notbrücke über den Strom zu schlagen, auszuspähen, wo die Rinder in der Nacht im Freien geäst Von wo aus man sie am Abend überfallen und wohin man sie endlich treiben müsse Das war die Aufgabe des Tages und damit wurde sofort begonnen Möglichst leise fällten sie einige Weidenbäume, legten sie über die Strömung und banden sie zu einem Steg zusammen Sieben Zweige wurden in den Schnee gesteckt zum Zeichen für die Nachfolgenden Dann ging es hinüber über die Brücke und vom Röhrricht gedeckt am anderen Ufer hinauf Bis an eine Stelle, wo der Wald hart an den Fluß herantrat Dort hinein in den Forst und auf einem ungeheuren Umwege durchforschte man nun in aller Stille von innen heraus den ganzen Vorwald Aber nirgends fanden sie die ersehnten tiefen Fußstapfen der Rinder Sollten sie den gewohnten Wechsel verlassen haben, etwa weil der Fluß nach der Waldseite hin sein tiefes Bette gerissen hatte Und so die besten Winterweiden jenseits des Flusses lagen Endlich ertönte ein Klopfen in bestimmten Takte an einem Baumstamm, ähnlich wie das des Spechtes, aber den Eimats wohl bekannt Einer der streifenden Männer hatte die Spur gefunden und das verabredete Zeichen gegeben Alle kamen zur Stelle Es war der Lagerplatz einer kleinen Tourherde Die ganzen Formen der kleinen und großen Tiere deutlich im Schnee abgedrückt Nach diesen Lagerstätten im Schnee zählten sie einen erwachsenen Bullen Sechs Kühe und einige zwanzig junge Tiere Glückliche Vorzeichen, denn vor allem die alten Bullen machten die Jagd gefährlich Und hier war nur einer Doch dieser eine war ein riesiges Tier Denn hoch an einem Baumstamm entdeckte Obuhare, wo der Stier sich die Stirn gerieben Aber es war offenbar die Lagerstätte des gestrigen Tages Wo lagen sie heute? Schon jetzt waren unsere Tulkas wohl zwei Stunden von der verabredeten Stelle am Einfluss des Amibars entfernt Sollten sie ohne die anderen weiter pirschen? Sie machten Halt, wagten aber kein Feuer anzuzünden, weil das Wild den Rauch weithin wittert Hungrig kauten sie an getrockneten Fischen, die sie mitgebracht So verflossen eine, zwei Stunden Es war Mittag geworden Endlich kamen die Hukkas und Nallis, die sich auf dem Wege getroffen Sie waren über die vorbereitete Brücke gesetzt und auf den Spuren der Tulkas diesen nachgegangen Da sich weder der Angeko noch der alte Nargu eingefunden, fiel Repo die Führung der Jagd zu Er zählte ohne seine eigenen Leute 30 Männer, für die damalige Zeit eine ansehnliche Macht Und sofort entwarf er einen großartigen Jagdplan, gegründet auf die Anzahl der Männer und die Tourherde, die nicht weit entfernt sein konnte Groß war die Freude der neuen Ankömmlinge über die gefundene Lagerstätte der Tiere Man brach jetzt sofort auf und verfolgte leicht den Weg, den die Herde von hier aus gemacht Die Fährten führten immer im Vorwalde weiter, am Flusse abwärts Dann, nach etwa einer Stunde Wegs, aus dem Walde heraus hinunter an den Norge selbst Mit äußerster Vorsicht traten zuerst Repo, Rulaman und Obu ins Freie hinaus Und schlichen sich auf den Fährten, möglichst durch Gebüsch gedeckt, weiter bis an das Wasser Hier verlor sich die Spur, also waren die Rinder hinübergeschwommen Jenseits breitete sich eine weite, mit Röhrricht bedeckte Morastfläche aus Nur nach rechts hin erhob sich in einiger Entfernung ein sanft ansteigender Hügel mit dunklem Föhrenwalde bedeckt Wie eine kleine schwarze Oase in der weiten Schneewüste Also hier hatten die Tiere gestern den Fluß übersetzt Im Röhrricht oder Sumpf nicht zu tief Geäst, aber dann war zweierlei möglich Entweder sie waren zurückgeschwommen über den Fluß nach dem großen Urwalde Oder sie lagen dort drüben in der einsamen Waldinsel Repo und den beiden Jünglingen zitterte das Herz vor Freude Bei dem Gedanken, dass das Letzte das Wahrscheinlicherei Denn obgleich der Tour ein vortrefflicher Schwimmer war, mied er doch tunlichst das eiskalte Wasser im Winter Auch die Strömung des zusammengedrängten Flusses war, vollends für die Kälber, Gefahr drohend Die Sonne steht schon tief am Himmel, sagte Repo Ehe sie hinuntersinkt, müssten wir wissen, wo die Toure liegen und wie wir sie zu treiben haben Wenn nicht, so müssen wir die Nacht umsonst frieren und verscheuchen weithin das Wild durch unser Feuer Also zurück so schnell als möglich zu den anderen und weitersuchen Unbedingt glaubten und folgten alle Männer dem jagdkundigen Tulka-Häuptling Sechs derselben mit Obu ließ er am diesseitigen Ufer hinabstreifen, so weit als jenseits das Rohrfeld sich erstreckte Waren die Rinder auf dieser Strecke nicht ausgetreten, so steckten sie zweifellos in dem kleinen Föhrenwalde Die sichere Hoffnung, dass dem so sei, bewog ihn, mit der ganzen übrigen Mannschaft innerhalb des Vorwaldes So rasch als möglich stromaufwärts zu laufen, um hoch oben über den Fluss zu setzen und den Tieren in den Rücken zu kommen Der Wind war ungünstig Er blies heftig aus Mitternacht gerade von ihnen nach dem Wäldchen zu So mussten sie in einem weiten Umkreise dieses umgehen, um von der anderen Seite, von Süden her, dem lagernden Wilde zu nahen Rasch war der neue Steg gelegt, und Mann hinter Mann in langer Reihe, wie eine dunkle, im Schnee hinkriechende Schlange Schlichen sie sich tiefduckend, möglichst geräuschlos hinüber Dann drüben, immer durch das Röhrricht, alle Deckungen benützend, wohl eine Stunde lang bis zu einem großen Weidengebüsch, das etwa tausend Schritte von dem kleinen Föhrenwalde nach Süden zu entfernt Ihnen Deckung und zugleich alle Gelegenheit zur Beobachtung und zur Vorbereitung auf den Abend bot Während sich die Hukas und Nallis an gedörrtem Bärenfleisch erholten, kletterten Repo und Rulaman auf eine hohe Weide, um von ihr aus die ganze Gegend auszukundschaften Mit durchbohrenden Blicken spähten sie vor allem in das schwarze Föhrenmältchen hinein Es war die vor dem Winde geschützte Seite des Hügels und dazu die sonnige, südliche, die sie sahen Hier lagen zweifelsohne die Tiere, wenn sie überhaupt da waren Und in der Tat glaubte Rulaman einen Augenblick, einige dunkle Formen, sich am Boden bewegen zu sehen Indes war Repo noch höher an der Weide emporgestiegen und hatte oben einen weit über den Wipfel des Baumes hinausreichenden langen Weidenast mit einer Rentiermütze darauf an den Stamm gebunden, zum Zeichen für Obu, wo sie seien Aber kaum war die Mütze hoch in der Luft erschienen, da sah Rulaman deutlich drüben zwischen den Föhren eine schwarze Masse sich erheben Und da stand er, der mächtige Turbulle in seiner ganzen Größe, starr herüber zu ihnen, auf die Weide eugend Wenn er jetzt das geringste Geräusch hörte, oder wenn er sie witterte, so rannte sicher das ganze Rudel im nächsten Augenblick in wilder Flucht auf und davon Die Jagd wäre verloren und alle Mühe bis jetzt umsonst gewesen Denn außerhalb seines gewohnten Waldreviers war der Tur ein schüchternes Tier und floh vor dem Menschen, wo er ihn erblickte, solange ihn dieser nicht angriff und in die Enge trieb Es war ein Glück für unsere Jäger, dass der stark wehende Sturm alle Wachsamkeit des Tieres täuschte Doch blieb er noch eine Weile unruhig Er schüttelte seinen schweren Kopf, riss, wie um den fernen Feind herauszufordern, mit seinen fast klafterlangen Gehörn den Boden auf und schleuderte Gras und Moos und Gebüsch in die Luft Während Rulaman auf seinem Wachtposten blieb, stieg Repo rasch hinunter, um alles zum Angriff fertig zu machen Sein Plan war, die ganze Herde in einen tiefen, jetzt überdies mit Schnee bedeckten Sumpf zu treiben Der sich, wie er wußte, hinter dem Hügel, nicht weit vom Norge hinzog Dort konnten die Jäger auf ihren Schneeschuhen die tief einsinkenden Rinder leicht überwältigen Eilig ließ er aus Rohr und Weiden dicke lange Fackeln binden Die eine Hälfte der Jäger, die mutigsten und stärksten, sollten die Lanze und den scharf zugespitzten beinernen Dolch, die anderen die Fackeln tragen Obu traf ein Wie erwartet hatte er keine Spuren von den Rindern nach dem Walde zurückgefunden Längst war die Sonne hinter den Hügeln des schwarzen Norgewaldes verschwunden, als sie mit den Vorbereitungen zu Ende waren Ein dicker, grauer Nebeldunst stieg jetzt vom Norge auf, lagerte sich über das ganze Tal und verdeckte auch den Blick auf den Föhrenwald Rulaman stieg herunter von seinem Wachtposten Das letzte, was er gesehen, war, dass auch einzelne Tourkühe sich schon erhoben hatten Noch schien es Repo nicht dunkel genug zum Beginn des Treibens Wenigstens konnten die Fackeln noch nicht ihre volle Wirkung tun Aber unruhig und brennend vor Jagdlust schlich er sich mit Obu und Rulaman vom Nebel gedeckt so nahe an den Hügel heran, dass sie die Tiere schnauben hören konnten, ohne sie noch zu sehen Offenbar war das ganze Rudel schon auf den Beinen Sie lauschten mit angehaltenem Atem Jetzt setzte sich der ganze Trupp in Bewegung Und zwar in der Richtung nach Mittag, nach dem Alpgebirge zu Dies war ungünstig Auf diesem Wege konnten ihnen alle entrinnen Also auf der Stelle musste das Treiben beginnen Alle stand bereit In wenigen Augenblicken hatte man Feuer und bald brannten alle Fackeln Rasch ordnete Repo die Fackelträger in zwei Häuflein Die einen schickte er nach dem Norgeufer, links am Föhrenhügel vorbei Um die etwa nach dem Fluß und dem Urwald durchbrechenden Tiere zurückzuscheuchen An die Spitze der anderen stellte er den klugen Obu Diese sollten, so schnell als sie auf den Schneeschuhen konnten, nach rechts nach dem Gebirge zu Der Stierherde den Weg abschneiden und sie auf den Sumpf hinter dem Hügel zurückwerfen Repo selbst mit Rulaman und allen Bewaffneten rückte rasch nach dem Föhrenwäldchen vor Um von dort aus je nach Erfolg einzugreifen Zunächst um die Tiere, falls sie nach dem Wäldchen zurückfliehen würden, zu empfangen Noch hatte er angeordnet, dass die Tulka-Männer den Kampf mit dem Bullen auf sich allein nehmen sollten Um auch die anderen zur Tatkraft aufzumuntern Es dauerte nicht lange, und ein Höllenlärm erhob sich seitens der Fackelträger Dann vernahmen bald die Jäger im Wäldchen von fernher das Stampfen und Pusten Der schwer im Schnee arbeitenden, in wahnsinniger Angst vor dem Feuer rückwärts fliehenden Rinder Näher und näher zog sich das wilde Getöse Offenbar flohen sie nach dem Wäldchen selbst Dort war der Kampf für die Eimats ungleich schwerer als im Sumpfe Aber es war keine Zeit mehr zu langem Besinnen Nichts fruchtete das Schreien der Jäger Schon drangen einige junge Rinder in den Wald hinein Dann einige Kühe und zuletzt der schwere Bulle Die Männer mussten zur Seite springen, um nicht von der ungestümen, alles zu Boden werfenden Herde niedergetreten zu werden Nun folgte eine grauenvolle Szene in dem kleinen Föhrenhain Laut erscholl in der Nacht das wilde Kriegsgeheul der kämpfenden Männer Die hinter Baumstämmen gedeckt mit Speeren und Dolchen auf die Rinder losstießen Das dumpfe Wutgebrüll der Tiere, die, sobald sie in dem dunklen Walde angekommen, verzweifelt sich zur Wehre setzten Dazwischen ertönten gellende Schmerzensschreie von Jägern, die von den in der Dunkelheit toll hin- und herrennenden Tieren niedergeworfen wurden Dann wieder das ängstliche Blöken der Kälber, die nach ihren Müttern und das breite, tiefe, langgedehnte Breigen der Kühe, die nach ihren Jungen schrien Dieses ganze tobende Schlachtgetümmel aber war nur halb erleuchtet Von dem Helldunkel einer sternklaren, aber mondlosen Nacht und von den bald da, bald dort am Rande des Gehölzes aufblitzenden Fackeln Doch schon nach kurzer Zeit hatte sich das ganze Rudel der Toure, so viele ihrer noch lebten, nach dem mittleren höchsten Punkte des Hügels zurückgezogen Dort war eine größere Blöße, und dort hatte sich der erfahrene Bulle gestellt, weil ihn sein langes Gehörn zwischen den Bäumen an freier Bewegung hinderte, neben ihm seine Herde Klug und kampfbereit bildeten jetzt die mutigen Tiere einen Kreis um die Kälber und Jungen, die Köpfe und Hörner nach außen gerichtet Eine Zeit lang trat nun Ruhe ein Jetzt rief Repo, von dessen Seite der brave Ruhlamann keinen Augenblick gewichen, alle Männer zusammen Nur zehn folgten dem lauten Befehl Einige lagen stöhnend am Boden Viele waren mutlos auf die Bäume geklettert Was tun? Unsere Eimats konnten sich mit einiger Beute zurückziehen Wollten sie weiterkämpfen So hatten sie schwere und gefährliche Arbeit vor sich Noch in voller Kraft, obgleich aus vielen Wunden blutend, steht dort oben der wütende Turbulle Er brüllt dumpf und wühlt, jetzt selbst den Angriff herausfordernd, mit seinen Hörnern und Vorderfüßen den Boden auf Um ihn her die ebenso todesmutigen wie ihre Kälber kämpfenden Kühe Ihnen gegenüber das kleine Häuflein Eimats mit den armseligen, meist schon unbrauchbar gewordenen Waffen Repo rief Obu herbei, dem es schwer genug gefallen, tatenlos außen am Waldrande bei den Fackelträgern zu weilen, um sie zu festem Ausharren zu ermutigen Er brannte vor Kampfbegier Obu, wir brauchen Pfeile, wo sind die Waffen der Fackelträger? »Droben am Weidengebüsch«, antwortete dieser Drauf Repo »Schaff sie rasch herbei« Dann schrie er mit Donnerstimme nach den Bäumen hinauf »Herunter, ihr feigen Dabbers« Einer nach dem anderen näherte sich ängstlich und beschämt Darauf sendete er einen Boten nach den Fackelträgern, die unten am Norge im Hinterhalt lagen Jetzt wichen die Tiere nicht mehr aus dem Walde, das wußte er Die Waffen kamen Bogen und Pfeile, Wurfspieße und Dolche in Menge Alle Männer, bis auf die wenigen Verwunderten, waren jetzt zusammen Repo zählte wieder dreißig kampffähige Jäger für den nächsten Angriff Er stellte sie im Kreise, ringsst um die Waldblöße Auf ein Zeichen fliegt aus nächster Nähe ein Hagel von Pfeilen auf die in der Mitte zusammengedrängten Rinder Das Ziel war leicht und sicher und dennoch gering die Wirkung Es folgte ein zweiter, dritter, vierter Pfeilhagel Immer noch standen die Tiere, an deren dicken Fell die meisten Pfeile abprallten Dumpf brummend behaupten sie ihren Platz Jetzt flüsterte Repo, Obu und Rulaman einige Worte zu Dann reißt er den weißen Wolfspelz von der Schulter und wirft ihn gerade dem Turbullen entgegen Dieser, blind vor Wut, stürzt allein darauf zu Da schießen blitzschnell die drei vom Waldrande auf ihn los Und während der Bulle das Wolfsfell mit seinem langen Gehirn zerzaust und in die Luft wirft Bord ihm Repo von der einen, Obu von der anderen Seite hinter dem Schulterblatt den Dolch in die Brust Mit dumpfem Gebrüll sinkt das ungeheure Tier in die Knie Jetzt springt Rulaman vor dasselbe hin und stößt ihm sein Messer in den vorwärts gebeugten Nacken Wie vom Blitz getroffen stürzt der mächtige schwarze Riese zusammen Lautes Freudengeschrei der Männer erhob sich ringsum und als wären sie durch das Beispiel der wenigen Tapferen Plötzlich mit deren Mute beseelt stürmten sie alle zusammen auf die führerlose Herde in der Mitte zu Noch standen die Rinder, nur einige junge Bullen brachen durch und flohen zwischen den Bäumen nach dem Norge hinunter Keine Kuh wich von der Stelle und in blutgierigem Schlachten metzelten die Männer erbarmungslos alle samt den Kälbern nieder Es war eine reiche Beute, wie sie die Eimats in Jahrzehnten vielleicht nur einmal machten Ein Bulle, sechs Kühe, neun halb erwachsene Rinder und sechs Kälber lagen erlegt am Boden Nur jene vier junge Bullen, die durchgebrochen, waren dem Schicksal der armen Herde entronnen Und hatten sich wohl bereits jenseits des Norge im Urwalde in Sicherheit gebracht In toller Ausgelassenheit tanzten die Jäger um das erlegte Wild herum und stampften Freude trunken den von Blut geröteten und erweichten Boden Bei dem nachfolgenden fetten Male brauchten sie diesmal nicht zu sparen Sie zündeten auf dem Gipfel des Hügels ein mächtiges Feuer an, setzten sich auf die noch warmen, toten Rinder und verzehrten unter Scherzen und neckenden Reden drei große Turkälber, ließen auch nichts davon übrig als Knochen und Häute Auch die wenigen Verwundeten konnten am Schmause teilnehmen, denn keiner war, für ihre Begriffe, erheblich verletzt Die gefährliche Jagd war außerordentlich glücklich verlaufen Repo hatte seine neue Häuptlingswürde in großartiger Weise eingeweiht Und sein Ansehen auch bei den anderen Eimats war sicher fortan ein unbestrittenes Dies freute ihn nicht wenig, denn er durfte nach diesem Erfolge auf der Jagd auch ferner hin auf treues Zusammenhalten der drei Höhlenstämme rechnen Nur einer vermochte nicht einzustimmen in den allgemeinen Jubel Es war Rulaman. Kühn und eifrig war er stets der vordersten Einer gewesen, solange es Mut und Anstrengung galt Jetzt saß er dort allein unter einem Baume, weit ab von den anderen, und blickte in stillem Träumen vor sich hin Bald vermisst ihn Repo und sucht und findet ihn Dann kam auch Obu, und so saßen sie lange dort, fern der wilden Lustbarkeit, und sprachen von dem kühnen Rul und seinen Taten Oh, wie wird sich der Edle freuen, rief Repo aus, wenn er in der Walba die Kunde von diesem großen Tage vernimmt, der den Bund der drei Höhlen besiegelt Dann setzte er ernst hinzu Und wer wird ihm zuerst diese Nachricht bringen? Es war lange nach Mitternacht Endlich legte sich alles zur Ruhe nieder, und tiefe Stille herrschte jetzt über dem Hügel, wo kurz vorher, wie auf einem Schlachtfelde, wildes Morden gewütet Man stellte Wachen aus, und es dauerte nicht lange, so machten diese Lärm Ein Rudel hungriger Wölfe, von dem weithin dampfenden Blutgeruch angezogen, war vom Alpgebirge herangetrabt, aber ebensobald wieder verscheucht Einige davon, die zu frech in das Wäldchen eingedrungen, mussten ihre Gier mit dem Leben büßen Auch ein prächtiger Falka war unter dem Rudel So nannten die Eimats den seltenen weißen Wolf, der ihnen das kostbarste Pelzwerk lieferte Die Wachen hatten nach ihm geschossen, aber gefehlt Auch Hyänen erschienen, doch schlichten diese nur scheu in einiger Entfernung um das Lager her, eisrungrig nach dem leckeren Mahle winselnd Die müden, schwer satten Jäger schliefen lange in den Tag hinein Nun aber galt es, die Beute aufzubrechen und heimzuschaffen Eine lange, mühevolle Arbeit Wenn nur die Kälte andauerte wie jetzt, damit das Fleisch nicht verdarb Der Schnee war fest genug, um Schlitten zu tragen, und trefflich verstanden sich die Eimats darauf, solche im Notfalle zu bauen Die großen Tiere mussten natürlich ganz zerlegt werden Denn nur mit einer Last, etwa von dem Gewicht eines Mannes, pflegte man die Schlitten zu beladen Der Bulle aber wog wohl zwölfmal, eine Kuh siebenmal dieses Gewicht Um die Heimschaffung zu erleichtern, wohl auch um den Weibern und Kindern ein Vergnügen zu bereiten Sandte Repo boten nach allen drei Höhlen Alle sollten kommen, denen der Weg nicht zu weit wäre Prächtige Stücke von Kälbern schickte er der alten Parre, dem Nargu und dem Angeko voraus Während die eine Hälfte der Männer unter Obu die Schlitten baute, begannen die anderen damit, die Tiere auszuweiden Und das von Eingeweiden brauchbare auf die Seite zu packen Dahin gehörten außer dem Fett besonders noch die langen dünnen Därme, welche gedreht treffliche Schnüre und Seile lieferten, die nachher sofort beim Packen Verwendung fanden Dann wurde die Abheutung des Bullen vorgenommen Es war ein schönes, schwarzes Fell mit einem gelblichen Längsstreifen über dem Rücken Und, als es jetzt ausgebreitet dalag, so groß, dass sechs Männer hätten auf ihm lagern können Einmütig bestimmte man es zum Ehrengeschenk für den glücklichen neuen Häuptling Das Fleisch aber des ganzen Bullen und der kolossale Kopf mit den ungeheuren Hörnern Sollte der Tulka-Höhle als Beuteanteil zum Voraus gehören Alles Übrige auf Repos Anordnung nach der Anzahl der Männer, die jede Höhle zu der Jagd gestellt, gleich verteilt werden Am Abend schon erschienen die Hukas und Tulka-Weiber und Kinder Ihr Jubel, als sie die Väter bei der großen Beute wieder sahen, war grenzenlos Sie hatten, wie Repo durch die Booten befohlen, Zelte mitgebracht Und so wurde unser kleiner Föhrenberg für eine halbe Woche ein buntes Zeltlager Belebt von über hundert glücklichen, im Überfluss schwelgenden Menschen Anderen Tages am Mittag waren auch die Nallis in großer Menge angerückt Drei Tage jubelte und arbeitete man in diesem Winterlager Erst am vierten Tage endlich war alles zum Aufbruch vorbereitet Die Beute verteilt und Männer, Weiber und Kinder zogen in einem langen Zuge die reich beladenen Schlitten ihren Höhlen zu Der kleine Föhrenhügel aber, auf dem sie so reiche Beute gemacht, hieß fortan bei unseren Eimats der Tourheim Ende von Abschnitt 20 Abschnitt 21 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Der Weiße Wolf Ein Farkar war in dem Rudel, so hatten die Wachen in der ersten Nacht im Tourheim verkündet Der seltene Weiße Wolf oder Farkar stand unter allen Jagdtieren jener Zeit, nur den ebenso seltenen Buria ausgenommen, obenan Sein schneeweiß glänzender Pelz war, wie wir wissen, die Auszeichnung des Häuptlings Nur er und seine Söhne durften ihn tragen Aber groß war der Ruhm, und für besonders glücklich galt jeder Eimat, dem es gelungen, einen Farkar zu erbeuten Ja, wie der Töter eines Höhlenlöwen sein Leben lang mit dem ehrenvollen Beinamen Buria-Mate ausgezeichnet wurde So hieß der Glückliche, der einen Weißen Wolf erlegt, fortan Farkar-Mate Die Kunde von dem prächtigen Farkar ließ unsere beiden Freunde Obu und Rulaman nicht schlafen Schon drei Nächte, solange unsere Eimats dort auf dem Tourheim lagerten, hatten sie abwechslungsweise gewacht und auf die Wölfe gelauert Aber umsonst Diese heulten wohl jede Nacht aus der Ferne vom Alpgebirge her, aber sie wagten sich nicht näher heran Am Morgen des vierten Tages, als alles sich zum Aufbruch rüstete, hielten die Freunde Rat »Rulaman«, sagte Obu »Du hast mir treulich geholfen, meinen Bären zu töten Dir verdanke ich die schöne Ara So helfe ich dir jetzt auch zu einem schönen Farkar-Pelz Die Wölfe warten nur, bis es ruhig hier geworden Und schon diese Nacht, wenn keine Feuer mehr brennen, kommen sie sicher Wollen wir nicht zurückbleiben, wir beide allein?« »Wir bleiben«, antwortete Rulaman sofort entschlossen Niemand aber sollte um den Plan wissen, als Repo und Ara Ara war nämlich mit den anderen Tulka-Frauen angekommen Und so kurze Zeit sie erst unter den Tulkas und Hukas verweilte So groß war schon ihr Ansehen bei ihnen Sofort hatte sie es übernommen, die Wunden zu verbinden Und deren gab es viele, wenn auch keine schweren Im Übrigen arbeitete sie nicht viel mit den anderen Frauen Sondern wie eine Gebieterin wandelte sie umher Ordnete hier und ordnete da Und hatte für jeden ein freundliches Wort So war sie es gewöhnt, von Jugend auf schon in der Nallihöhle Und niemand wagte es, sie darauf zu tadeln Vielmehr liebten sie alle Und mit besonderem Wohlgefallen lauschten Männer und Weiber Der klugen Rede der schönen Nallitochter, wie sie sie nannten Wenn sie in der Feierstunde lange, merkwürdige Geschichten erzählte Die sie von ihrem Ahn, dem alten Nargu, gehört Von der Sonne und ihrem Lauf am Himmel Von dem Monde und den Sternen Und von den weißen Kalats Oder, wenn sie gar berichtete Was sie selbst von den Vögeln im Walde vernommen Denn sie verstand ihren Gesang und ihre Sprache Und wo immer sie sich im Walde zeigte Da flatterten sie zutraulich um sie herum Und sie fütterte sie und redete mit ihnen Was Wunder, dass Obu stolz war auf seine Ara Doch nicht weniger stolz war diese auf ihren tapferen Jüngling Als Ara von dem Plane der beiden hörte Riet sie zuerst Lasst es genug sein Als sie aber merkte, dass ihr Entschluß feststand Da bat sie flehentlich Lasst mich bei euch bleiben Ich kenne wohl die Rede Geht der Eimat zur Jagd Bleibt zu Hause die Magd Aber Fuhr sie stolz sich erhebend mit leuchtenden Augen fort Bin ich nicht die Enkelin des großen weißen Nargu Hat er mich nicht gewöhnt, nie Furcht zu kennen Mein Pfeil trifft so sicher wie euer Pfeil Und kein Jüngling tat es mir je zuvor im Speerewerfen Rolaman hatte längst die schöne Ara liebgewonnen wie eine Schwester Er selbst bat jetzt für sie bei Obu So blieben die drei zurück Sie versteckten sich im Gebüsch, bis die anderen alle abgezogen Natürlich waren vor Abend die Wölfe nicht zu erwarten Und nur langsam verstrichen unseren ungeduldigen Jägern die Stunden Endlich dunkelte es Die Sonne war hinunter Ein schmaler, rot-gelber Streif leuchtete noch am Horizont Und ergoss ein blasses Licht über die unabsehbare Schneefläche Jetzt auf die Bäume Rief Obu Sie bestiegen drei Föhren am Rande der Waldblöße Alle drei, auch Ara, waren bewaffnet mit Pfeilen und Wurfspeeren Um die Tiere nicht abzuschrecken, hatten sie kein Feuer angezündet Froh und guten Mutes sahen sie der Nacht entgegen Ja, für unsere erprobten Jäger Obu und Rulaman Galt eine Wolfsjagd fast nur als Vergnügen Auch Ara freute sich, dass es ihr gelungen An einer ernstlichen Jagd teilzunehmen Und sie jubelte, als endlich von fern, vom Gebirge her Das ersehnte, erste Geheul des Leitwolfs erscholl Es war sternhell und sie hatten ihre Bäume so gut gewählt Dass sie von ihnen aus über die anderen Föhren weg Weithin über die Schneefläche bis ans Gebirge sehen konnten Aber so scharf sie auslugten Noch zeigte sich nichts auf dem weiten Plan Der Wind ist nicht günstig, sagte Obu Sie werden uns wittern, aber der Hunger wird ihnen schon Mut machen Jetzt ertönte ein tiefes Gebrüll von jenseits des Norge vom Urwalde herüber Ara schrak zusammen Das hatte sie nie gehört Was war das? Flüsterte sie Ein Uson-Bulle, antwortete Rulaman Vermutlich hat er ein Raubtier gewittert, denn sonst treten sie ja immer ruhig und lautlos aus dem Walde Wieder wurde es still Nur die gefrorenen Schilfstängel nach dem Norge zu rauschten Jetzt kläfften einige Hyänen im Röhrricht aus jener Gegend, wo am Morgen die lange Karawane ihren Weg genommen Unsere Jäger beachteten sie nicht Ihr heiseres Bellen war ja allen wohl bekannt Endlich erblickte Ara weit nach dem Gebirge zu Einen dunklen Schein auf dem Schnee, der langsam sich zu bewegen schien Wie ein wandernder Wolkenschatten Sie zeigte hinüber Das sind sie, flüsterte Obu Aber wir werden wohl noch eine geraume Zeit hier oben frieren müssen, bis sie uns vor den Bogen kommen Näher und näher zog sich die dunkle Wolke heran, aber kein Laut ließ sich vernehmen Endlich sah man deutlich einzelne Formen an den Rändern Das geht ja rasch, rief Obu lustig Die Stalpe haben Hunger, sie trotten Aber es ist ein großer Haufen Jetzt machen sie den Jagdplan, scherzte Obu Und so war es in der Tat Denn bald teilte sich das Rudel in drei Haufen Während der Größte von vorn in langsamem Schritt vorsichtig an das Wäldchen sich heranpürschte Trottete ein zweites Häuflein nach rechts, ein drittes links um den Hügel herum Das hast du gut ausgedacht, alter Stalpe, rief Obu Du willst uns von vorn und von den Seiten zugleich fassen Rulaman, es wird ernst Es sind ihrer wohl dreißig, fast zu viel für uns, wenn sie hungrig und dreist sind Und was sagst du, Ara, rief er freundlich scherzend zu dieser hinüber Wie heißt doch die Rede? Geht der Eimer zur Jagd, bleibt zu Hause die Magd In der Tat war es jetzt Ara etwas bange zumute, und sie antwortete nicht Ich sehe den Farka, rief jetzt Rulaman freudig Er ist bei dem Mitteltrupp Willst du nicht den ersten Schuss auf ihn haben? Dann wirst du Farka-Mate, flüsterte er scherzweise Ara zu Sie aber ärgerte sich über die Neckereien und rief stolz hinüber Ja, ich will, so wahr mein Ahn Nargu heißt Die drei Haufen der Wölfe hatten sich indes aufgelöst Von allen Seiten gingen die klugen Tiere einzeln gegen den Hügel vor Und alle kamen fast zu gleicher Zeit unten am Waldrande an Im Dunkel der Föhren entschwanden sie den Blicken Aber deutlich sah man überall zwischen den Bäumen durch Da und dort die funkelnden Augen der gierigen Räuber Ihr Hunger ist größer als ihre Vorsicht, flüsterte Obu Kaum hatte er dies gesagt, so heulte wie auf ein Zeichen das ganze Rudel zusammen Das klang schauerlich aus den Föhren heraus Ara zitterte Auch die beiden Jünglinge schienen plötzlich an Gefahr zu denken Beide nur um Aras Willen Wüsste ich sie doch zu Hause, rief Obu zu Rulamann hinüber Jetzt mit einem Male stürzten die hungrigen Tiere von allen Seiten Auf das leckere Mahl in der Mitte des Hügels zu Und zerrissen gierig die Haufen Eingeweide, die ihnen die Jäger zurückgelassen Siehst du den schönen Farka, flüsterte Obu Er weiß es, dass Ara ihn treffen soll Ihr ist er am nächsten Im selben Augenblick schwirrte eine Bogensehne Ara hatte geschossen Der Farka stürzte und wälzte sich mit Geheul am Boden Bassa, Ara, riefen die beiden wie aus einem Munde Alle Wölfe stutzten und richteten die Köpfe in die Höhe In ihrem Heißhunger hatten sie wohl die Feinde, die sie ja jetzt schon von fern gewittert, vergessen Jetzt erblickten sie sie auf den Bäumen Und rache schnaubend heulten sie nach ihnen hinauf Aber unsere Jäger verloren den Mut nicht Auch Ara schien durch ihren glücklichen Schuss wie neu belebt Und Pfeil auf Pfeil flog von den Dreien hinunter in die Reihen der Wölfe Bald wälzten sich mehrere derselben am Boden Und schon ergriff eine Anzahl die Flucht Auch der weiße Farka erhob sich wieder und folgte den Fliehenden Da sprang Obu vom Baume herunter Und ohne auf die anderen Wölfe zu achten Mit dem Speer in der Hand dem Pfeil kann nach in den Wald hinein Aber kaum war er unten Da stürzten die noch übrigen Wölfe wutbrüllend auf ihn los Doch schon war auch Rulaman an seiner Seite Und mit einem Schrei der Verzweiflung Glitt auch die mutige Ara am Baume hinunter Und hinüber zu Obu Es war ein harter Kampf für die drei Gegen sechs wütende Raubtiere Doch als zwei derselben durch Bord am Boden lagen Flohen die anderen Hulaman war niedergeworfen worden Ein Wolf hatte ihn in die Brust gebissen Aber schnell hatte jener sich wieder aufgerafft Und weitergekämpft Bist du verwundet? Fragte Ara ängstlich Obu Etwas zerrissen an Armen und Beinen Versetzte dieser Aber wo ist der Farka? Er ist den anderen nach Sagte Rulaman Doch wir holen ihn ein Sie suchten auf der Spur der geflohenen Wölfe Und nicht weit vom Walde auf der Schneeebene Entdeckten sie das verwundete Tier Das den anderen nicht hatte folgen können Aber noch einmal stellte sich der Wolf wütend gegen seine Verfolger Da stieß ihm Rulaman seinen Speer von vorn in die Brust Jubelnd schleppten sie die herrliche Beute nach dem Wäldchen zu Dort lagen noch vier weitere getötete Wölfe Was sie wollten hatten sie vollauf erreicht Alle drei waren müde vom Kampf Und Rulaman blutete stark Ara verband ihm und Obu die Wunden Aber auch sie selbst hatte eine Bisswunde am Arm Und sie war stolz darauf Rulaman machte Feuer an Obu briet einen Wolfsschenken Das war ein großes Labsaal für unsere hungrigen Jäger Dann häutete er den schönen weißen Wolf ab Ein prächtiges Pelzlager für unsere Ara Farka Mate Meinte Rulaman Erschöpft schliefen sie ein Anderen Tages bauten sie einen kleinen Schlitten Und fuhren ihre kostbare Beute Nach Hause Ende von Abschnitt 21 Abschnitt 22 von Rulaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Kalats sind da Es war Frühjahr geworden Der Buchfink schmetterte zum ersten Male wieder seinen kräftigen, mutigen Schlag Von der alten Eiche vor der Tulka herab Während gegenüber hoch auf der Eibe eine Amsel ihr weiches, schwermütiges Lied flötete So kündigte damals, so kündigt noch heute der Deutsche Wald, sein Wiedererwachen an Frische Lebenslust jubelt aus der Brust jenes kleinen Sängers, die ihm jetzt endlich sein Weibchen von Afrika zurückgekehrt Er selbst hat den rauen deutschen Winter mit den Eimats durchgemacht Er hat viel gehungert, viel gefroren Aber nun will er bald Hochzeit machen Und hat sich ein neues Kleid angetan Prangend in frischen, munteren Farben Schön pfirsich rot ist seine Brust Schwarzblau sein Köpfchen Gelb glänzend die Flügel Er fliegt herunter von der Eiche Auf den freien Platz vor der Höhle Und hüpft kühn und kampfesmutig einher Das ist sein Revier Und das seine allein Wehe dem Nebenbuhler, der sich nur in die Nähe wagt Es ist ein alter Vogel, hat seit einem Jahrzehnt hier seinen Standort Er gehört zur Tulka und alle kennen ihn Die alte Parre hörte seinen Schlag und richtet sich auf »Sabliga«, ruft sie, will ihn locken, wie sie so oft getan Aber ihre trockenen Lippen bringen keinen Ton mehr hervor »Pfeife ihm, Ara«, sagt sie zu dieser, die neben ihr unter der Eibe saß Da ertönt ein sausendes Flügelschwirren Ein zarter, jammervoller Angstschrei Dann der grelle, wütende Kampfruf des Raben »Was war das?« fragte die Alte hastig »Ein Sokol hat den armen Sabliga geholt«, rief Ara »Und ist fort mit ihm, hinunter ins Tal, unser braver Karga ihm nach« Die Alte fuhr auf »Wie sah er aus, der Sokol?« »Ich kenne ihn nicht«, sagt Ara »Ich sah noch nie einen solchen« Er leuchtete rot in der Sonne Er schoß daher wie ein Blitzstrahl, streifte den armen Sabliga vom Boden weg Und fort ist er mit ihm Die Züge der Alten verzogen sich krampfhaft »O Kind, das ist ein Kalat-Vogel«, murmelte sie »Der gute Karga wird den Schlauen nicht mehr einholen, er wird« Die zahnlosen Kiefer der Alten zitterten Sie konnte nicht weiterreden Ein Mädchen springt herüber zu den beiden und bringt ein goldgelbes Federchen des Sabliga, das ihm der wilde Räuber ausgerissen Ara weint Die kleinen Mädchen schluchzen Aber mutig toll rennen die Knaben an den Rand des Abgrunds, wo der Sokol verschwunden Sie haben die Pfeile auf den kleinen Bogen und schreien wütend hinab in das Waldtal »Wann kommen die Männer heim?« fragte sorglich die Alte »Am Abend«, antwortete Ara »Sie fischen drüben im Rufatal« Am Abend kamen die Männer heim Ihre Ausbeute war klein Eine Überschwemmung, wie sie die Schneeschmelze im Gebirge oft bringt, hatte viele alte Forellenlöcher zerstört Aber weit schwerer traf die Alte Parre eine andere Nachricht »Die Karla sind drüben im Rufatal«, berichtete Repo »Sie haben ein großes Lager, lange Zelte auf großen Schlitten, und die Schlitten stehen auf runden Baumscheiben Viele Pferde und andere Tiere, die wir nie gesehen, weiden bei dem Lager Sie hauen die größten Bäume und bauen sich Wohnungen daraus Sie kamen zu uns herunter an den Bach und gaben uns diese glänzenden Stückchen aus Sonnenstein im Tausch gegen unsere Fische Sie werden unsere Weiber erfreuen »Werft sie fort«, schrie die Alte wütend »Tas sind Zauberringe! Aber wie viele Kalats waren es denn?« »Fünfzig und fünfzig«, erwiderte Rulaman »Mehr als alle Eimats zusammen, und jeder hat einen großen, zahmen Wolf wie der Nargu Die Wölfe heulten wütend, als sie uns sahen, und stürzten auf uns los Aber die Kalats riefen sie zurück, und jene folgten ihren Worten wie Kinder »Habt ihr Frauen und Kinder gesehen?« fragte die Alte wieder »Einige Knaben ritten auf den weidenden Pferden«, sagte Rulaman »Und drei Weiber kamen an den Bach herunter, um Wasser zu schöpfen Sie deuteten auf uns und lachten, als sie uns sahen« »Wie habt ihr denn die Worte der Kalats verstanden?« Fragte Ara, die dabei stand »Nur der Nargu kennt ihre Worte, und er hat sie mich gelehrt« »Sie machten Zeichen mit den Händen und deuteten, was sie wollten«, antwortete Rulaman »Ihr Häuptling, ein großer, schöner Mann in prächtigen Kleidern, zeigte nach den Bergen Er wollte wohl wissen, wo wir wohnen« »Wehe, wehe über uns«, rief die Alte, »das Rufatal ist zu nahe, sendet Boten an die Hukas und an die Nallis, erinnert sie an den Schwur in die Hand des Toten Rul im Matetal« »Wenn man von dem Türka-Berge aus nach Mitternacht zu dem Armi-Bache folgte, dann, noch ehe er sich in den Norge ergießt, nach Osten sich wandte, konnte man über einen schmalen Gebirgssattel hinübersteigen in das Rufatal, durch dessen schöne Wiesenauen der klare Starnabach sich dahin schlängelte, reich an Forellen und Krebsen.« Nach Mitternacht zu lag das Tal weit offen, aber nach Mittag, Morgen und Abend war es in weitem Halbkreise von den schroffen Ausläufern des Alpgebirges umspannt. Vor allen thronte als Heerer Wachtposten nach Morgen hin ein prächtiger Bergkegel, von dem man weit hinausblickte in das flachhügelige Norge-Tal. Das war der große Rufa-Berg. Fast kahl ragt er heute in die blauen Lüfte hinein, weit hinauf an seinen warmen Geländen baute ein emsiges Völklein seine Weinreben, nur die obere Hälfte deckt schöner, mannigfaltiger Laubwald. Damals aber war er vom Fuße bis zum Scheitel mit dunklem Eibenwalde bedeckt. Dieses schöne, warme Rufa-Tal hatte sich das von Morgen her vordringende Volk der Kalats zu einer Kolonie aus ersehen. Woher kam dieses Volk? War es plötzlich da, wie vom Sturm her geweht? So erschien es wohl unseren Eimats. Aber es war nicht also. Wie am Meere, wenn die Flut zu ihrer festgesetzten Zeit hereinkommt, erst eine breite, niedere Welle sanft über das flachige Stade hereinschwimmt, als wollte sie es nur versuchen und zaghaft die Mutter Erde umarmen, dann höhere und höhere Wogen folgen, bis zuletzt brausend der Ozean anstürmt, alles niederwirft und das ganze ihm gehörige Gebiet erobert. So ergoss sich erst langsam, dann immer stärker anschwellend, damals die Völkerflut von Osten, von Asien her, über unser Europa. Wie die Einwanderung der Europäer nach Amerika nun schon vier Jahrhunderte lang anhält und noch lange, lange so fortdauern wird, bis kein Rothäutiger Indianer mehr auf angestammten Boden den Büffel jagt, so dauerte wohl jahrhundertelang die Einwanderung der Kalats von Osten her, bis endlich alle Ureuropäer, die Eimats der Eiszeit, vertilgt oder nach den Hochgebirgen oder nach dem hohen Norden zurückgedrängt waren. Lange, lange schon, ehe unsere Geschichte auf der Alb spielte, hatten die Weißen Kalats das östliche Europa, besonders die Talebene des langen Flusses inne, jenes Flusses, den stets unsere Eimats, als sie an die Seen zogen, überschreiten mussten. Auch waren ja schon Nachrichten über sie zu unseren Höhlenbewohnern gedrungen, und wir wissen, dass der alte Nalgu Karawanen zu ihnen sandte und mit ihnen im Tauschhandel stand. Die Kalats trieben Viehzucht und Ackerbau. Sie hatten Haustiere, Hunde, Rinder, Schafe und Pferde, die ihre Ahnen dereinst von den Steppen Asiens mitgebracht. Sie bauten Getreide, sie hatten also Brot, und das Brot vermehrt schnell die Anzahl der Menschen. So wuchs das Volk, und immer neues Land war nötig. Sie drängten herauf durch die Flusstäler, die natürlichen Wanderstraßen der Menschen, immer weiter von Ost nach West und jetzt endlich auch nach Süddeutschland herein. Eine Woche etwa war verflossen, seit die Tulka-Männer die Nachricht von der Ankunft der Kalats im Rufatale nach Hause gebracht. Wie einst, als die Fäde mit den Nallis ausgebrochen, hielten seitdem jede Nacht zwei Männer vor der Höhle Wache. So hatte es die alte Parre gewollt. Auch diese selbst blieb, seit es Frühjahr geworden, immer die ganze Nacht außen unter der Eibe, träumend und ersinnend im Halbschlafe. Oft fuhr sie mitten in der Nacht unruhig mit lautem Rufen auf, als wolle sie Männer zum Kampfe ermutigen. Einmal aber, es war eine finstere, stürmische Nacht, schrie sie plötzlich, »Waldbrand! Ich rieche Waldbrand!« Die Wachen, die am Feuer gelegen, sprangen auf. Waldbrand, das war ein Schreckensruf für die Eimats. Der harzreiche Nadelholzwald, der damals das Alpgebirge zum größten Teil bedeckte, brannte zu jeder Jahreszeit leicht, und fast immer wütete das Feuer fort, oft meilenweit, tagelang, wochenlang, bis ein mächtiger Regen oder die Grenze des Waldes auch ihm eine Grenze setzte. Dem Eimat galt es daher als schweres Verbrechen, den Wald anzubrennen. Wo sollte er jagen, wenn in der Umgebung seiner Höhle der Wald vernichtet war? Ja, nicht selten wurden Höhlen von ihren Bewohnern verlassen, wenn durch Zufall oder durch Feinde dies Unglück sie betroffen. »Waldbrand!« schrien jetzt die Wachen laut in die Höhle hinein, und bald war alles draußen auf dem Platze. Die Alte hatte zuerst den Rauch nur riechen können. Jetzt sah man schon deutlich nach Mitternacht und Morgen hin eine helle Röte weithin am Himmel. Eine dunkelgelbe Flamme schoss in der Mitte der Röte empor wie eine Riesenfackel. »Es ist der Rufa-Berg!« rief Repo. »Er brennt!« »Die Karlarts haben die alten Eiben angezündet.« »Was wollen sie?« »Wollen sie den Iren in der Ferne ein Zeichen geben, damit noch mehr kommen?« »Die Alte schüttelte den Kopf.« »Ich kenne das.« »Die Karlarts bauen ihren Häuptlingen Steinhöhlen auf den Bergen. Von dort sehen diese hinunter in das Tal, wo ihr Volk arbeitet, und herrschen über dasselbe.« »Die Schlauen haben gut gewählt.« »Vom Rufa-Berge aus werden sie uns alle unterjochen.« »Wie geht der Sturm?« »Fragte sie dann.« »Gerade aus Mitternacht«, antwortete Repo. »So kann das Feuer bis morgen bei uns sein«, sagte die Alte. »Laßt mich noch einmal die alten Zaubersprüche versuchen, ob ich den furchtbaren Brand beschwöre.« Sie ließ sich von zwei Männern an den Rand des Abgrundes tragen. Dort erhob sie ihre Krücken gegen das Feuer und schrie laute, befehlende, drohende Worte in Nacht und Sturm hinein. Sie wurde nicht müde, wohl eine halbe Stunde lang, und in der Tat allmählich legte sich der Sturm. Dichter Regen rauscht herab. Die Flamme des Rufa-Berges sinkt niedriger und niedriger. Sie verschwindet. Mit ihr die breite Röte am Himmel. Ein dicker, qualmiger Rauch legt sich über die Erde hin. Laut auflachte die Alte und jubelte höhnisch. »Also noch meistert der Eimatzauber das Kalatfeuer!« Sofort sandte man Obu mit einem anderen Manne nach dem Rufa hin auf Kundschaft aus. Es wurde Morgen und Mittag. Noch kamen die Boten nicht zurück. Endlich ertönte das bekannte Zeichen von unten am Berge. Rulaman und Aran gingen ihnen entgegen, hinüber nach der Quelle. Aber sonderbare Tritte, wie von schweren Tieren, ertönten den Zickzackweg herauf. Bald sahen sie einige Männer in bunten Gewändern auf Pferden sitzend, hinter ihnen einen großen Tross von Kriegern mit funkelnden Waffen und vor dem Zuge her die Tulka-Boten. Offenbar waren die fremden Kalat-Krieger. Rulaman und Ara gehen eilend zurück zur Tulka, Nachricht zu bringen. Bald folgte ihnen der fremde Zug. Ruhig und stolz den weißen Wolfspelz um die Schultern, empfängt Repo mitten auf dem Platze vor der Höhle stehend die Ankömmlinge, ihm zur Seite Rulaman, hinter ihm seine Männer, alle mit Steinbeilen bewaffnet. Hoch zu Ross saß der Kalat-Häuptling. Er war angetan mit einem schönen blauen und roten Rock. Eine bunte Mütze mit Federbusch bedeckte den Kopf. Lange, lockige Haare wallten ihm über die Schultern herab. Er trug glänzende Ringe an Armen und Beinen, eine schwere, strahlende Kette um den Hals und ein blinkendes Schwert in der rechten. Neben ihm ein zweiter Reiter, barhäuptig, mit langem Silberhaar, in weitem schneeweißem Gewand bis auf die Füße herunter, einen breiten goldbestickten Ledergurt um die Lenden und einen goldenen Stab in der Hand. Hinter ihnen wohl dreißig Männer zu Fuß, in dünnen blauen Röcken mit Ledergürteln, alle gleich, fast ärmlich gekleidet, jedoch wohl bewaffnet mit funkelnden Schwertern und Lanzen. Die Karlats blickten freundlich, heiter und neugierig rein und schienen nichts Schlimmes im Schilde zu führen. Seltsamerweise aber waren Obo und dem anderen Tulka-Manne, die als Führer dem Zuge vorangingen, die Hände auf den Rücken gebunden. »Was wollt ihr?« redete Repo trotzig den Reiter an. »Warum habt ihr unseren Leuten die Hände gebunden?« Der Karlat schüttelte lächelnd den Kopf. Er verstand die Frage nicht. Da tritt Ara entschlossen vor und wiederholt, so gut sie es vermochte, Repos Worte in der Karlatsprache. Freundlich und mit wohlwollendem Lächeln bietet ihr der Ritter die Hand, die sie aber nicht annimmt, denn sie war ergrämmt über die Schmach, die ihrem Obo angetan worden. »Sei ruhig, schönes Mädchen, wir kommen in Frieden. Fern sei es, dass wir euch Schaden brächten. Ich möchte mit eurem Häuptling reden, ihn bitten, dass er mit mir jagt, dass seine Leute uns helfen und meine Leute ihm. Auch diese beiden«, dabei deutete er auf Obo und seinen Begleiter, »wollten wir kein Leid antun. Sie sollten uns nur zu euch führen, aber sie wollten nicht oder verstanden uns nicht. Aber wie kommst du, herrliches Mädchen, in die Höhle dieser Wilden? Bist du nicht eine Karlat-Tochter? Woher kennst du unsere Sprache?« Ohne zu antworten wandte sich Ara um und wiederholte Repo die Worte des Karlats in der Heimatsprache. Indes hatte Repo ohne weiteres die Handfesseln Obus und seines Bruders durchschnitten. Als Ara geendet, fragte er Obu selbst über den Hergang. »Sie seien im Rufatale plötzlich von den zahmen Karlat-Wölfen umringt worden«, berichtete dieser, die sie wütend angebellt hätten. Die Karlats seien herbeigekommen und hätten sie vor den Häuptling geführt. Dieser habe ihnen zu essen gegeben und ein braunes Wasser zum Trinken, das vom Kopf bis zum Fuß Wärme. Dann habe er durch Zeichen verlangt, sie sollten ihn nach ihrer Höhle führen. Dies hätten sie verweigert und seien fortgerannt. Wieder hätten sie die Wölfe eingeholt, und nun habe man ihnen die Hände auf den Rücken gebunden. Bald seien der Häuptling und der alte, weiße Mann auf Pferde gestiegen, Krieger seien erschienen, und nun habe man ihnen unter Drohungen mit einem Dolche bedeutet, den Weg nach ihrer Höhle zu zeigen. »Was sollten wir tun?« fuhr Obu fort. »Ließen wir uns töten, so fanden sie doch die Tulka bald genug. Oder sollten wir sie irreführen im Walde, dann zürnten sie uns und euch um so mehr.« »Wir tun euch und den Eurigen nichts Böses«, so versicherten sie uns wiederholt mit ihrem Zeichen. »Wir glaubten es bald und führten sie hierher.« »Ihr habt recht getan«, sagte Repo und wandte sich an den fremden Häuptling. »Wenn ihr unsere Freunde sein wollt, warum bandet ihr unsere Brüder?« »Der Eimat ist arm und hat nichts als die Kraft seiner Arme und seiner Beine. Aber diese müssen frei sein. Nie hat ein Eimat Fesseln getragen. Frei geht er durch seine Wälder. Keiner ist der Herr des anderen, nur im Kriege und auf der Jagd, befiehlt der Häuptling. Nur, wann er will, gehorcht der Eimat.« Wieder verdolmetschte Ara die Worte Repos. Dieser erwartete einen Zornesausbruch des Kalat. Aber ohne zu antworten stieg dieser vom Pferde, rief einem der Krieger, der einen Korb trug, nahm daraus zwei glänzende Kupferspangen, trat hin zu Obo und steckte ihm eine an den Arm, die andere gab er seinem Gefährten. Dann trat er vor Repo hin, zog einen prächtigen Dolch aus seinem Gürtel und reichte ihm diesen hin mit den Worten »Du sprichst wie ein Held und wie ein Kalat, Häuptling. Du bist es wert, zu herrschen. Wir müssen Freunde werden.« Repo zögerte. Plötzlich entschlossen nimmt er den Dolch und reicht dagegen dem Fremden seinen eigenen, einfachen, aus Bein geformten. Freundlich dankt der Kalat, während Repo sprach, »Die du hier siehst, sind meine Brüder und Vättern. Alle sind wie ich, und wenn du mich einen Helden nennst, so sind sie es auch. Lass uns frei in unseren Wäldern. Wir tun euch kein Leid, wofern ihr uns nicht angreift. Aber lasst uns eine Grenze machen zwischen hier und dem Rufatal. Kein Eimat und kein Kalat soll sie überschreiten.« Bei diesen Worten erscholl von der Alten, von der Eibe herüber, ein höhnisches Gelächter. Der Kalat sah hinüber und erschrak über diesen Anblick. Dann sich wieder an Repo wendend, sagte er, »Nicht also, mein Freund? Wir brauchen Leute, die der Gegend kundig sind beim Jagen. Ich habe viele Jünglinge, und ihr habt viele Mädchen. Wir wollen ein Volk machen. Eure Töchter werden glücklich sein und nie mehr Hunger leiden.« »Unsere Zahl ist gering,« sagte Repo, »und der wilde Wolf und der Zahme können nicht zusammenleben.« »Wo sind die anderen Höhlen?« fragte der Kalat. »Haben sie mehr Volk als ihr?« »Ich werde ihnen von euch berichten,« antwortete Repo ausweichend, »und mit ihren Häuptlingen von deinem Wunsche reden.« Jetzt fiel der Blick des Kalat auf den prächtigen Thurkopf, der hoch über dem Eingang der Höhle befestigt war. »Wo gibt es diese Tiere?« fragte er. »Weit von hier, in einem großen, großen Walde, aber es sind wilde, gefährliche Tiere,« sagte Repo. »Willst du mich nicht dahin führen, dass wir zusammen jagen?« »Niemand wagt sich im Sommer in jenen Wald,« antwortete Repo. »Der Kalat jagt das ganze Jahr hindurch,« lachte der Fremde. »Er hat Hunde und Pferde.« Und dann freundlich bittend fuhr er fort. »Gib mir den Thurkopf als Pfand der Freundschaft. Die beiden Hörner sollen zwei prächtige Trinkhörner werden, das eine für dich, für mich das andere. Wie ist dein Name?« »Repo«, erwiderte dieser. »Ich heiße Gulloch,« sagte der Kalat. Wieder winkte er dem Manne mit dem Korbe, nahm eine prächtige, glänzende Halskette heraus und hing sie Repo um. Dieser ließ es geschehen, aber offenbar freute ihn das wertvolle Geschenk nicht. Je freundlicher der Kalat und je freigebiger, um so verschlossener wurde der Eimat. Doch war es Gutmütigkeit oder war es Klugheit? Er nahm die Kette an, ließ den Thurkopf herunterholen und gab ihn dem Kalat. Jetzt fiel der junge Rullermann im weißen Wolfspelz dem Häuptling in die Augen. »Ist dies ein Knabe oder ein Mann?« fragte er Repo. »Warum trägt er schon Männerwaffen?« »Ein Mann«, antwortete Repo. »Er ist Häuptlingssohn und wird Häuptling werden und hat schon als Knabe mit Löwen gekämpft.« Freundlich geht der Kalat auf ihn zu, schüttelt ihm die Hand und hängt auch ihm eine Ehrenkette um den Hals. »Auch ich«, sagte er warm, »habe einen Sohn zu Hause in deinem Alter. Komm zu uns und sieh ihn, ihr sollt Freunde werden.« Aber Rulermann blickte ihn finster an und antwortete nichts. Nun streifte der Kalat einen goldfunkelnden Ring von seinem Finger, trat auf Ara zu, ergriff sie bei der Hand und wollte ihr den Ring an den Finger stecken. »Wie ist dein Name?« fragte er, zärtlich ihr ins Auge blickend. »Ara«, antwortete sie stolz, »dort steht der Mann, dem ich angehören werde«, und damit trat sie zu Obu hinüber. Der Ring fiel zu Boden. Der Kalat warf Obu einen feindlichen Blick zu, aber schnell faßte er sich wieder. »Es wird Abend«, sagte er, »wir reiten heim. Kommt bald zu uns herüber ins Rufatal.« Schweigend hatte bis dahin der zweite Reiter, der Greis im langen weißen Gewande, der Unterredung zugehört. Es war ein Druide. Kein Wort war seinem lauschenden Ohr, kein Blick, keine Miene der Eimats seinem forschenden Auge entgangen. Jetzt richtete er sich hoch auf im Sattel, erhebt die Rechte mit dem Goldstabe, und langsam und feierlich mit hohltönender Stimme ruft er den Eimats zu. »Seid keine Toren, unsere Götter haben uns den Weg gezeigt in euer Land und uns befohlen, wohnet hier, und wir werden hierbleiben. Seid ihr uns Freunde, so werdet ihr mit uns arbeiten, mit uns essen, mit uns den Göttern opfern. Seid ihr uns aber Feinde, so werden unsere Götter euch zürnen und eure Männer im Donner treffen, und eure Weiber und Kinder werden unsere Sklaven sein.« Als Ara auch diese Worte des Druiden verdolmetschte, da richtete sich die alte Parre auf und schrie, »Nun, ihr Eimats, habt ihr jetzt die Wahrheit gehört? Aber fürchtet euch nicht vor ihren Göttern! Hat nicht das alte Eimatweib das Kalatfeuer niedergeschlagen?« Und damit brach sie in ihr höhnisches Gelächter aus. Der Druide verstand zwar ihre Worte nicht, aber er merkte wohl ihren Sinn. Doch ohne weiter darauf zu achten, wandte er sein Tier um. Währenddessen hatte auch der Häuptling sein Pferd wieder bestiegen. Sie ritten weg. Repo und Rulamann begleiteten sie bis hinüber zur Quelle. Dort nahm Gulloch freundlichen Abschied, der Druide aber blieb kalt und teilnahmslos. Ende von Abschnitt 22 Abschnitt 23 von Rulamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Verkehr mit den Kalats Als Repo und Rulamann von der Quelle zur Tulka zurückkamen, war ein Geschrei und eine Aufregung unter den Männern und Weibern der Höhle wie in einem Krähenwalde, den soeben ein Raubvogel heimgesucht. Weiber und Kinder, die während der Anwesenheit der Fremden scheu und erstaunend beiseite gestanden, lärmten jetzt laut durcheinander. Jedes wollte erzählen, was es gesehen und gehört, Vor allem aber drängten sie sich um jene, die so glücklich gewesen, die prächtigen Geschenke von dem Kalat zu erhalten. Ach, wie wunderbar strahlten diese Spangen, diese Ketten und gar der feine Goldreif für den Finger mit dem funkelnden roten Stein. Was waren dagegen ihre eigenen armseligen Halsketten aus Tierzähnen? Alles, was der Druide drohendes gesprochen, schien vergessen. Der Glanz des Metalls blendete ihre Augen, und wahrlich, wir haben kein Recht, sie darauf zu tadeln. Noch heute heißt es ja bei so vielen, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Nur die alte Parre und die Männer waren nicht bestochen durch den leuchtenden Schmuck. »Gebt mir eure Kalatketten!« rief sie Repo und Ruhlamann zu. Sie nahmen sie ab und warfen sie der Alten in den Schoß. »Nun auch die Armspangen!« Obu reichte sie ihr und auch den für Ara bestimmten goldenen Ring. »Nun bringt mir einen Herdstein und ein gutes Steinbeil!« Mit grinsendem Lachen häufte sie die glänzenden Geschmeide auf dem Steine zusammen, nahm das Beil und zerhieb und zerschmetterte sie unter Verwünschungen in tausend Stücke, raffte dann diese gierig mit den mageren Händen zusammen und warf sie über ihre linke Schulter hinter sich hinunter in den Wald. »Diese Zaubermittel werden uns keinen Schaden mehr tun«, höhnte sie. »Was habt ihr noch weiter von den Kalats?« »Den Dolch«, antwortete Repo, »und ich werde ihn behalten.« Die Alte richtete sich auf und blickte ihn forschend an. »Behalte ihn! Du wirst ihn brauchen können! Aber es eilt nicht! Warte deiner Zeit!« Und leise zischend setzte sie hinzu. »Zuerst triff den Alten, den Weißen! Ich hasse ihn!« Dann wendet sie sich zu Obu. »Hüte deine Taube, Obu, dass nicht der Fremde Sokol sie raubt! O, seid doch klug, ihr Eimats! Wie freundlich nahm er Abschied! Aber ihr müsst wissen, das Gesicht des Kalat lacht, wenn sein Herz weint, und es weint, wenn sein Herz lacht. Und wenn seine Augen Liebe blicken, so hasst er, und wenn sie stolz ausschauen, so fürchtet er sich. »Also müsstet ihr auch tun, ihr Kinder, bis der Tag kommt, wo ihr die Fremden schlachten werdet, wie die Turherde im Turhain, oder sie euch!« So schloss sie von furchtbarer Aufregung erschöpft. Dann hieß sie alle zurückgehen, bis auf Repo und Rulamann, griff mit der rechten nach der Hand Rulamanns und mit der linken nach der Repos, und flüsterte leise, »Hört, was ich euch sage! Die Nallis und die Hukas haben keine Männer. Sieben können nicht kämpfen gegen fünfzig und fünfzig. Aber List ist die Waffe des Schwachen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die geschehen wird in der Zeit der kurzen Tage. Sieben Eimats jagen mit dem ganzen Heere der Karlatz-Droben auf dem weiten Hoferfelde. Auf Schneeschuhen gleiten alle dahin über die ausgedehnte Schneefläche. Es wird Nacht, eine dunkle, stürmische Nacht. Man eilt nach Hause. Die Eimats sollen den nächsten Weg zeigen. Sie zünden Fackeln an und fahren voraus. Ihr kennt den Hoferfels, der hundert Manneslängen hinabstürzt in das Saarlatal. Dorthin fliegen mit Blitze schnelle die Sieben, halten plötzlich an am Abgrund, werfen die Fackeln hinunter und springen beiseite. Das ganze Heer der Karlatz aber stürzt den Fackeln nach, hinunter in den gähnenden Schlund. Repo antwortete nichts. Still brütete er über den kühnen Plan der Alten. Ruhlamann aber rief ernst. »Nicht also, Groß Ahne, das ist nicht meines Vaters Ruhlstimme, die aus dir redet? Soll der Eimat beginnen mit Verrat und schlimmer sein als der Karlat?« »O Kind«, lachte die Alte, »törichtes, gutes Kind!« Und dabei streichelte sie liebkosend seine Stirne. »Meines Lebens Länge ist mehr denn zwanzigmal fünf Sonnenkreise, und eines noch nicht dreimal fünf.« »Doch was reden wir?« »Was geschehen soll, wird geschehen.« »Oder wer kann sagen, so tue ich, und so wird es werden?« »Ist nicht alles schon zum Voraus geordnet?« »O, daß ich ihn sehen und fragen könnte, den großen Häuptling in der Walbahöhle, den Lenker aller Eimats, den Beherrscher der Sonne, des Mondes und der Sterne und der Wälder und der Auen und der Flüsse und der Tiere des Waldes und der Vögel und der Fische.« Spricht er zum Eimat »Weine«, so weint er, oder »Lache«, so lacht er, und wenn er zum Kalat sagt »Töte«, so tötet er. Aber der Eimat und der Kalat meinen, es sei ihr Wille, der alles ausrichtet. Rulaman war vor ihr niedergekniet und sah zu ihr auf wie zu einer Seherin. »Erhebe dich, mein Sohn«, schloß die Alte. »Tue, wie dein Vater Rul aus der Walba dir ins Ohr flüstert. Sah ich nicht einen strahlenden Reif von Sonnenstein um deine Stirne am Tage, da dich die Sonne zum ersten Mal küsste? Und ein Gewand um deine Schulter, wie die Farben des Sonnenbogens am Himmel, wenn es regnet? So wird es sein. Zwar meine Augen werden es nicht mehr sehen, aber ich werde mich darauf freuen in der Walbahöhle.« Anderen Tages wanderte Repo hinüber in die Huka zum Angeko. Als dieser von dem großen Zauberer im weißen Gewande hörte, wurde er sehr bedenklich. Was war er, der Angeko, neben diesem? »Unsre Zeit ist aus«, rief er bestürzt. Doch ließ er sich dazu bereden, mit Repo zum Nargu zu gehen und mit ihm Rat zu pflegen. Es war spät am Abend, als sie in der Nallihöhle ankamen. Den alten Nargu überraschte die Nachricht nicht. Er wusste schon alles. Großartig bewirtete er die beiden Häuptlinge in seinem Prachtgemach, und sie saßen dort die Nacht hindurch. Aber der Nargu wollte nichts von Feindschaft gegen die Kalats hören, in denen er halbe Verwandte sah. »Unsere Macht ist nichts gegen die Irige«, sagte er, »und unser Volk wird viel lernen von ihnen und glücklicher und zufriedener sein. Und es wird uns Häuptlingen leichter werden, über unsere Eimat zu herrschen, wenn sie sehen, wie der Kalath-Häuptling über sein Volk herrscht und dieses ihm gehorcht.« Auch der Angecko wollte nichts von Kampf und Gewalt gegen die Kanats wissen. »Die alte Parre hat Recht gehabt«, dachte Repo. »Es gibt keine Männer in der Huka und in der Nallihöhle.« Und er wagte nicht, den blutdürstigen Vertilgungsplan der alten Parre den beiden Häuptlingen mitzuteilen. Fürchtete er etwa Verrat? Kaum ein Monat war vergangen, so arbeiteten dreißig Nalli und zehn Huka-Männer drüben im Rufa-Tale. Schon hatte dort die ganze Gegend ein verändertes Aussehen. Eine lange Reihe von runden Hütten stand am Starnabache hin. Ein großes Stück des schönen Wiesentals war aufgerissen, zu schwarzem Ackerfeld. Dort hatten die Kanats Weizen gesät, um ernten zu können im Herbst. Jetzt aber arbeiteten alle zusammen, droben auf dem Rufa-Berge. Dieser bot einen trostlosen Anblick. Das Feuer hatte ihn kahl gebrannt vom Fuße bis zum Scheitel. Nur Asche und Kohle trieben im Winde umher. Und traurig ragten da und dort halbverkohlte Stämme der alten Eiben in die Luft. Oben auf der schmalen Kuppe des Berges aber sehen wir hunderte von Menschen in geschäftiger Bewegung. Mit scharfen, kupfernen Hacken arbeiten sie tiefe Höhlen in den Boden hinein. Andere behauen Steine und überwölben damit die Höhlen zu den Kellern. Über denselben soll das hohe Steinhaus des Häuptlings und des Druiden sich erheben. Schwere Felsblöcke werden von den Pferden auf Holzschleifen herbeigezogen. Ein Wunder für unsere Nallis und Hukas. Und schon sieht man rings am Rande des geebneten Berggipfels eine Ringmauer entstehen, die die ganze Feste umfassen soll. Ahnungslos und unverdrossen arbeiteten die Nallis und Hukas auf Befehl ihrer Häuptlinge mit an der Aufrichtung der neuen Zwingburg. Zwar die Arbeit war für sie eine schwere, ungewohnte, aber man gab ihnen Brot zum Essen, so viel sie wollten, und zweimal am Tage tranken sie aus hölzernen Bechern den braunen Kum, jenes Getränk, das die Karawanen dem Nargu gebracht hatten. Bald liebten sie es über die Maßen, denn es wärmte und stärkte sie und machte ihre Augen munter und glänzend. Auch neue, bunte Kleider erhielten sie von den Kalats, leichter und bequemer als ihre Fellkleider, und sie freuten sich an den schönen Farben. Vor allem aber zogen sie die häufigen, regelmäßig wiederkehrenden Feste zu den Kalats hin, denn schon diesen war immer der siebente Tag ein Ruhe- und Festtag. Da legten sie ihre besten Gewänder an, ein Rind wurde geschlachtet und ein Teil davon von dem Druiden auf einem steinernen Altar als Opfer verbrannt, das übrige unter die Leute verteilt und bis in die Nacht hinein geschmaust, getanzt und gejubelt. Zu diesen Festtagen kamen immer auch die Weiber und Mädchen aus der Nalli und aus der Ruka-Höhle nach dem Rufa-Berge hinüber, und wie glücklich waren sie, wenn ihnen die Kalats einige Stücke farbigen Tuchs oder gar Ringe von Sonnenstein oder hohle, schön verzierte Täfelchen, das heißt Münzen, schenkten. Nur von den Tulkas arbeitete keiner auf dem Rufa-Berge, obgleich häufig Kalat-Boten hinüber kamen, um Wild, Pelze und Geweihe, an denen die Tulka Überfluss hatte, gegen Messer, Pfeil und Lanzenspitzen und Schwerter aus Sonnenstein auszutauschen. Diese waren den Eimatjägern sehr willkommen, aber weder Repo noch einer seiner Männer hatte bis jetzt den Rufa-Berg besucht. Wohl aber hatten sie seit dem Besuch des Kalat-Häuptlings vor der Tulka auf den Rat der klugen alten Parre ernstlich sich bemüht, die notwendigsten Worte der Kalatsprache von Ara zu erlernen, und es war ein ergötzliches Schauspiel, die wilden Männer öfters im Kreise um das schöne Nallimädchen herum sitzen zu sehen, um, unter Lachen und Scherzen, die fremden Laute zu üben und ganze Sätze nachzusprechen, was diesen begabten Natursöhnen überraschend schnell gelang. Dasselbe, eine wunderbare Leichtigkeit, eine fremde Sprache nur nach dem Gehör fast spielend zu erlernen, gilt ja auch heute noch von den meisten Naturvölkern wie auch von unseren Kindern. Ende von Abschnitt 23 Abschnitt 24 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Eimatz und Kalatz zusammen auf der Jagd Schon nahte der Seemonat heran, und unsere Tulkast dachten an ihre alljährliche Wanderung. Aber es lag eine dumpfe, schwüle Stimmung über ihnen, und besonders die alte Parre, welche sonst immer den Tag des Aufbruchs lange vorher bestimmte, schien dieses Mal unschlüssig und wenig geneigt zu der weiten Reise. Da erschienen eines Tages zwei Kalat-Boten vor der Höhle, deren jeder ein schönes Pferd führte, prächtig mit Sattel und Zaum geschmückt. An einem der Sättel hing an funkelnder Kette ein Trinkhorn, über und über mit glänzenden Reifchen verziert, der Rand mit einem breiten, strahlenden Erzring eingefaßt. Einer der Boten meldete, Dies ist das Tourhorn von meinem Herrn, dem edlen Gulloch, für den großen Häuptling der Tulka-Höhle. Er wird Jagd halten droben auf der Kadde-Ebene, wann zum zwölften Male die Sonne aufgegangen. Er sendet hier Pferde für den Häuptling und den Häuptlingssohn, und hofft, dass sie und alle Tulka-Männer an der Jagd teilnehmen. Repo ließ die Boten freundlich bewirten und nach kurzem besinnen, versprach er, mit den Seinigen zu kommen. Wie groß war die kindliche Freude unserer Tulka-Leute, als sie die schönen Pferde vor ihrer Höhle hatten und sie mit aller Muße streicheln und liebkosen konnten. Man holte ihnen Gras, Blätter und, was sie nur glaubten, das den gutmütigen Tieren munden würde. Plötzlich aber sträubten diese die Mähnen und schnaubten furchtsam. Der zahme Tulka-Bär war neugierig haarangetrollt und wollte die fremden Tiere beschnuppern. Doch schon versetzt ihm auch eines der Pferde einen derben Hufschlag auf seine zottigen Flanken, und heulend und brummend flüchtet er in die Höhle hinein. Laut jubelt darauf die ganze Gesellschaft. Noch am selben Tage versuchte es Repo und Rulaman auf der breiten Wiese oben über der Tulka, wo sonst die Knaben ihre Spiele trieben, die Pferde zu reiten. Es gelang ihnen trefflich, und in einer Woche schon waren diese an tägliche Leibesübung gewohnten Jäger ziemlich gewandte Reiter. Mit nie gekannter Lust, recht, als hätte er Flügel bekommen, stürmte Rulaman in sausendem Rennen über die Hochfläche dahin, und die anderen Tulkas, die ihren Übungen zusahen, jauchzten vor Freude, wann die beiden über die Wiese dahin flogen, die weißen Wolfspelze wie Silbermöwen hinter ihnen im Winde flatternd. Am zwölften Tage trafen, wie verabredet, die Tulkas mit den Kalats auf der Kaddeebene zur Jagd zusammen. Das war ein großartiger Jagdzug, der dort an der Waldecke ihrer wartete. Staunend blickten unsere Eimats auf die vielen bunten, glänzend bewaffneten Jäger zu Pferde und auf die Menge von Treibern zu Fuß, welche große, zottige Hunde an Riemen führten. Auch viele Nallis und Hukas waren unter diesen. Aber weder der Angecko noch der alte Nargo waren erschienen, obgleich der Kalathäuptling auch ihnen Pferde gesandt hatte. Zwei der Kalathreiter sprengten, sobald sie unserer Tulkas ansichtig wurden, auf diese zu. Munter wierten die Tulka-Pferde ihren Kameraden entgegen. Ritterlich und freundlich begrüßen die beiden Kalats unsere rauen Alpjäger. Es war Gulloch und sein Sohn Kando. Einfacher als sonst, aber doch stattlich genug, war heute ihre Kleidung. Ein grünes Wams, knapp anliegende Lederbeinkleider und Jagdstiefel, eine Pelzmütze mit einem Vogelflügel am Rande, sonst kein Schmuck, und als Waffen nur ein kurzes Schwert am Ledergurt und eine Lanze mit leuchtender Kupferspitze, der schwarze Schaft mit Erzringen hübsch verziert. Dagegen trugen Repo und Rulaman ihre gewohnten Rentierkleider. Aber die Fellmützen mit den Bärenhaarbüschelchen und die prächtigen weißen Wolfspelze leicht hin über die linke Schulter geworfen, kleideten diese wilden, wettergebräunten Söhne des Gebirges so gut, dass sie dem stolzen Kalat-Fürsten wohl ebenbürtig nahen konnten. Freilich, ihre Waffen waren nicht mehr die alten Eimatwaffen. Statt der beinernen Spitze leuchtete jetzt auch an ihren Lanzen eine lange Spitze von Metall, die sie von den Kalats ertauscht, und kupferne Schwerter blinkten auch ihnen an der Seite. Nur seinen guten alten Eibenbogen hatte Rulaman nicht missen mögen. Auch heute, wie sonst, wann er zur Jagd ging, hing ihm dieser nebst einem wohlgefüllten Köcher über die Schulter. Kando, ein schmucker, schöner Jüngling mit langen, braunen, locken Haar, reitet sofort an Rulamans Seite und schüttelt ihm treuherzig die Hand. Auch Rulaman schlug das Herz freudig, als er in das offene Antlitz des jungen Weißen blickte. »Wie schade, dass er ein Kalat ist,« dachte er. Guloch machte nun, so gut er es vermochte, seinem Gaste den Jagdplan begreiflich. Seine Jäger hatten ausgekundschaftet, dass eine Herde Kadde über Tag an einem Waldrande lag, wo man sie leicht zu umstellen hoffen konnte. Er gab Repo die Richtung an, und bald erkannte dieser, dass es der Wald war, wo einst der Buria, das wilde Pferd, zerrissen. Repo teilte dies Guloch mit. Dieser stutzte einen Augenblick, denn die Kalats waren nicht gewöhnt, mit Löwen zu kämpfen. Repo aber tröstete ihn lächelnd. »Es ist der letzte Buria gewesen, und dies hier ist einer seiner Zähne.« Dabei wies er auf den an seiner Brust hängenden Fangzahn des Höhlenlöwen. Staunend betrachtet Guloch den furchtbaren Hauer und sagt, »ein herrlicher Schmuck, eine fürstliche Zier.« »Darum trägt ihn der Buria Marte«, versetzte Repo stolz. Es war ein prächtiger, frischer Sommermorgen. Eben ist die Sonne groß und rotglühend über dem dunklen Walde aufgetaucht. Ein leichter, rötlich-grauer Ton schwebt wie ein Schleier über der Erde. Der ganze weite Rasen glänzt von Tauperlen, und würzige Gebirgsluft kräftigt und reizt Herz und Sinn der Männer. Alles bebt von Jagdlust. Die Jäger rufen, befehlen, die Pferde stampfen, die Hunde zerren vorwärts an den Leinen. Endlich auf einen Wink des Häuptlings ertönt ein Hornzeichen, ein ungewohnter Ton für unsere Tulkas, und in wunderbarer Ordnung setzt sich der ganze lange Zug in Bewegung, die Treiber mit den Hunden voraus. »Wohin wollt ihr die Kadde treiben?«, fragte jetzt Repo, der neben Gulloch ritt. »Wir jagen sie nach dem Nufa hin«, antwortete Gulloch. »Bis hinaus auf die schroffen Felsabhänge am Rande des Gebirges. Dort müssen sie uns stehen, und wir stechen leicht die ganze Herde mit den Lanzen nieder.« »Kennt ihr die Kadde?«, fragte Repo zurück. »Sie stellen sich gern zur Wehre, wenn man sie in die Enge treibt, und jetzt eben haben sie noch dazu junge und zwiefachen Mut.« »Ich habe noch nie eure Kadde gejagt, aber wir sitzen ja zu Pferde«, lachte der Kalat, »und unsere Hunde werden sie schon zu fassen wissen, wenn sie Kampfeslust verspüren sollten.« »Werden eure Pferde standhalten?«, fragte Repo wieder, »wenn die Kadde mit ihren furchtbaren Geweihen sie anrennen?« »Unsere Pferde halten Stand in der Männerschlacht, wenn Reiter gegen Reiter mit der Lanze anstürmt und die Schwerter klirren.« »Was willst du mit dem Bogen?«, fragte Kando Ruhlaman. »Wir tragen Bogen und Pfeile als Kinder schon, und nie verlasse ich die Höhle ohne sie.« »Gut für Vögel«, sagte Kando.« »Auch für Löwen«, antwortete Ruhlaman.« »Mit der Beinspitze?«, fragte Kando lächelnd. »Mit der Beinspitze«, erwidert Ruhlaman. »Mein Ohm dort hat mit einem solchen Pfeil den letzten Buria in dem Walde dort oben erschossen.« »Und du warst dabei?«, fragt Kando. »Es war mein erster Jagdgang«, antwortete Ruhlaman, »und ich kam dem Buria so nahe wie jetzt dir, und dieser mächtige Hauer an meinem Halse stammt von ihm.« Kando maß ihn von Kopf zu Fuß. Ruhlaman wurde größer in seinen Augen. »Bei uns tun die Hunde alles«, sagte er ärgerlich. »Sie zerren das Wild an den Boden, und der Jäger sticht es dann nieder.« »So hat nicht jeder eurer Männer seinen Bären erbeutet, ehe er Mann wurde?«, fragte Ruhlaman. »Seinen Bären erbeutet?«, wiederholte Kando fragend. »Wir hätten auch die Bären mit Hunden zu Tode.« »Wir hättest du mich mitnehmen zur Bärenjagd, zu Fuß und ohne Hunde?« »Und wenn du umkämest«, erwiderte Ruhlaman, »würde mir dein Vater nicht zürnen?« »Denkst du, die Kalats seien mutloser als die Eimats?« »Ihr habt die Gefahr und den Tierkampf nicht nötig«, sagte Ruhlaman. »Der Eimat aber lebt davon.« »Ich wünschte, ich wäre ein Eimat und könnte mit euch in Höhlen wohnen und wild durch die Wälder streifen und mit Löwen und Bären kämpfen«, ruft Kando in mutiger Erregung. Ruhlaman sah ihn mit leuchtenden Augen an. Einige Stunden waren so die Reiter hinter den Treibern mit den Hunden geritten, als Gulloch wieder ein Zeichen mit dem Horn geben ließ. Jetzt trennte sich der Zug. Die Fußgänger mit der Meute gingen in der Richtung nach Morgen weiter, während die Reiter sich links abwandten, nach einem Walde hin, der in weiter Ferne nach Mitternacht zu sichtbar wurde. »Wir wollen jetzt gerade nach dem Nufa-Walde reiten«, sagte Gulloch. »Die Treiber und die Hunde können allein den Umweg machen.« Darauf fuhr er lustig fort. »Bald werden sie uns die Kada-Herde dort hinüberjagen. Dann lassen wir die Hunde los und Reiter und Hunde jagen hinter dreien, dass die Erde zittert. »Hurra, trara, trara«, und er schnalzte mit den Fingern. »Welche Tiere habt ihr denn in eurer Heimat so gejagt?«, fragte Repo ruhig. »Wir haben große Kadde, stolz und mutig, mit runden, spitzen Geweihen. Aber sie leben nicht in Rudeln, und so jagten wir stets nur ein Tier.« »Fünfzig Reiter und fünfzig Hunde auf eine arme Kadde?«, lächelt Repo. »Wir jagen nicht um des Fleisches Willen, sondern uns zur Lust. Zur Nahrung haben wir Brot.« »Das Brot macht ihr aus Graskörnern? Wird euer Volk nicht schwach und mutlos von dem Gras?« »Wir brauen auch Kum aus Pferdemilch. Der gibt immer Mut, wo es Not tut.« »Wie habt ihr die Pferde so zahm gemacht und die Hunde?« »Das haben schon unsere Ahnen getan vor langer, langer Zeit. Wir haben auch Buß, zahme Kadde mit kurzen Hörnern, und von ihrer Milch leben unsere Weiber und Kinder.« »Wann wirst du endlich nach dem Nufatal kommen, das alles zu sehen?« »Wirst du mir da zeigen, wie man den Sonnenstein macht?« »Wenn du mein Freund sein wirst.« Jetzt ging es in munterem Trabe quer durch die Ebene hin. »Warum dröhnt der Boden so sonderbar unter uns?« fragt Gulloch. »Wir reiten über der Walbahöhle.« »Wo ist die Walbahöhle?« »Überall unter diesen Bergen. Dort wohnen die Geister unserer Toten.« »Habt ihr sie gesehen?« fragte Gulloch lächelnd. »Ich werde sie sehen, an dem Tage, wo die Sonne mich zum letzten Mal küsst,« sagt Repo ernst. »Wer sagt euch das?« »Ich weiß es.« »Die Geister der Kalats wohnen droben auf der Sonne,« sagt Gulloch. »Wer sagt euch das?« »Unsere Druiden.« »Es ist gut so«, sagt Repo. »So wird nach dem Tode kein Hader sein zwischen uns und euch.« »Warum wollt ihr nicht Kalats werden und unseren Druiden glauben, welche alles wissen?« »Weil wir heimat sind«, antwortete Repo stolz. Endlich waren sie an dem dichten schwarzen Nufarwalde angelangt, der den Rand des Gebirges nach Mitternacht nach dem Nufarberg umsäumte. Rechts vom Walde etwas nach Morgen streckte sich eine lange, waldlose Landzunge weit hinaus, schmaler und schmäler werdend, bis an die schroff ins Tal abstürzenden Burafelsen. »Dort hinaus jagen wir die Kadde«, sagt Gulloch. »Und was unseren Speeren entrinnt, wird den Sprung ins Tal machen müssen. Ein flotter Sprung. Schade, dass unser alter Druide nicht hier ist, den Spaß mit anzusehen.« Repo biss sich auf die Lippen, schwieg aber Stille. Jetzt gibt Gulloch ein Zeichen. Der Reiterzug hält an, man steigt ab, die Pferde werden zusammengekoppelt. »Wir wollen uns lagern und uns an einem Jagdimbiss stärken. Es wird Stunden dauern, bis die Kadde kommen«, meint Gulloch. »Jäger bringen Käse und Brot. Auch das Tourhorn kam bis zum Rande mit Krumm gefüllt.« Gulloch reicht es Repo, indem er spricht »Wie schön ist es, dass wir heute das Horn auf der Jagd einweihen.« »Ein scharfer Trank«, sagt Repo, indem er das Horn zurückgibt. »Ich liebe ihn nicht.« »So wirst du nie ein Kalat«, versetzte Gulloch. »Ich hoffe es«, sagt Repo. »Es wird langweilig«, ruft Kando Rulamann zu. »Schießen wir um die Wette. Du mit dem Pfeil, ich mit dem Speer.« Und schon rief er einem der Jäger zu. »Halt mir deine Mütze als Ziel.« Gehorsam hält der Mann seine Mütze hinaus, den Arm weit ausgereckt. Kandos Speer fliegt. Ein Schrei. Der Speer war dem Jäger mitten durch die Hand gegangen. »Ein schlechter Schuss. Der zweite soll besser sein«, sagte Kando verdrießlich. Rulamann aber war schon nach dem Verwundeten Kalat hingeeilt. Behutsam und mitleidig zieht er den Speer aus der Wunde. Umstehende Jäger lachen. Kando kommt heran. »Rulamann, der Schuss ist an dir«, ruft er und befiehlt einem der anderen Jäger, seine Mütze zu halten als Ziel für seinen Kameraden. Aber strafend blickt ihn dieser an. »Der Eimat schießt nicht auf Menschen, außer im Kriege.« Kando lächelte verlegen. Rulamann aber nahm Wundpulver aus seiner Ledertasche, streute es dem Mann auf und verbindet die Wunde mit Farnkräutern. »Jetzt erst richtet er sich auf, nimmt seine eigene Fellmütze, wirft sie hoch, hoch hinauf, legt rasch den Pfeil auf seinen Bogen, die Sehne schwirrt.« »Die Mütze ist getroffen, die beinerne Spitze hat sie mitten durchbohrt.« »Ein Fürstenschuß«, ruft Gulloch, der auf das Spiel der Jünglinge aufmerksam geworden, »Kando aber schoß nicht zum zweiten Mal.« Repo saß sinnend neben Gulloch. Stunden waren vergangen, Mittag war vorüber. »Ich fürchte, unsere Treiber haben fehlgetrieben. Dann sollen sie der Strafe nicht entgehen,« sagte Gulloch ärgerlich. Repo blickt erstaunt auf. »Ist es wahr, dass ihr eure Leute mit Ruten züchtigt?« fragt er. »Ohne Hiebe keine Triebe, keine Lust zur Arbeit,« erwidert Gulloch. »Und sie schlagen euch nicht tot?« »Mich tot? Mein ist die Gewalt über Leben und Tod, mein allein,« ruft Gulloch leidenschaftlich. »Ich lasse töten, wen ich will.« »Ein Glück für dich, dass du über keine Tulka-Männer herrschest.« Gulloch erhebt stolz den Kopf und beginnt, »Tulka-Männer!« Aber er fährt nicht fort und unterdrückt gewaltsam, was er sagen wollte. Auch Repo wollte die gefährliche Unterhaltung nicht fortsetzen. Er wußte genug und lenkte ab. »Mich wundert nicht, dass die Kadde noch nicht da sind,« sagt er. »Es war ein weiter Weg für die Jäger zu Fuß, und die Kadde sind schlau und machen Ränke.« Und er legte wieder, wie er immer von Zeit zu Zeit getan, das Ohr an den Boden, um zu horchen. Endlich plötzlich springt er auf und ruft laut, »Die Kadde kommen!« Rasch sitzt alles zu Pferde. Die Reiter suchen sich im Waldrand zu verbergen, damit die Renntiere sie nicht von Ferne sehen und umwenden. Alles hart in gespannter Erwartung, auch die Pferde scheinen zu wissen, dass das Rennen beginnt. Sie beißen in die Zügel, schnauben und schäumen, schütteln die Köpfe hinauf, hinab und scharren die Erde vor Lust. Endlich sieht man, weit nach Abend hin, eine graue Staubwolke. Sie kommt näher und näher, wird breiter und breiter. Jetzt hört man deutlich ein Dröhnen, dann ein Stampfen, sonderbar, wie in bestimmtem Takt. Da kommen sie. Aber den Zug eröffnen nicht Renntiere, sondern eine Herde von etwa zwanzig wilden Pferden, die wohl unterwegs aufgescheucht wurden. Hinter ihnen drein an die hundert Renntiere in rasendem Lauf, die Geweihe weit zurückgeworfen in den Nacken, die Nüstern hoch in der Luft mit Schaum bedeckt, schnaubend und keuchend. Endlich, eine gute Strecke hinter ihnen, die Meute der zottigen Jagdhunde mit unterdrücktem, heiserem Gebell. Jetzt ist das wilde Heer an den Reitern im Gehölz vorüber, ein Hornzeichen ertönt. Sie stürmen nach, und in wenigen Minuten ist die ganze Strecke fast bis zu den Bora-Felsen zurückgelegt. Dort, nahe dem äußersten Rande, haben die wilden Pferde und die Renntiere plötzlich Halt gemacht. Noch sind die Hunde nicht bei ihnen. Das arme, gehetzte Wild rennt am Abgrund hin und her in grässlicher Verzweiflung. Schon ist eine Anzahl wilder Pferde von den Nachfolgenden gedrängt, über die hohe Felsenwand hinabgestürzt. Da plötzlich, es war im letzten Augenblick, denn die Hunde sind bereits hart an ihnen, machen die verfolgten Tiere kehrt, wenden Stirn und Geweihe dem Feinde entgegen, und in wütendem Todesmut durchbrechen sie die Kette der Hunde und rasen gerade auf die Reiter los. »Macht eine Gasse!« schreit Repo und reißt sein Pferd zur Seite. »Aber es ist zu spät.« »Die Landzunge ist zu schmal.« »Reiter und Renntiere und Pferde prallen zusammen.« »Die Pferde bäumen sich, viele überschlagen sich.« »Die Reiter liegen am Boden, ehe sie nur daran denken konnten, mit der Lanze zum Stoß auszuholen.« »In einem Nu ist das Ganze ein lebendiger Haufen in regelloser Bewegung, ein unentwürrbarer Knäuel von Renntieren, zahmen und wilden Pferden, Hunden und Jägern, und das alles zusammen bellend, pustend, röchelnd, schreiend.« Aber dies dauerte nur einige Augenblicke. Dann erheben sich erst einzeln, dann da und dort in immer größerer Zahl die prächtigen Geweihe der flüchtigen Renntiere. Sie und die wilden Pferde arbeiten sich zuerst heraus, und nach wenigen Minuten sind sie verschwunden, alle zurück in eiliger Flucht nach der sicheren Heimat, nach der weiten Kadde-Ebene hin. Auch einige Kalatpferde waren samt Sattel und Zeug mit den Wilden davongerannt. Am Platze sah man jetzt nur noch zahme Pferde ohne Reiter, Hunde und Jäger, die meisten am Boden, die anderen toll durcheinander rennend. Nur einige wenige Renntiere, die bei dem ersten Anprall den Hals gebrochen, oder Junge, die von Hunden niedergerissen wurden, das war die Ausbeute der ersten Kalatjagd auf der Alb. Und was ist aus den Jägern, was aus unseren Freunden geworden? Wahrlich, das Blutbad, das die Kadde angerichtet, war kein geringes. Über ein Dutzend Jäger und wohl ebenso viele Pferde und Hunde lagen zertreten oder von den Renntiergeweihen gespießt, tot oder schwer verwundet am Boden. Andere hatten Arme und Beine gebrochen. Auch Gulloch, Repo und Rulaman waren von den Pferden gestürzt. Dem stolzen Kalatfürsten selbst war es gar schlimm ergangen. Sein edles Ross, ein prächtiger Rapphengst, war von einem mächtigen Renntierhirsch von vorn durch Bord zusammengebrochen, er selbst nach vorwärts weit über das Renntier weg, in gewaltigem Fluge hinausgeschossen, zu Boden gestürzt und betäubt liegen geblieben. Repo, der sein Pferd vor dem Zusammenstoß nach rechts herübergerissen, war samt dem Tiere auf die Seite geworfen worden, unter dieses gefallen und so vor weiterer Verwundung geschützt. Rulamans Pferd hatte sich gebäumt und rücklings überschlagen. Er selbst war glücklich zur Seite abgesprungen und blieb, wie sein Tier, unversehrt. Nur wenige Jäger saßen noch zu Pferde, unter ihnen Kando, der, ein trefflicher Reiter, schon beim ersten Anprall mit einem kühnen, gewagten Sprung über die erste geschlossene Reihe des Wilds hinweggesetzt und sich so aus der allgemeinen Niederlage gerettet hatte. Aber er war vom Schrecken so gelähmt, dass er starr, wie teilnahmslos, auf die Szene blickte. Repo und Rulamann waren unter den ersten, die wieder aufrecht standen. Sie sehen Kando. Sie suchen Gulloch. Sie finden ihn. Er scheint tot. Sie richten ihn auf, reiben seine Schläfe. Kando springt heran, angstvoll, bekümmert um seinen Vater. Jetzt schlägt Gulloch die Augen auf und blickt lange verwundert um sich. Endlich ist ihm alles klar geworden. Er knirscht mit den Zähnen vor Schmerz, vor Wut. Er tobt und wettert über seine Jäger, über die schlechten Hunde, über das freche Alpwild, das ihm zulieb den schönen Todessprung über die Felsen nicht hatte machen wollen. Auch eine heitere Szene sollte zum Schluss nicht fehlen. Einige Karlartjäger, die unverwundet geblieben, machten sich an das halbtot daliegende Wild. Einer derselben hatte sich rittlings auf ein großes, am Boden liegendes Rentier gesetzt, um ihm bequem mit seinem Dolch den Genickfang zu geben. Plötzlich erhebt sich das Tier, das offenbar nur von dem Anprall betäubt gewesen war, und jagt samt dem Lautschreien den Jäger auf und davon, dem Kaddefelde zu, seinen Kameraden nach und hinter ihm her eine Anzahl wütender Hunde. Ein schlimmer Ritt. Absitzen war wohl schwer und der voraussichtliche Empfang bei der Kaddaherde für den Jäger kein beneidenswerter. »Nach Hause!« schrie Guloch zornig, ohne sich weiter um seine vielen Toten und schwer verwundeten Leute zu kümmern. Mit Mühe hob man ihn auf sein Pferd. Repo und Rulaman wollten ihn nicht verlassen. Repo stützte ihn von der einen, Rulaman und Kando abwechselnd von der anderen Seite, und so geleiteten sie ihn heim ins Nufratal. Erst gegen Mitternacht kamen auch unsere Tulka-Jäger wieder in der Höhle an.